Das verstehe ich noch nicht, ne? Wie kann ich das fixen? Guck mal, wenn ich jetzt Übergang mache, funktioniert das. Aber sonst dauert das immer. Muss man da irgendwas einstellen für? Äh, Alpha, dafür habe ich eine Taste auf der Tastatur. Aber ja, könnte ich auch darüber machen. So, was ist mit dem Handy jetzt? Also. Ja, hier geht mal wieder die Post ab. Hallo, Hai-Happen. Ja, ich bin alleine. Doch nicht. Ja, hallo, Curtis. Hallo, wo seid ihr? Ich bin gerade kurz zum PD was abgeben. Ist noch jemand unterwegs? Ja, Mö ist noch neben mir. Noch jemand? Warum ist es so hell? Ich glaube nicht. Warum leuchtet der Himmel blau? Wie? Der Himmel leuchtet blau. Ja, die Sonnen strahlen. Bitte? Was soll ich machen, wenn ich alleine bin? Achso, ja, wir kommen gleich. Wir sind vor zwei Minuten da. Achso. Ja. Okay. Ist Denver nicht da? Oder BT? Oder Finn? Mö. Oha. Was? Ähm. Ja. Nix. Schon okay. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich. Okay. Die haben jetzt Symbole. Aber der Würfel hat noch keinen. Was haben die denn verändert? Was ist denn hier? Das hier oder was? Ja. Achso, man kann das filtern. War das nicht vorher auch schon so? Hä? Gab es das vorher? Oder ist das neu? Gab es schon? Nicht jetzt? Ja. Voll gut. Kannst du die Schlüssel ausblenden jetzt? Hä? Das ist doch neu. Keine Schlüssel mehr. Wie geil ist das denn? Erstmal einen Döner rein zwiebeln. Hä? Oh mein Gott. Jetzt sagt er irgendwo. Mein Gott. Ach, das... Ich glaube, das funktioniert nicht richtig. Grüße. Grüße. Konnte ich nicht gerade die Schlüssel... Ach, jetzt zeigt er mir nur die Schlüssel an, ne? Also müsste ich das alles anklicken, außer die Schlüssel. Okay. Und der speichert das sogar. Aber wenn ich jetzt... Pommes... Er ist so resettet. Warum resettet der das? Das finde ich doof. Das finde ich echt scheiße. Ey, ohne Witz. Das ist richtig kacke. Da bin ich nicht... Nick! Warum resettet der das denn, wenn man das benutzt? Das soll nicht resetten. Das ist doch kacke. Das ist doch schon wieder ein Konzeptfehler. Ja, aber das wäre wahrscheinlich neu. Aber das wäre besser, wenn das nicht laden würde. Mein Internet ist gut. Aber sieht schön aus. Barbecue-Burger hat, glaube ich, neues Bild bekommen. Döner auch. Schön im Fahrrad. Oder ein Abschlepper. Ich gehe mir eine andere Hose kaufen. Was ist denn mein Auto? Weiß ich nicht, Carsten. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube schon, dass es das gab, aber das wurde trotzdem verändert. Oh, guck mal. Der Dot ist sogar weg. Juri hat gefixt. Cool. Schlüssel hier drin? Okay, dann sehe ich das aber hier. Warum sehe ich denn das jetzt erst? Oh. Oh. Heute fühlt sich aber ein bisschen leggy an. Tatsam. Oh, hier gibt es auch noch den passenden Pulli. Oh, wo? Wild. Ey, den ziehe ich an. Wild. Guck mal. Einfach wild. Mhm. Aber ich finde den Grau besser. Mhm. Hallo. Ich finde den Grau besser. Hallo. Halt deine Fresse. Hallo. Du bist. Was soll denn das her? Das rumschreie. Pst. Ich muss mich konzentrieren. Halt deine Fresse. Du bist nicht. Wollten die. Ja, ja. Ich sehe einfach wild aus. Aber ich will das in Grau anziehen. Aber. Ich und Moses. Ja, ich will ja ein Outfit haben später. Aber. Ja, mach mal. Sonst komm hier hin. Ruhe, Chat. Sieht auch cool aus. Dj. Kann ich so gehen? Aber warte mal. Ich muss. Warte. Moment. Ich habe noch eine Idee. Sieh dir gut aus, du wichst. Ja. Ah. Bin ich ready. So, ich kann gehen. Sieht scheiße aus. Aber. Okay. Oh, Santa. Oh, der sieht fresh aus, Alter. Aber es ist ein bisschen kalt, ne? Egal. Scheiße. Kein Platz. Hallo, Micky. Puh, ich hasse diesen Klamotten-Shop so sehr, Alter. Nichts geht, Bruder. Nichts geht, Bruder. Nee, den Dings ziehe ich auch nicht. Puh. Ich brauche irgendwas Weihnachten hier. Oh. 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 Hässlich. 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 Äh. Hässlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin immer richtig wild. Vielen Dank. Bittubu. 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 Ich hasse diesen Shop so sehr. Bittubu. 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 Die sind, der ist bestimmt noch im Küssen mit Ticke. Aber wenn ich hier so hinguck, ne? Eigentlich haben wir gar nicht so viele Autos hier. Der geht gut, ne? Der fährt gut, ja. Wie viel kostet der? 140.000. Aber Tuning, ne? 150.000, 160.000. Was? Du kannst halt so viel machen in der Karre. Sind die Türen unter das Dach so serienmäßig? Nein, nein, das Tuning. Ach du Scheiße. Ich hab das so gemacht, ich find das so cool. Sieht gut aus, ja? Was haben wir hier schon wieder für viele neue Karren? Was ist denn hier los? Du. Wir haben Supersport, wir haben ganz viele. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Dem gehört der weiße Supersportwagen da, oder was ist das schon ein Ding von neben dem Krieger? Wir haben gestern einen Bowler gekauft und eine G-Klasse. Ja, rechts oder links? Rechts. Ähm, das ist von dem Önkel. Wie kannst du den Seenbein, wenn du nicht hinguckst? Weil ich guck doch hin. Fotografische Gedächtnis. Ich hab Spiegel. Ich kann nach hinten gucken. Also. Fehlen aber ein paar Supersportwagen. Bist du von Maxis? Warum, weil ich einen Schal dann hab? Ja. Das ist aber ein normaler Schal. Das ist der ein Turf-Schal. Ähnlich. Doch. Das ist der Urge-Schal, den du da anhast. Echt jetzt? Hm? Hör die Klappe. Wollen wir noch ein paar Autos auspacken gehen, Max? Hm, nee. Wieso nicht? Ich will jetzt... Wollt ihr Casino spielen gehen? Die Casino spielen gehen. Die Orangenen in Supersportwagen fehlen hier irgendwie. Ja, wir haben... Keine Ahnung. Lass doch mal alle aus dem Parkhaus holen. Ja, lass doch mal. So tauschmäßig. Eins in den Parkhaus fahren und eins wieder rausholen. So mäßig. Sonst stehen hier zu viele Karren, weißt du? Schon die mentale Autos, die hier stehen werden und benutzt. Ja. Ja, die zwei Schäfte haben wir danach. Das sind Schmutz. Was soll das denn? Der Komodo ist ja auch in der Parkhausstelle, ne? Hm. Warum? Ja, den haben wir auch selten gefahren. Ich hab den immer gefahren. Wem gehört denn? Da haben wir Papiere? Ich glaub Dings. Ich glaub Philipp. Ach, 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 ach. Also keine Ahnung, wenn ich hier durchzähl, wir haben eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht. Okay, ich hab mich schon verzählt. Boah. Wo ist denn der Bademeister? Hm, ich weiß nicht. Ich glaub, den sei die Tür klemmt. Boah. Eee. Ich halte mich bedeckt. Ich rufe die Lilly an. Was? Die Lilly von Han, die Pfeunen. Warum die heißt Lilly? Oh, der ist sogar im Dunkeln. Oh, WB. Sopranos. Was ist denn das hier? Hey. Oh, oh. Sopranos hier. Ja. Was ist der Hut von dem alten Mann, der gestern hier war? Pst. Hey. Okay, die gehen nicht im Handy. Was ist, wo ist, wo ist, wo? Ich hab Goofy gestern verpackt. Jetzt sind wir quillt. Und mich. Ja, das war aus Versehen. Aber jetzt sind wir Quilltopanner. Und ich hab dem alten Mann seinen Hut abgezogen. Vom Fischer? Joa. Dann wirf ihn. Ah, deswegen riecht's hier so nach dem. Ein bisschen Alkohol hier. Ich glaub, der war voll auf Drogen. Ja, hoffentlich, ähm, oder soll ich Russland anrufen. Aber ich weiß nicht, was für einen Vorrat. Eigentlich wollte der das nur klären. Und der wollte, dass unsere Drogen dann bei denen verkauft werden, wenn da was verkauft wird. Okay, das kann ich ja, das können wir auch klären. Ja. Gilt nicht, Telefon. Oh, so ein Wichser. Hallo, Juri. Dankeschön für den Pixelfehler-Fix. Dings da vorne. Ich weiß auch nicht, dass... Der hat ja mehrere Schuppen, ne? Weiß nicht. Ich glaub, dem gehört das Cube und die Bergstadt. Wir könnten heute mal versuchen, ne brennende Mülltonne herzuholen. Der hat, und der hat, glaub ich, noch so'n Imbiss. Imbiss? Mhm. Beutlin! Hast du auch so'n Ring? Ja. Echt? Ja. Geht immer über. Oh, der Ring am Cook. Geil. Warum telefonieren schon wieder alle? Lass mal brennende Mülltonne heute machen. Wie? Ja. Ja, Mann. Na klar. Ich will ein bisschen singen. Davor. Und Handwärme. Boah, geil. Wo finden wir welche? Oben im Norden, hat der Architekt gesagt. Oben im Norden? Ja, da findet man nur ne Couch. Wo sollen wir die hinstellen? Ich würd's voll cool finden, wenn wir da oben sitzen würden, ne? Wo? Na, da oben, über den Autos. Aber da musst du immer draufklettern. Das stimmt. Dann lass doch einfach die Mülltonne vorne wegmachen. Und dann Treppe hoch. Wo willst du ne Treppe herholen? Ja, keine Ahnung. Können wir bauen. Aus Schwanzstein. Sollen wir nicht hier vorne hinstellen? Aber was sagt denn der Hausmeister? Dann ist Wies dreckig. Nein, hier. Achso, hier. Aber hier stehen nur coole Autos. Einfach so. Ja. Oder da vorne die Mülltonnen wegschieben. Oder so, ja. Und die Ecke dann. Weil da können wir auch immer schnell Dachdecken gehen. Stimmt. Sollen wir nicht die weg tun, ja? Die hier? Und hier hinten so Couch und Couch und. Ja. Ne Pflanze und. Was für eine Pflanze? Eine Karnabispflanze. Boah. Nicht, dass die uns aber hops nehmen deswegen, ne? Ja, wir sagen einfach das weibliche Hanf. Damit wir unsere Klamotten machen können. Hast du den Schlüssel von dem Auto? Äh, von dem? Ja. Ja, ja. Dann fahr dir mal weg, ich schuh die Rope. Ich mach die Mülltonnen jetzt weg. Alle haben eine Couch und ja, die haben sogar Stromgenerator, Alter. Und Fernsehen und sowas. Geofy fern und ein Auto-Back. Scheiße. Fuck. Das ist ganz schön schwer. Scheiße. Ja, ich habe fleistige Handwerker sehen. Ja, ist alles frei. Sehr gut. Noch nicht. Mach weiter so, du machst es gut. Buschdealer. Los, wir schaffen das. Boah, das Milei-Rundebeschütteln ist schwer. Oh. Scheiße Der ganze Muld ist festgefohlen BUSCH DEALER Alles frei? Ja Alles frei Jetzt müssen wir nur noch Couch organisieren BUSCH DEALER Scheiße Was denn? Ich habe die Autos gekratzt Oh oh Egal der ist frei Was machst du da? Hallo? Ich fliege Ja Was machst du? Ja ich fliege Hör auf den Muld Jetzt tun wir den ganzen Müll wegfegen Und dann tun wir in der Ecke Couch und so Vielleicht auch einen riesen Plasma healen Jetzt haben wir Platz Aber weißt du woran das cool wäre? Was denn? Pass auf dahinter Jetzt habe ich das schon gemacht hier Ja aber vielleicht noch eine zweite Warum ein reicht Ja 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 Aber hier dahinter Da wo die Bäume sind Da ist auch noch Platz Ne Wir müssen zur Müllerkippe fahren Was Müllerkippe? Was machst du? Keine Weiße Keine Weiße Eine Casting Couch Entschuldigung Da war Schneeflock in meinem Hals Keine Casting Couch Doch Da können wir die Frau aus dem Unicorn einladen Und wir müssen zum Feld ne Welche Frau? Das weiß der Müll gar nicht Oder? Ne Wir haben eine gesehen Die hat da drinnen getanzt für einen Getanzt? Jaja Der hat seinen Schwanz gelutscht Der hat seinen Schwanz gelutscht Und das auch ja Der hat seinen Schwanz gelutscht im Unicorn Echt? Wirklich Das ist kein Witz So hier Die war gestern Abend doch hier So hier Haben wir denn Haben wir denn Haben wir denn Solang es beide wollen Ist alles gut, ne? Haben wir irgendwas So wie eine Couch hin draufwerfen können? Wo ist denn der Guardian? Verwahrstellende, ne? Ja, wahrscheinlich schon Lass ihn auspacken Ja Vielleicht Dann haben wir ne Mullerkippe Ich hab Fliege in der Nase grad Also Ja, wir können Der eine muss den holen Komm, ich fahr dich Max Mich? Ja Boah Arschloch Und Juri, was sagst du meinen Bauarbeiten? Ich könnt doch locker bei dir anfangen im AP, oder nicht? Mein Auge juckt Als Abrissunternehmen Ich hab Heuschnupfen Ich hab Heuschnupfen Aber nicht im Winter Doch Für den Guardian Wie bitte? Hast du Schlüssel für den Guardian? Nee Ich hab Schlüssel Ich hab Dann hol du den mal mit Gruffi, bitte Ja, ich warte, ich geh holen Ich geh holen Ach, schuldig Ich hab jetzt noch Spinnen in der Nase Ich hab jetzt noch Spinnen in der Nase Ich kann nicht Bin abgelenkt Wir waren grad unten im PD Wie? Sollen wir von den Jadis im Fernsehen klauen? Das ist ne gute Idee, ja Und den Stromgenerator? Lass die an die Wand stellen Ich will das schon im Fernsehen machen Oder? Einen großen? Ja Ja Oder nur einen kleinen Aber mit Ich fang das bei den Folders nicht schlecht, ne? Mit dem Mit dem Wir können auch so ne Palme Ähm Kaputt machen Und uns darauf setzen Mh Aber so Holzmöbel gehen kaputt Stimmt nicht Doch Stimmt nicht Einen Wintern Das sieht aus wie Arschritzer Wir können auch ein paar Tonnen holen Ich glaub im PD stehen noch Fehler Was für Tonnen? Ja Mülltonnen Für ein Feuer? Mhm Stellen wir uns einfach in den Office da hier hin Stell dir mal vor Hier ist jetzt so ne brennende Muller-Tone Wir könnten drum Drum stehen Im Kreis Tanzen Tanzen und singeln Weihnachtslieder Oh bei Weihnachtslieder bin ich raus Oh Talnenbaum Da bin ich Grün sind deine Blätter Walter weiß ich nicht Hab eh nie was geschenkt bekommen Irgendwie du blühst doch nur im Winterzeit Und auch im Winter wenn Schneid Ich Ich weiß nicht, bin ich so der gute Sänger? Ich kann sehr gut singen, aber ich bin schüchtern Buhat zeig mal Nee Sing mal Nee Sing doch Nee Du hast extra deine Stimme geölt mit Chipstüte Ja auch Vielleicht können wir auch irgendwann mal die Tür da eintreten Ich glaube da ist eine kleine Lagerhalle Was ist die Töhle? Die Türe Achso Die Töhle Ich glaube da ist eine kleine Lagerhalle hinter Da steht bestimmt ein Billardtisch drin und so Echt? Ich glaube da ist da hinten drin Meinst du? Mhm Hast du schon geplunkert das Schlüsselloch? Wie damals bei deinem Mama? Ich habe damit ein bisschen aufgetreten Die Kleine hat den Wind nicht verstanden Doch Aber ich habe drüber geredet Okay fahren wir hoch? Ja Sind wir sechs Leute? Ja wir müssen Platz haben auf dem Ding da hinten Ja haben wir doch Hallo Alex hier Sagtsamen Komm Danke viel Na? Na Okay Oder ich Was macht er jetzt? Wir fahren jetzt auf die Müllerkippe auf die Couch gucken Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Da liegst du Süß Du hast mich gehauen Nein habe ich nicht Hast du wohl Tschüss Bruder Ja komm doch mit John Hallo was machst du Ja Jetzt komm mit Natürlich Mann was Da musst du wohl dahinter Ich bin ein junger alter Ja da habe ich dich gesucht der Wichser Komm jetzt mit Jetzt komm mit Wo ist das? Das ist glaube ich Oben gegenüber Von den Röckern Fühlt sich wieder verziehen Boah ne Digga Deine Freunde kann warten Ja doch Digga Ich hab gleich noch was vor Ich hab gleich noch was vor Was denn? Jetzt rein da Du kriegst eh nie ne Perle Ich hab eine Aber ich geh in den Quinch Ja wie lange brauchst du um die aufzublasen? Hm Oder hast du so einen Staubsaugeraufsatz dafür Die Luft rauslassen Die Luft rauslassen Und sauber machen Das ist das Schwierige Fahr die um Och man ich hab doch noch was vor Mann hol nicht Mein Gott ist 20 nach 20 Also beruhig dich Stimmt Stimmt Der Tank hat erst mal um 19 Uhr angefangen Ja richtig Ja richtig Hogwarts Hoffentlich kriegt jetzt alle Kopfschmerzen Nö Boah wie sieht das denn aus Junge Halbe Montana Black Warum haben die hier nicht den Weihnachtsmarkt gemacht? Ja Das ist viel besser Das ist viel besser Da links Die fahren zu viele Elka bislang Oha Oha Alter Du bist ein Arschloch Der war Der war echt hart Der hat kurz gebraucht Oh das war echt nicht cool Nein der war nicht gut Der war nicht gut Der war nicht gut Boah was sagst du da Nö ich hab Schale an Meinen Papa wurde immer von dem LRB angefahren Echt? Meiner hast früher welche gefahren tatsächlich Meiner wurde angefahren Aber der hat den Lotto gewonnen Der kam nie wieder Wieso? Wieso wurde der angefahren? Hat der ein Holz auf? Boah ich weiß nicht Der hat ja damit so Lust anders gewohnt Echt? Ja Was hat der gemacht so beruflich? Das sag ich dir nicht War der Chef? Der war der Burschte Baba Ja der wurde dann angefahren Es gab auch sogar einen Tätowierkünstler Der hat ein Tattoo nach dem benannt Wie heißt das? Der Lensch Der hat nur so Reifenspulen auf dem Rücken gehabt Kann man das auch hier machen? Ja Hast du das? Nein Warum nicht? Warum nicht? Weil ich werd traurig wenn ich daran denk Der wohnt in Dubai ne? Ach ist der reich? Na klar Hat der viele Milliarden auf dem Konto? Mhm Der ist Multitillionär Aber der will nix mit dem Thuner Der hat keinen Bock auf mich Wieso? Aber wo fährst du hin? Ja hier oder nicht? Weiß nicht Ich glaub schon Dreckiger Ey der ist nicht dreckig Weißt du noch wo wir hier standen? Noch ein bisschen War da jemand bei hier? Doch Max war dabei Ja das ist der Nix Er ist Stand you claim that street Ja hier muss Vargas sein Boah sollen wir so nem Flugzeug bei uns hinstellen? Mh ja klar Da sind viele Sitze drin Sieht jemand ne Couch?! Wir können doch Flugzeugsitze nehmen. Ich glaube hinter uns, oder? Ja stimmt, Flugzeugsitze. Aber das sieht doch scheiße aus. Aber die sind beklebt. Wir leben im Junkie-Park. Ja und wir müssen ein gewisses Niveau halten. Das Niveau ist aber ganz tief. Boah, hier, oder? Oh, da gegenüber von dieser Tink-Tink-Kalle. Da vorne. Lass den Bagger mitnehmen. Wir können doch einfach bei Lost North aufs Gelände fahren und eine Couch klauen. Da habe ich auf jeden Fall schon mal einen gesehen, glaube ich. Nee, da müssen die wieder eine Million zahlen. Die können immer die Yards klauen. Fahr mal dazu diesen Yellowjack-Ding da vorne. Da gegenüber ist auch eine Mülle-Kippe. Habt ihr das gehört? Nee. Da hat jemand Otto gerufen. Echt? Es ist nicht der, bei dem man sich immer vorne eintragen musste? Weiß nicht. So ein alter Mixonial. Guck hier, rechts ist doch eine Müller-Kippe. Mit so einer Latzhose. Oh, die gehen schon alle auf Dächer. Auf Dächer gehen nicht, die gehen rein. Toll, die ist nix. Die Tür ist schon abgeschlossen. Wo ist wo? Da. Wo? Da. Oh, Waschmaschine. Oh, da ist auch eine Couch. Wo? Da. Bist du blind? Ich seh sie auch. Ah, ja, ja. Brauchen wir eine Waschmaschine? Boah, die ist sogar von Ziemens. Komm, wir nehmen eine mit. Los. Sollen wir eine mitnehmen? Guck mal, die ist von... Dann können wir Geld waschen, ne? Guck mal, die ist von Drift. Hahaha. Hahaha. Die ist von Drift, Axe. Die ist von Drift, Axe. Ja, die ist von Ziemens. Ja, aber hier stehen drei. Oh, Drift, Axe. Ja, das ist vom Jax die Marke. Boah, die hat 5000 Umdrehungen pro Minute, wie Mila Sand. Ja, los, dann fassen wir eine hier mit an. Ah, mein Rücken tut so weh grad. Einer muss hinten. Guck mal hinten, los. Guck mal hinten, los. Guck mal hinten, los. Guck mal hinten, los. Ja, ich mach doch. Zieh hoch, los. Ja, ich mach doch. Ja, schnelle Pfauenscheine. Geh da weg. Rübe. Mach die jetzt rübe hier. Wir brauchen die drei Männer für ne Washmaschine. Meine Oma hat das alleine gemacht. Nein, nimm hier durch. Warte, deine Oma find's hier. Die müssen wir runterlassen. Die haben Bodybuilder. Ach so. Wir tragen denen über die Köpfen. Oh, mein Lensch. Boah, hier. Sollen wir Euro-Paletten mitnehmen? Dann können wir da unter LEDs machen. Gibt's da Euro-Paletten? Hier? Da vorne. Ja, guck doch. Wir sind da gar nicht in Europa. Nimm mal die Matratzen. Die Couch bei der Matratzen gemacht. Da liegt Giffy drauf. Da will ich nicht. Da will ich nicht mehr. Da will ich nicht mehr. Auf der Couch wird der gesteigt. Die stinkt jetzt. Was mit Euro-Palette? Boah, vor die Schätze hier. Guck mal. Boah. Oh, ein Penny. Unglaublich. Ein Mainboard. Boah, ich spüle mich durch. Kann jemand da meine Beine halten? Nicht, dass ich hier reinfalle irgendwo. Ich spüle mich durch. Ist da irgendwo so ein NASA-PC? Ich brauche einen neuen. Oh. Ja, aber nur mit kaputten Mainboard hier. Gar nicht schleppchen. Oh, ich habe nur einen Tisch gefunden. Guck mal, ich bin eingegraben. Der krabbelt da auch gerade durch. Hier ist ein Fernsehntisch. Den brauchen wir. Oh, und eine Lavalampe. Boah. Hier ist auch ein Top für die Cannabispflanze. Wer will die Cannabispflanze? Ja, wir holen uns eine Pflanze. Der Kiez hat auch zwei Stück stehen. Oh, da kann ich gerade wieder. Dann kann ich einfach von denen klauen. Schutzgeld. Schutzgeld. Uh. Hier ist ein Schlübber von der Tante. Boah, geil. Private Property bei Laura. Ich glaube, da sind noch ein paar Haare dran. Ja, und Haare. Sieht aus wie ein Wookie-Fresse. Guck mal hier, die... Oh, Sex-Zeitschrift. Boah, mach nicht Seite 12. Warum? Ist da diese Jazz Ballet, ne? Ja, ja. Wie man nackt tanzt. Und da ist so eine komische Sandra auch drin. Oh. Oh, die GILF, ne? Mhm. Die ist ganz alt. Die Masculpt am Rollator. Ja, die ist richtig, richtig alt. Die quietscht immer, wenn die läuft. Die küsst auch Felge. Hier, nimm mal eins. Zieh mal einer den Tisch raus. Und nimm die Lava-Lambler. Ja, gib da her! Ja, zieh raus! Ja, gib! Zieh raus! Mann! Zieh raus! Meine Güte! Nach, was soll ich... Was soll ich noch suchen? Was brauchen wir noch? Eine Giga-Pelle. Ja. Wir brauchen einen Ölfass. Für den Feuer. Oh, hier ist ein Radio. Oh. Hier, nimm das. Ghetto-Blaster. Ja. Danke, danke. Oh, irgendwas vibriert hier. Ich hoffe, das ist kein Sex-Spielzeug. Oh, ist mein Handy. Kann ich meinen rausziehen? Nö. Wie bei meiner Geburt? Bitte! Nö. Zieh mich raus! Nö. Hilfe! Kommst du nicht mehr raus? Zieh mich! Nein, zieh den nicht! Nein, zieh den nicht! Oh mein Gott! Klar, doch. Warum denn nicht? Pflege meines. Bitte! Hallo? Hallo? Was brauchen wir noch? Giffi, du spielst du mal. Hallo? Wir sind auf der Müller-Kippe. Was für ne Kippe? Was für ne Kippe? Müller-Kippe. 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 Wir haben schon ne Couch, ne Wash-Maschine. Ne Couch, ne Wash-Maschine, ja. Einen Tisch. Einen Tisch. Einen Tisch. Aufgestanden. Achso. Dann hol den Happy Meal. Ja. Wir kommen jetzt wieder runter. Okay, bis gleich. Ambo. Ambo da mal. Da. Hier. Ich hab gehört. Hallo, Jack. Hallo, was geht? Hallo. Die haben noch ne ganz, ganz große Couch ganz unten. Eine Rentsche drin. Ich glaub, am Kanal ist auch noch Sperrmüll. Echt? Ja. Ach, stimmt. Wo man da so runterfahren kann, ne? Oh, wir müssen noch Glu-Lampe kaufen. Wir bauen mal. Was ne Glu-Lampe? Wir brauchen ein Licht auch. Wo ist noch Sperrmüll? Am Kanal. Am Kanal. Unn. In Southside. Da gibt's auch Pappkartons. Kartons gab's ja auch. Ja, warum hast du keinen mitgenommen? Warum soll ich Pappkartons mitnehmen? Ja. Damit du dich selbst verschicken kannst. Ja. Zu deinen Kind-Freunden. In Alaska. Mhm. Beutin! Ihr Penner. Hey, selber. Warum ich schon Müller? Ja, weil du uns Penner nennst. Ja, warum wir? Ja. Hab ich verdient. Du schläfst draußen auf der Couch? Nö. Ich hab Eigentumswohnung. Geh zum Filli rein. Aha. Das sag ich Theka. Hä? Ja, die knutschen nur. Aber nicht mit Filli. Aber Finn. Ja? Aber ich hab Filli gesagt. Ja, Finn und Theka machen Human Sandipiles mit Dildo. Mhm. Arsch in Arsch. Haben die auch die Weihnachtskarte von denen bekommen? Jaja. Wo die sich so drauf verrenken. May Xmas. May Xmas. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und John Chaps ist noch ein Bündchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Boah, jetzt riecht Bullen-Action. Der Schwindel. Oh, jemand hat die Autos wieder hingestellt. Oh, oh. Doch, doch, ganz knapp. Da passen wir nicht durch. So. Warte. Hau damit. Ja, sehr schön. Pass auf, mach das nicht. Ja, fahr durch die Hecke. Ui. Ui. Oh, wenn du einen Kratzer in den Lack machst, dann kratzt die Hecke lieber. Oh, mein Gott. Dann werden die Müller-Tonnen wieder hingestellt. Boah. Da musst du wieder machen. Beaty, der Penner. Beaty, du Penner. Warum hast du die Müller-Tonnen wieder hingestellt? Was hab ich hingestellt? Die Müll-Tonnen. Geh nix gemacht. Hast du wohl. Nein. Spuck auf deinen Füßen. Warum hast du? Was? Boah, jetzt kann ich das wieder machen gleich. Ich hab gar nichts gemacht, Junge. Na klar, du hast die ganzen Müll-Tonnen wieder hingestellt. Hasse wohl. Nein. Beutel. So viel. Penner hat die Müll-Tonnen wieder hingestellt. Schädel Basel, Bruch. Schö. Schö. Ja, dann lass die dahinter stellen. Hinter die Autos. Nein, wenn weg macht. Ich rufe die Lilly jetzt an. Hey, wer ist das? Vom Hand, die Frau. Aber was mit der? Warte. Das ist die OJ, Lilly Hand. Guten Tag, hier kann ich helfen. Hallo, Frau Lilly Hand. Hallo. Hi. Na, wer spricht denn da? Marie Chrysmas. Ja, und wie kann ich Ihnen helfen? Ich heiß Curtis. Und ich rufe Sie an. Ja? Wegen dem Herrn Hand. Ja, und was möchten Sie vom Herrn Hand? Ja? Ja. Also ich hab einen Freund. Der hat mit ihrem Freund oder Mann. Ja. Der hat so Business-Beziehungen gehabt. Das geht, glaub ich, um euer Haus. Und er meldet sich nicht mehr. Ja, das mit der Business-Beziehung mit dem Haus hat sich auch erledigt. Das hat sich nicht erledigt. Doch, für uns schon. Ja, aber wer einmal die Hand einen Schläge hat, der hat im Versprechen... Nee, 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 wir haben gesagt, der hat... Okay, ich komm nicht holen. Der hat gesagt, das hat sich erledigt. Bitte? Okay, ich komm nicht holen. Dann müssen wir die holen, ne? Wer versprochen gesprochen hat, der hat gebrochen, wenn der sagt nein wieder. Wie wird der rausgeschmissen? Der ist nicht mehr bei dem Polizei. Der Typ? Mhm. Ja, ja. Der wurde gegangen. Und jetzt wollen die nicht mehr das Haus abgeben. Obwohl der versprochen hat mit Indiana-Irn-Boot. Ich parke schon mal fünf Karren aus. Lass vielleicht mal gucken fahren, die dann da zufällig vergessen auf seinem Grundstück. Warum? Boah, fünf Karren wird schwer. Nö, wir parken einfach die von den anderen. Das verpettet jetzt. Wieso? Also, ich sag das. Was? Ja. Juni. What's up? Ich hab grad mit dem Han seine Frau spruchelt, ne? Mit wem? Mit dem Han. Wegen ihrer Villa. Wegen dem Hund, ja. Der ist halt im Deal eingegangen mit dem Architekten. Ja, der Hund. Ja, und jetzt ist der aus dem Petit raus und den ganzen Gedöns. Ja. Und die Frau hat mir grad gesagt, dass die das nicht mehr abgeben. Dann hab ich im Telefon gesagt, okay, ich komm dich holen. Die müssen ihr Versprechen halten, ne? Oh, nee. Nicht schon wieder der Alte. Grüße. Grüße. Oh, Junge. Alles gut? Wer ist denn das? So bist du. Alles gut, ja. Maxwell. Hallo. Grüße. Ein Sack Zwiebeln. Ein Sack Zwiebeln. Wer ist die Frau da? Seid ihr Koppel? Hallo. Irgend. Warte mal gucken, ob bei euch alles gut ist. Wir haben seit Sperrme geklaut. Das macht man aber nicht. Aber wir brauchen eine Couch. Habt ihr wenigstens einen Zettel da gelassen? Nö, das war ja auf dem Sperrmüll. Ja, aber aus Sperrmüll gehört den Leuten irgendwie immer noch. Das ist absolut kompliziert. Nein. Könnt ihr einen Zettel schreiben? Schreib du den für uns, bitte. Meine Handschrift sieht nicht gut aus. Aber ich find das sehr gut, dass ihr aus Sperrmüll eine Couch baut. Warum kommt ihr in unserem Turf? Ich wollt mal Hallo sagen, mal wieder. Warum? Oh Gott, die haben vorbeigefahren und haben euch gesehen. Aber X-Wilder hat gesagt, ich darf einfach reinfahren. Wer ist denn Madsen? Ihr darf jeder reinfahren. Ja, richtig. Das ist ja auch kein Turf. Das ist ein Park. Aber der Bademeister ist nicht da. Aber du hast gerade gesagt, was macht ihr in meinem Turf? Ja, ich sag das immer nur so, weil die immer alle denken, dass wir in einem Ghetto hier. Ach so. Die Idioten. Das ist einfach nur ein Park, wo man drohen kann. Dann hat sich nach einem Ast so angehört, als wenn du gerade etwas herausgefunden hättest. Nö. Ach so. Das schreibe ich mir auch. Mach die Asthma ein Stück für mich. Mr. Poliziermann, ich habe mal eine Frage. Ja. Wenn Sie zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte Ihr Auto kaufen. Ja. Und ich sage, okay, aber ich möchte kein Geld haben. Ich möchte dafür, dass Sie vielleicht den Rasen mähen. Ja. Und dann kriegen Sie das Auto geschenkt. Ja. Dann gebe ich Ihnen ja ein Versprechen. Ja. Und was ist dann, wenn ich dann auf einmal sage, Sie haben den Rasen gemäht und ich sage dann auf einmal, nö, ich habe mir das Anges überlegt, Sie kriegen das Auto doch nicht. Nee, nee, musst du anders sagen. Okay, dann sag du. Wenn der Rasen auf einmal weg wäre und da wäre auf einmal ein Stein und du kannst den nicht mehr mähen. Das ist schwierig, weil du nichts schriftlich hast von der Person. Nein, aber ich meine jetzt so moralisch so. Moralisch muss man dann einfach gucken. Moralisch muss man dort selbst vertreten können, jemanden anzulügen oder nicht. Aber das ist doch voll scheiße, oder? Das ist so richtig. Schön ist das nicht, aber vielleicht kommt man ja auch einfach auf einen anderen Deal. Ja, aber so benimmt man sich nicht. Versprochen ist gesprochen, wiederholen ist gestohlen und geklaut ist geklaut. Gibt es noch einen anderen Rasen zum nehmen? Hm, hm. Irgendwas zu geputzen? Aber ihr habt doch da hinten so einen schönen Abschieber. Wer wird abgeschoben? Eine Raupe. Nee, eine Raupe, oder? Ja, das ist eine Raupe. Ja, eine Raupe. Da könnt ihr ja den Stein aber wegschieben. Ja, aber wenn ich einfach das aus Dings sag. Nicht, weil sie den Rasen nicht gemäht haben, sondern einfach, um zu veräppeln. Ach so. Das macht man als Recht nicht. Das moralisch nicht vertretbar. Genau. Finde ich auch. Danke. Warum? Wer hat das gemacht? Nein, das ist nur so ein Beispiel. Ach so. Weil jemand hat mir was versprochen. Und jetzt halten die das nicht ein. Versprechen sollte man auch immer einhalten. Ja, genau. Wo landen wir denn dann? Versprechen wir denn dann? Ich könnte jetzt was sagen, aber das mache ich nicht. Wer, sie sagen im Junkie Park? Nee, bei den Yadis. Ach so. Ja, die sind schon ein Penner, ne? Ich glaube, dass sie auch einen illegalen Sky-Anschluss haben an dem Fernsehen. Glaubst du? Uiih. Da ist noch viel krimineller als ich kenne. Das ist ja auch schon ein Verzog-Ferrat. Da sollten sie mal nachgucken. Mit allen Einheiten. Rein. Dann zahlt jemand so ein Sky-Anschluss nicht. Die gucken auch immer türkische Bundesliga. Was? Rein. Scheiße, Yadis. Na gut. Wer bist du? Ich. Du bist ein Frau, ne? Äh, Mann, äh, ja. Hast du jetzt hingeguckt? Auf meine Brüste. Ich dachte, du hast gerade gefällt irgendwo. Aber der Schwabbel von den Yadis hat auch Brüste und der ist ein Mann. Ja, aber ich habe meine schon nebenan und auch wenn ich dünn bin. Also ich bin da nicht gerade dick zu Eiger, dass ich drüber bin. Und der stimmt immer Babykatzen. Nimmel. Anwesche. Bin ich Ding? Wenn ich das, Harris, erzähle, dass ihr MacRose als Fett beschimpft. Ach, du bist das? Was denn? Ach, das ist die Frau MacRose. Ich bin die Frau MacRose, ja. Gibt es das bei McDonalds? Nee, ich werde mit M-A-C geschrieben, nicht M-C. Ach, das? Ja, es gibt doch einen Big Mac. Das ist was anderes. Big Tasty, bei einem Mac. Ja. Der gibt dir einfach zwei Wochen stille Treppe. Heute ist wieder viel los in der Stadt, ne? Ja. Ganz viel Polizia und wächst. Hm. Da kriegt man kaum Drogen in die Stadt gefahren. Hab ich's gehört. Wo ist das denn gehört? Da folgende Ecke. Ah. Bei den Kriminellen. Genau. Hat die Ecke wieder da geflüstert? Ja. Der Muller mit der Ecke. Der Ecke mal was drin. Habt ihr den Fuß eigentlich schon aus der Toilette gezogen? Nein. Nö. Warum nicht? Kommt nicht raus. Zu fest. Mach du doch. Nee, ich will das nicht anfassen. Da kommt mir Kacke entgegen, wenn ich ihn rausziehe, das mach ich nicht. Ach so, ja, dann lass den lieber stecken. Der ist unterdruck drin. Ja. Drehst du noch einen Klo ohne Hand ab? Na gut. Aber du kannst dich auch draufsetzen. Nein, mein Ding kann, ihr habt ja auch eine Frau anwesend, die möchte vielleicht nicht unbedingt ins Gewicht gehen. Warum? Ja, für euch Männer ist das ein bisschen einfacher als für uns. Äh, manche Frauen können auch im Stehen. Mit so einem Trichter, aber das ist irgendwie. Aber es kommt cool, wenn eine Frau sagt, sie muss aufs Klo und auf einmal im Stehen pickeln kann. Habe ich bei wilde Kerle gesehen? Kann doch das, oder? Schlauch unten rein, raus aus dem Alphaschluss und dann sieht er aus wie ein Dödel. Ja, die meisten machen das ja so, ne? Irgendwie. So? Ja, genau so mach ich das auch. Ja, die Kante macht das so. Ja, 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 so. So und dann Springbohnen. Und dann Mund auf. Und dann so. Ja. Oh mein Gott. Genau so. Oh mein Gott. So. Vorsicht, die Umfallen. Das ist glänkig. Ja, das ist ein richtiger Springbohnen. Ja. In alle Richtungen. Sehr froh, dass er nicht an ist. Man darf keinen gelben Schnee essen. Das ist nicht Juden, nein. Möcht nicht nach Zitrone. Aber bitte auch keinen braunen. Braunen? Ja. Ich habe noch nie braunen Schnee gesehen. Hä? Wenn die Straße, wenn das so matschig wird, dann ist der immer braunlich. Oder jemand, der ist extra ein Scheiß. Ich mache immer Kugeln raus. Manche Kuh. Sollen wir eine Schneeballschlacht machen? Aber ohne Steine drin. Das wäre produktiv und ohne Eis. Ich habe keine Handschuhe mit. Warum? Ich habe empfindliche Finger, dann wären die immer so eiskalt. Warum? Grüne Wäldchen, komm her. Genau. Max Will, das ist auch immer so eiskalt. Wo ist denn der Oprein? Äh, irgendwo unterwegs. Nicht bei uns. Glaube ich. Ist der nicht bei euch im Kopperraum? Nee. Im Handschuhfach? Warte, ich schau nach. Nee, da auch nicht. Sicher, hast du die Ecke da hinten nachgeguckt? Nee, warte kurz. Ich schau doch mal rein. Hier, gucken wir mal ganz genau. Nee, ist kein Oprein. Oh, verlob. Oh. So, wollen wir unserer Mission weiter nachgehen? Wir gehen weiter unserer Mission nach. Welche Mission? Mission Sky anschauen. Nein, wir wollen Crepes haben. Ja, müsst ihr beim Lost North vorbeikommen. Da müsst ihr zum Kuh. Da ist keiner. Das ist ja die Kacke. Ja, es gibt keinen anderen Crepes-Verkäufer außer dem Kuh. Ja, aber vielleicht hat ja noch irgendjemand Crepes. So, uralte. Wollt ihr auch Crepes? Ja. Ja. Okay, sobald wir das Lost North antreffen, komme ich vorbei und bring Crepes vorbeikommen. Ui. Bring mal so 500 Stück mit 500. Geil, jetzt kuscheln wir sogar mit der Polizei. Oh, geil. Soll ich auch steigen, kuscheln? Boah, da hole ich mir mal glatten Indexus Energy. Geil. Lake Heroes, danke für den Primendritten. Mr. Trucks, danke für die Primendritten. Schoko, danke für den WeStumendritten. It's Andrea, danke schön für 100 Bits. Xjo, danke für die WeStumendritten. Und Chuck, danke schön für 5 Gifte Zabs. Dudi. Ey. Ja. Was denn? Wurde denn sein Büro jetzt trotzdem noch gebaut? Ähm, ne Comic-Gruppe. Ja, das ist halt das Problem. Wurde nicht gebaut. Ja, siehst du. Ja, betrachtet. Dann kannst du dem halt auch nichts, ne? Aber der ist kein Kuppe mehr. Ja, ja, eben. Und das meinte ich ja vorhin mit dem Rasen, ne? Ja. Der erst da war und gemäht werden sollte, aber dann auf einmal kein Rasen mehr da war. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Und darfst nicht vergessen, der Architekt, der hat ja schon die Pläne dafür gemacht. Ja, das ist... Aber der wurde halt nicht gebaut, ne? Wurde halt nicht gemacht, weil der sich nicht mehr gemeldet hat. Genau. Und damit ist das eigentlich vom Tisch. Ja, aber weil der nicht mehr bei den Cops ist, kann man doch jetzt quasi... ...dem sagen, dass der den Deal trotzdem einhalten soll. Ist doch nicht vom Architekten die Schuld, dass der auf einmal sich... ...dass der auf einmal verschwindet. Ah, spürt die Theka. Theka. Salam. Auch mal wieder geschafft. Ja, selbstverständlich. Ich war gestern da. Wo warst du? Ich weiß es halt nicht, ne? Achso, ja, ja, ja. Ich musste, ja, für Kiki was erledigen. Also, irgendwo kann ich schon verstehen, warum, ne? Ja, aber das Gleiche machen die Nachtschicht doch auch bei der anderen Villa. Sollten wir nicht dann lieber den Fokus auf die Villa legen? Anstatt auf die andere da? Ja, aber... Man weiß halt nicht, wie oder welche Beziehung der noch in SPD hat, ne? Da ist es wahrscheinlich ein bisschen eher brenzliger als wie in der anderen. So wie ich gestern rausgehört habe, hat der O'Brien-Typ gesagt. Hat er sich über den lustig gemacht. Ja, ja, das mag 1, 2, 3 oder auch vielleicht 10 Kopf sein. Ja, aber seit wann interessieren wir uns dafür? Waren wir Angst? Nein, darum geht's nicht. Aber warum sollen wir uns das schwer machen, wenn es auch irgendwo leichter geht? Ja, aber du hast doch gehört. Die Frau hat gesagt, geht. Ist nicht. An den Typen kommen wir nicht an. Der ist komplett verschwunden oder so. Aber eine Frau. Und was wollen wir mal bei der Frau machen? Der hat die... Der hat sagen, dass die den Deal erhalten sollen. Ganz einfach. Aber die arbeitet die nicht oben bei Dings? Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Finanztante vom Lerhurt. Übrigens hat der Fischer mich gestern gefragt, ne? Nach einer anderen Villa. Die wissen davon Bescheid, glaube ich. Was ihr da macht. Ja, die haben wir ja auch dann in dem Dings gesehen, in dem Hinterhof. Die haben zugeguckt und sind weggeflitzt dann. Denkt an, die haben euch auf dem Schirm, ne? Dass ihr da irgendwas macht. Ja, was sagst du, Juni? Äh, ja. Okay. Jut, Jut und selbst? Äh, ich kann den machen. Warte mal kurz. Wisst ihr noch, was das lustige an der Sache ist, meine Villa, die ich haben will? Äh? Dieser Hunt hat eine Villa und direkt gegenüber hat seine Frau ohne Villa, ne? Die haben zwei Häuser. Dann sollen die ja verdammt ziehen. Die besetzen einfach zwei Häuser da. Macht ja gar keinen Sinn. Wir laufen nur eben an eine. Die, die wir wollen. Und dem seine Olle hat daneben die, oder was? Mhm. Warum macht die dann Small Off über dem seine Villa? Ja, weil die das einem verentscheidet. Wie soll die Schnauze fallen? Da ist Wichser. Ja, bin ich auch. Bin ich auch. Da wird abgestochen. Die ist das eingeweiht und rausgeworfen. Wird angezündet vom Nasko. Da stehen wir. Mann, wir sind gestern vorbeigefallen. Da stehen immer nur zwei Autos. Ja, dieser Paragon mit diesem Kackbrauen und der Trax. Ja, und so eine andere Scheißdinge. Ja, Trax ist das. Ich geh die holen. Mir ist scheißegal. Ich mach dir das Leben zur Hölle. Versprochen ist versprochen. und nicht an, dass es gebrochen ist. Oder nicht? Eigentlich schon, ja. Seit wann hat Juni denn so Angst vor dem? Dass der irgendwelche Kontakte hat? Ich glaube nicht, dass der Angst hat. Nein, ich glaube auch nicht. Ich habe Angst. Ich darf nur bleiben hier. Aber ich finde, unsere Autos passen da viel besser hin. Wohin? Ja, da oben. Das stimmt. Aber zu welchem haust du das, was ihr am Bearbeiten seid? Ja, das ist doch beide halt. Ja, wir können doch auch beide einfach haben. Bruder, das ist mein Traum. Das werde ich mir nicht aus dem Kopf schlagen lassen. Ja, aber warum sollen wir uns für einen entscheiden, wenn wir beide haben können? Ja, aber, hm, bei der einen Sache bot einen die Hand eingeschlagen, dass man das macht. Bei der anderen Sache macht eher der Druck. Ja, und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Ich glaube eher, dass ihr im Knast landen werdet. Ja, ist nicht schlimm, wenn wir danach will haben. Wenn der Fischer und so das schon auf dem Schirm hat, dass die nachfragen. Ich gehe gerne in den Knast. Mit dem Fischer in der Affäre. Ach, deswegen ist der in seinem Bart immer so weiß. Ich glaube, du meinst du auch mal mit dem Fischer von Taiwan letztens, wo du warst. Ah, ja. Das kann natürlich sein. Der ohne Zähne. Oha, das hört sich immer wieder voll geil aus. Ja. Mal gucken, was Julien gleich sagt. Wenn nicht, machen die Rope und das. Ich habe gehört, dass es ein Gangster. Ja, die Frage ist halt, was wir da machen wollen. Das ist richtig gehört. Ja, wir wissen doch, wo die Frau arbeitet. Dann nutzen wir die als Druckmittel. Dass er den Deal einhält. Oder wenigstens nur gegen so einen Vorschlag macht, was er sonst haben will. Aber einfach zu sagen, nö. Dann bin ich sauer. Ich glaube, ich fahre da gleich nochmal hoch. Wo? Jetzt in der Villa gucken. Ja, wir waren, wie gesagt, gestern da, ne? Ja, gestern. Aber Max, wir fahren. Okay. Außerdem bringt das doch nichts. Die haben nur das Fokus recht. Ja, aber ich will gucken, ob die in den Kernen da noch stehen. Und ob da irgendwas bewegt wurde. Und ich gucke auch nochmal bei der anderen Villa. Okay. Bis gleich. Oder was sagst du, Tante? Ich will beide. Das verstehe ich wiederum nicht. Was wollen wir mit zwei Häusern? Einfach haben. Bieti, warum bist du heute so ruhig? Hast du gestern deine ganze Energie verschwunden? Ich glaube schon, Digga. Ich habe einfach zu lange Bude geputzt heute wieder. Was denn? Was denn? Ich habe gesagt, bis gleich, ne? Bis gleich. Ja, bis gleich. Mal mit dem Engel in die Scheibe los. Jetzt rufen mich unbekannte Nummer an. Das ist bestimmt dieser... Ah, ne. Hat der reingehaucht? Hallo? Guten Tag. Hallo? Wie kann man dir da helfen? Wer ist denn da? Äh, ich... Folg mich mal mit einem Trappenvereinbar. Ja, sag mir, wer du bist oder red nicht weiter. Was soll das? Okay. Ich bin... Ein Herr, der gerade eine Information bekommen hat. Äh... Bro, ich penne gleich ein, wenn du... Bro, ich laber mich nicht wohl. Dass sie eine Person... Ja. Ist der dumm oder so? Ich sag, sag deinen Namen und der laber da irgendwas, wenn du schlaft. Keine Ahnung. Das ist ein Herr, der gerade eine Information bekommen hat. Hä? Hä? Ja. Keine Ahnung, was der will. Ich sag, wer ist der? Das soll den Namen sagen. Unhöflich. Das war bestimmt der Hand. Hä? Ich glaube noch. Sag dir mal nicht seinen Namen. Hat der nicht gesagt? Will der nicht sagen oder was? Nö, ich hab gesagt, sag mir deinen Namen. Was soll denn das? Und dann meint er, ja, ich bin ein Herr, der eine Information bekommen hat. Da hab ich gesagt, laber mich nicht voll und hab aufgelegt. Wart nachvoll. Hahahaha. 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 Der wird ein Affe. Was will er denn, Alter? Hahahaha. Hä? Ja, wenn er das überhaupt war. Das hast du gerade nicht mitbekommen, Johnny, ne? Mit seiner Frau? Also, da ist die Tempo. Jetzt ruft er mich schon wieder an, ne? Was denn? Hallo? Ja. Äh, ich würde Sie mal gerne zu einem Treffen bitten. Ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Herr Pablo. Der was? Herr Pablo. Der Herr Pablo. Ja. Wollen Sie den Koks andrehen? Nee. Ja, und was wollen Sie? Äh, ich hätte mal so ein, zwei Fragen an Sie. Ja, dann stellen Sie die Fragen. Hätten Sie ein Problem mit dem Treffen? Was für ein Treffen? Na, würde ich gerne persönlich klären. Ja, woher kommen Sie denn? Echt? Boah. Ich bin Marshall. Marshall? Marshall Bruce Matters von Eminem oder was? Nee. Was habe ich mit dem Marshall zu tun? Äh, wir haben gerade gehört, dass sie einen Anruf getätigt haben soll. Ja, ich telefoniere jeden Tag. Dass sie jemanden einpacken wollen. Was will ich? Mhm. Hast du irgendwie Pilze gefressen oder so? Was kutscht schon da? Ja. Okay. Was soll dieses reingeschmatzte im Telefon? Wie sind Sie? Wie heißen Sie denn? Ja, das geht wie ein Scheiß da gar nicht, der Aussage. Wem will ich einpacken, anpacken? Bist du das Wahnsinns, Junge? Okay. Stoppst du dir da gerade eine Kippe, Alter? Nee. Ich glaube, du hast nicht mal deine Nummer vertan oder so. Okay. Ja. Dann durfte es ja kein Problem sein, mir mal ihren Namen zu nennen. Das geht nicht ein Scheiß da gar nicht scheiß. Du hast mich da angerufen. Du willst da was von mir. Okay. Dann wünsch ich dir noch einen schönen Abend. Ja, hau rein. Was ist denn mit dem, Junge? Der stoppt sich da eine Kippe im Hintergrund und ist eine Marschall und will sich mit mir treffen, weil ich jemanden einpacken oder anpacken will oder so. Hey, Onkel. Ja. Kennst du den da vorne, das ist dieser Tacker oder so, ne? Tacker? Ja, der braucht irgendwie irgendwen von den Yardis, der da was zu sagen hat. Warum geht der dann hier hin, Digga? Hä? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Yardis nicht zu Hause. Ist das hier zentral, oder was? Hä, wir kuscheln doch mit denen, deswegen sind wir noch mal hier. Junge, das war das weirdeste Telefonat, was ich in meinem Leben geführt habe. Wer war das? Werde ich angerufen. Irgend so ein Marschall, keine Ahnung. Wollt ihr? Sie müssen mich mit mir treffen, weil ich jemanden einpacken will. Das hat er gerade mitbekommen. Hat die eine Frau wohl Lautsprechhangen gehabt, mit einem Telefon. Und wo hat der Nummer her? Ja, wahrscheinlich von der Frau, vom Hand. Weil ich gesagt habe, okay, dann komme ich dich holen. Wann holen wir die jetzt? Der war, ich glaube, ein bisschen nervös. Der hat sich erstmal eine Kippe gemacht. Ja, besser ist es. Nein, wir holen die nicht. Das war erstmal so eine... Das war erstmal den Ofen vorheizen. Dass die den Hang, das Malte sagt, und der vielleicht doch noch kommt und sagt, okay. Ähm, gib mir das und das und dann können wir den Deal nur machen. Aber sich nicht melden und den Deal einfach platzen lassen, das ist schon frech. Das ist richtig frech. Das macht man nicht. Scheiße, voll die Villa. Oh, Schoko, andere Hose. Ja, ich hab's geschafft. Ui. Sein Feini. Alles gut bei euch. Ja, und bei dir. Ja, und bei dir. Ich bin mit dem Polizeian. Hallo, Mr. Pine. Och nee, nicht der. Okay, wir müssen los. Hallo. Ja, hi. Ich habe eine kurze Frage. Ja, fragen Sie einfach. Kann man bei der Polizei sexuelle Belästigung am Telefon anzeigen? Ja, am Telefon nicht. Dazu müssen ja vorbeikommen und die Tatschildern. Ja, mich ruft die ganze Zeit so ein Marshal an. Mhm. Und dreht sich eine Kippel dabei und schmatzt ins Telefon. Und sagt, dass er sich mit mir treffen will, weil ich den anpacken will oder sowas. Inwiefern willst du ihn denn anpacken? Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Fahr doch mal zum BD. Das geht mir übelst auf die Nerven. Und gib da halt, äh, schilder deinen Tatvorhergang, gib die Nummer da ab und dann kümmern sich. Ich kümmer mich das drum. Okay. Aber du musst dazu zum BD. Okay. Okay. Danke. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Ich gehe direkt das Anzeigen. Ich fahre mal kurz zum Puzzle. Aua. Das sah gerade aus, als wäre der Snowboard hier über die Autos rübergerückt. Ich fahre kurz zum Puzzle. Okay. Okay. Ja, der hat... Ich gehe dir den Wagen zeigen, Jürgen. Ne, ich muss mir... Ui. Pssst. Ich muss mir was aufhalten, deshalb, deshalb muss ich das am besten melden gehen, damit das dokumentiert wird, damit ich später, damit die mir das nicht vorhalten können. Von wegen, dass ich die angerufen hätte und irgendwas gesagt hätte, so. Kann ich dann abstreiten. Das ist immer gut, wenn man was auf Papier hat, so. Falls du Beweise hast, das Maulnicht, Jürgen. Ahahaha! Ahaha! Okay. Das war's für heute. Ich denke, das ist aber auch in den Diensten. Passt, dann wünsche ich dir doch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Ähm, wie sowas haben sie da aktuell... Ach. Hallo? Was machen sie denn für Geräusche? Ähm... Er sagt kurz EMF auf 5. Hallo? Oh mein Gott. Nein. Kann sie sich kurz hinsetzen, bitte? Auf keinen Fall. Ähm, hallo. Hallo. Muss ich mich auch setzen? Ne, sieh nicht. Was soll ich denn auf dem Boden machen? Hey, die von mir aus setz dich hin, schnür deinen Senkel... Oh ja, das kann man doch auch anders sagen. Ich such dir was aus. Das kann man auch anders sagen. Ach so. Ja, was soll ich sagen? Sie blenden mich. So. Ich kann sie nicht angucken. Und jetzt? Blö. Besser? M-m-m. Ich rede einfach mit dem Herrn hier. Ja, ja. Dann hab ich Pausen. Die ist noch nicht so weit. Die ist noch nicht so weit. Kann man aber auch anders sagen? M-m. Ja, wie ist einer? Ich hab da mit dem Herr O'Brien redet. Und der hatte mir gesagt, ich soll das beim PD melden. Ähm... Hören Sie mir zu? Ich bin ein ganzes Ohr. Ich werd andauernd von der Nummer angerufen. Und angeblich ist das derjenige im Marshall. Und der schmatzt im Telefon rein. Und raucht eine Zigarette. Oh. Hallo. Und der sagt mir solche Dinge im Telefon, dass ich den anpacken möchte. Oder irgendjemanden anpacken will. Ach so. Okay. Aha. Also auf eine ganz ekelhafte Weise sagt er mir das. Ich glaub das ist ein bisschen ein sexueller Hintergrund. Ach so. Und das möchte ich gern anzeigen. Das ist nämlich Belästigung. Gehen. Welcher Marshall ist es? Bitte? Welcher Marshall ist es? Der hat keinen Namen gesagt. Ich hab nur seine Telefonnummer. Ja. Leitstelle? Das geht... Ich bin nicht bei der Leitstelle. Vielleicht steht da hinten. Dann geben Sie doch mal die Nummer ab. Beim ersten Mal ist das lustig, aber wenn das öfter passiert, nervt das halt. Willi? Jo. Drei mal die fünf. Ja. Acht, fünf. Was war das erste? Drei mal die fünf. Acht, fünf. Ja. Acht, neun. Acht, neun. Sieben, drei. Ja, nee. Und die fünf. Oh nein. Sorry, wir haben grad Funkfeuer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Junge, warum sind die Leute hier unsichtbar? Das kann natürlich so in die Hose gehen und der könnte dem am Telefon sagen, dass ich irgendjemanden angehe, aber ohne Beweise und so. Egal. Hallo? Der Herr? Der Herr? Und ich bin ganz, 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 ganz großen gefallen. Der Herr? Ja. Wir haben jetzt einen Großeinsatz. Kommen Sie bitte in einer Stunde wieder. Okay. Geil. Gangi shops aufs Raum. Eigentlich müsste sowas auch verboten werden, dass wenn man mitkriegt, dass die Polizei einen Großeinsatz hat, dass wirklich alle Einheiten irgendwo in irgendeinem RP-Dings mit teilnehmen, so, dass man da nicht gezielt abusen darf und shops ausrauben kann. War los, Junge. Na hör mal. Nicht gut. Warum haust du mich an? Wollt ihr Angst machen? Was machst du da? Ich hab dein Auto geholt. Ja, das ist mein Auto. Endlich. 13.000 hat's gekostet. Was? Was habt ihr damit gemacht? Unfall. Verunfallt. Was für ein Unfall? 13 Riesen? Mhm. Mit nem Tell-Namen. Was sind denn die anderen alle? Boah. Weiß nicht. Hier ist niemand. Glaub ich. Außer ein Autocorso, der ist grad vorbeigefahren. Der hab ich gesehen. Voll crazy. Und wie geht's dir? Jo. Ich hab nen Stalker, ne? Ich mein, uh. Was hast du? Ich hab nen Stalker. Echt wen? Ich rufe mal so ne Marshal an und hauch ins Telefon. Uh. Warte. Wie der Anwalt? Was für ein Anwalt? Der hieß doch Marshal, oder nicht? Von damals. Kann sein, dass der das ist. Also im Knast war der Wichser. Der hat mich verrotten lassen in der Zelle. Kommst du jetzt? Na, wohin denn? Da pfohlen uns zu nem Pfohlen. Ich geh schon mal vor. Okay. Naja, das ist tatsächlich verbunden. Du darfst die Mucke nicht so laut haben. Hure! Beuglin! Aurelack! Polizei hat Großeinsatz. Die können meine Anzeige nicht aufnehmen. Tops! Braucht Geld? Ja, ich mach das nicht. Warum nicht? Wegen Kameras. Die nehmen meine Anzeige auf. Aber nur wenn die Polizei was zu tun hat? Mach du! Ich mach. Mach bitte Goofy! Nee. Dann mach du! Der will nur vor mein Geld haben. Ich muss das klären. Nee, nicht, dass das... Nee, ich mach doch nicht. Naja, ist doch besser. Ja. Auf so nem Niveau sinken wir nicht. So nem Niveau mach ich nicht. Au! Au, nein! Finde ich gut, dass Beatty das nicht macht. Scheiß auf Kohle, Alter. Kann ich auch zuhören? Wir sind schon fertig, gehört das. Kein Problem, Junge. Junge! Verzeih meine neuen Anzeige nicht auf. Was? Mich ruft immer so ein Marshal an, der belastigt mich. Pack noch rein. Was? Warum nicht? Was? Warum nicht? Fack den ein, hat der gesagt. Ach so! Der ruft mich an und sagt, lass uns mal treffen. Du willst einen anpacken und sowas. Vielleicht will er dich anpacken, Alter. Ja, stimmt. Der hat mich gesehen, mich mit meinem neuen Pullover. Die Checkout. Ich muss mal kurz zu Jeff und dann muss ich mich um was kümmern. Ich komm heute noch mal. Kein Tacker. Ich bin Spiller. Hau rein, Tacker, Motherfucker. Was wollt der? Irgendwie waren bei denen irgendwelche, keine Ahnung, Tabelle gemacht, aber jetzt sind alte Yaris wohl. Und wo arbeitet der? Der arbeitet für uns. Achso. Was macht der? Willst du verraten? Dicke Joints drehen. Dicke Tüten? Ja, ja. Dicke Babas. Dicke Arsch und dicke Tüten. Das ist mein Motto. Das ist mein Motto. Nur jetzt hat der ein Kollege und der ist gerade irgendwie ne Geisel geworden. Aber was für alte Yaris? Sind doch alte Yaris von früher wohl. Wow. Und wo sind die? Das ist ne gute Frage. Die tragen auf jeden Fall irgendwie schwarze Bandanas mit dieser italienischen Flagge drauf. Da. Robolino will irgendeinen Joker anrufen. Gutsche bin deiner. Von meinem Boy. Oh, Schüpfke. Ha? Aber deine Haare sind hinten ein bisschen zu lang, ne? Ich schneide mir die jetzt aber nicht ab. Mach den... Mach den doch nen Dot. Wie Machine Gun Kelly. Boah, voll die gute Idee. Ähm. Ich hab mit dem Architekt gestern gequatscht, ne? Ach. Der hat nichts von diesem Hand gehört. Und ich hab vorhin mit der Frau vom Hand gesprochen. Die meinte, der Deal ist geplatzt. Der hat ne Frau? Jaja. Und die meinte, der Deal ist geplatzt. Die geben die Wille nicht ab. Warum hast du nicht mit Hand gesprochen? Ja, weil der ist unauffindbar. Wie? Ja, der ist undercover. Der ist aus dem PD raus und so. Dann hab ich zu der Frau gesagt, okay, dann komm ich dich holen. Ja. Reden wir mal mit der oder wann? Joa, wir holen den Mama. Mal gucken, vielleicht meldet der sich auch. Irgendwann mal? Ja, mal gucken, vielleicht fruchtet das ja jetzt und sie sagt seinem Mann Bescheid. Und das fruchtet und dann meldet der sich. Bin bereit. Hast du den Kriegsschuhl ausgepackt? Ja. Was machst du damit, komischer Typ? Also reden wir gleich mit der R? Nein, nicht heute. Wir müssen ein bisschen Zeit lassen. Huah! 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 Boah, du darfst nicht verlieren, ne? Ja, du darfst aber nicht verlieren, ne? Ja, du darfst aber nicht verlieren, ne? Wenn du verlierst, ne? Weißt du, was dann passiert? Dann musst du dich anstrengen. Ja, frag mal nach, Wels. Wels fragt nach. Wels fragt nach. Hunderttausend? Wels fragt nach. Hunderttausend? Hunderttausend geht's da. Oh mein Gott, ich muss babyen! Du hast hier letztens auch weggemacht. Auf! Ohhh ich muss... Klo... Hilfe... Ruaah! Vielen Dank. Vielen Dank. Oder wird es jetzt auf Heal Key oder sowas spekulieren? Das ist alles detected, Junge. Hast du schon mein neues Kennzeichen gesehen? Ja. Hast du schon mein neues Kennzeichen gesehen? Hier sind gefühlt 500 neue Autos, also nee. Also einmal habe ich das Kennzeichen GTA für Get the Ass. Ja, klar. Dann Ock für Out of Control. Und Meter, weil ich ein Autos, was zwei Meter ist. Warum heißt das dann nicht zwei Meter? Kein Platz. Kein Platz. Ah, Platz sparen. Wie ein Meter. Kleine Kennzeichen immer besser. Umweltfreundlich. Genau. Und mein Auto ist Sublo. Mein Auto hat gar keins. Wollen die sich jetzt pugeln? Mein Auto liegt hier überall. Wollen die sich jetzt pugeln? Gefragt und der meinte, ja, ich frage mal da auf. Dann kann man auch. Oh, Digger. Oh, Digger. Okay, ich mach's gerade auf dem grober Punkt. Ich fände das nicht witzig. Oh, Digger. Komm, hau den mal auf. Was fressen Sie? Komm, bitte. Mach mal, bin ich fertig jetzt. Mach mal, bin ich fertig oder was? Oh, das ist fertig. Oh, das ist fertig. Oh, Digger. Oh, Digger. Wir haben einfach eine Geheimspannung. Du kannst es mit dem Bullermann jetzt so lange. Da kommen Schneeflocken aus dem Mund. Ja, ich weiß. Ich mach manchmal Eis damit. Ich hab den Blizzard-Atem geerbt. Wann auch. Kannst du auch Eiszapfen spucken? Nein, aber pissen. Ich schon, guck. Boah, John, Alter, voll in die Walle. Dreckiger. Ich hab dich gestern angerufen, Digger, weil du warst nicht mehr dran gegangen. Echt? Oh, Digger ist doch da. Boah. Ja. Kein Wunder. Ja. Tagsam. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Ja, muss und dir? Auch gut. Ich hab mit der Frau vom Hand gesprochen, ne? Nein. Und ich hab nicht mal was von den Bilder gesagt. Ich hab nur gesagt, dass ihr Mann Geschäfte macht und der spurlos verschwunden ist. Und sie wusste irgendwie schon Bescheid und hat sofort gesagt, dass der Digger platzt ist. Dass sie das Haus nicht abgeben. Ja, dann würde ich mal gerne wissen, woher du das weißt. Was denn? Ja, woher du das weißt, so. Von dem Deal. Ja, wahrscheinlich hat er ihr das erzählt. Ja, na gut, das kann gut sein. Ja, aber wo ist er denn? Ich hab ihn gesagt. Da hat er nichts gesagt. Kann sein, dass mir ne Sicherung durchgebrannt ist und ich zu der gesagt hab, okay, dann komm ich dich holen. Ja, dann komm. Und jetzt hat mich so ne Marshal angerufen. Dein Marshal? Was will der denn? Ja, die hat das halt direkt weiter gesagt, ne? Dass ich mit mir treffen will. Ja, dann lass dich doch treffen. Nein, ich treff... Mann, der Typ hat sich während er mit mir geredet hat rumgeschmatzt und sich in die Kippe gedreht. Das ist voll der Ekelige. Ja. Also, ja, brauchst du keine Angst vor dem. Wobei, vor dem brauchst du keine Angst haben. Nur damit du Bescheid weißt, die geben das Haus nicht ab. Ja, das muss er mir erklären. Doch, das werden die. Ich glaube nicht, dass der sich bei dir melden wird. Und darum geht's ja. Das ist nur unverschämtheit. Das ist nur unverschämtheit, dass der sich nicht mal meldet und Bescheid sagt. Richtig. Richtig, aber das ist ja kein Problem. Wir können ja auch dann einfach sagen, dadurch, dass er sich nicht gemeldet hat, bleibt der komplette Deal auch mit ihrem Chaos so. Das ist ja kein Thema, dann bauen wir das halt nicht. Mit welchem Haus von der Frau? Na. Das ist sowieso total bescheuert, dass die Frau dann im Villa hat und direkt gegenüber der wohnt. Ja, richtig. Dass die als Ehepaar sowas machen können. Ja, ja, richtig, richtig. Aber gut, wenn die meinen, der Deal ist gut, dann ist halt der Prozente Deal mit dem Haus geplatzt. Das ist doch kein Thema. Das Rechenwerk hat eben da doppelte Prozente drauf, die wir erwart gegeben haben. Das ist doch kein Ding. Und ich versuche auf anderem Weg da dran zu kommen. Ja, aber wie willst du denn da reinkommen? Soweit ich die Informationen habe, ist dieses Vorkaufsrecht total egal, ob du das hast oder nicht. Warum? Warum? Wer hat mir das gesagt? Irgendjemand meinte, das ist egal, ob du das hast oder nicht. Das Haus gehört nicht hin. Oh, es geht. Nee, das gehört nicht dir. Nein, 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 das ist ja nur das Recht, dass du da kaufen kannst. Du darfst nur als erstes das Kaufen, also du darfst das Recht dazu. Und es ist blockiert so lange. Ja, aber wenn man das Recht hat, das zu kaufen, dann... Hm. Ja, ich versuche irgendwas. Vielleicht bruchte das halt, dass ich gedroht habe. Meinst du? Ja, wenn ich dann hole ich die. Schmeiß ich die von der Brücke? Können wir die vorher nicht alles noch... Ja, gut, keine Ahnung, ich kann mich auch mal ein bisschen schlau machen damit, aber... Ja, du bist ja nicht getankt, du hast mehr Ahnung. Ja, davon leider nicht. Davon kannst du halt nur, ähm, das Ding halt, wenn du, ähm, wenn du halt die DOG musst, musst du Friedhoff mal fragen, was der Herr dazu sagt. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja keine Verträge oder so. Das ist ja nur eine mündliche Sache. Ja, mündlich. Man, ich kann dann nirgends wohin gehen und das anklagen. Wieso, du kannst... Du kannst... Du kannst... Was denn? Also, wenn du versuchst, an den Rasenmäher in deinen Abschleppwagen zu hängen, ne? Das ist Houdini. Das verstehe ich nicht. Ja, Houdini. Mit diese... Diese... Ja, Houdini kann ich aber... Ich habe die Pointe nicht verstanden. Ja... Ja... Der Rasenmäher am Abschleppwagen. Ist wie Houdini. Der Rasenmäher am Abschleppwagen ist nicht Houdini. Der Rasenmäher am Abschleppwagen ist nicht Houdini. Ist das der Opa? Wir haben... Wir haben... Wir haben einen... Was? Ich muss in Deckung gehen. Moment. Ich habe Angst. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Geht's dir gut? Noch... Da... Bist du schon wieder besoffen? Leider nicht besoffen. Schön wäre es, wenn ich besoffen wäre. Das würde das gerade viel einfacher machen und erklären. Also ich glaube, auf einem normalen Weg kommt man da nicht rein. Ich kann mich mal bei Filterfrau machen. Okay. Ich rufe den gleich mal an. Und dann bin ich nicht her bei dir. Du kannst ja sagen, dass ihr, ne? Du jetzt echt... Ach, du machst das schon. Wenn nicht, dann... Ja, das habe ich auch noch vor. Wenn nicht, dann... Mach etwas Extremes oder alles chillen wie ich heute. Wenn nicht, dann beauftrage ich Leute, die den Ausfall nicht machen. Oder die die Frau da holen. Ja, mach das. Mach kaputt. Mach kaputt? Ja. Das ist echt cool. Also scheiße. Meintest du dich dann nochmal, wenn du mit dem Quatsch hast? Ja, mach ich. Okay. Dann bis nachher. Alles klar. Bis weiter. Na. Junge, die Russen sind einfach nur irre, Alter. Wer hat denn da gerade so rumgeschrien? Wir sind halt. Häm, häm, häm. Ich bin ganz kurz verrückt. Ich bin nicht so schnell. Heißt das nicht, der Typ aus dem Unicorn? Hallo. Der hat sich einen Rutschner anladen. Was? Ja. Alles klar. Hat er es nicht mitbekommen? Nee, aber der Typ, der fragt irgendwie nach der Villa vom Knicker oder so. Wer hat denn das für das Knicker? Ich habe keine Ahnung, aber der hat gehört, dass wir die Villa vom Knicker haben wollen. Und der will, dass irgendwie einigen, dass er die behalten darf oder was. Ich kenne keinen Knicker. Weißt du irgendwas davon, dass die Jungs eine Villa haben wollen? Hand. Ja, vom Hand, aber das ist nicht die vom Knicker. Ja, vom Taxifahrer oder so. Achso. Hallo. Nicht Knicker, Hand heißt der. Achso. Achso. Weil ich hier, ein Kollege steht da, der sagte, ihr wollt ihn sein Haus haben und wollt ihn umlegen. Wer denn? Hier, der hier. Hallo. Wer will denn ein Haus da? Ihr wollt wohl sein Haus haben. Hallo. Was für ein Haus, Digga? Was für ein Haus das? Warte mal, ihr wisst von gar nichts? Nö. Von wem denn jetzt? Ja, von Knicker, der hinter mir rechts steht. Ja, aber was für ein Haus? Den habe ich noch nie gesehen. Der ist so. Okay. Wer hat denn Knicker von euch? Ich, Mann. Achso, okay. Wir haben gesagt, hey Knicker, wir wollen dein Haus haben. Das gefällt uns. Wir haben eine emotionale Bindung dran. Bla, bla, bla. Entweder du gibst uns das, oder wird ich noch nie ab. Wer hat denn gesagt? Weißt du, die Namen? Irgendeiner hieß, glaube ich, Bademeister. Ich weiß, dass es um eine Villa geht, aber darum kümmere ich mich gerade. Und das ist die Villa vom Hand. Achso. Die Villa vom Hand? Ja. Sicher? Ja, 100%. Drogen wurde an Knicker ausgestillt und ich wollte mir, erst mal wollte ich Gras kaufen, das war Nummer eins. Zweitens, wollte ich halt das klären, weil natürlich ein Knicker ein Freund von mir ist und ein Angestillter und natürlich können wir da vielleicht irgendwie was klären, denn sonst lieber. Weißt du, bevor man sich da irgendwie obfackt, die ganze Zeit? Was ist denn hier Taxi? Wir können euch ja vielleicht auch ein Angebot machen, dass wir sagen, okay, ich kriege vielleicht ein, zwei Fahrten umsonst, so wie dein Kollege schon sagte, ihr wollt ja auch einfach mal hier raus. Wir machen ein fairen Angebot, wenn es um die Villa geht. Ich habe keine Ahnung, wo ist denn dein Haus? 5949, links neben dem Golfplatz. Das letzte Haus, links unten. Ich rufe gleich zurück. Bademeister. Was ist denn hier los? Hallo. Hi, Goofy. Was ist mit dir passiert, du Gang? Neben dem Golfplatz? Mhm. Wo sind wir? Alter. Wo neben dem Golfplatz? Aber nicht da, wo die Zupranos sind, ne? Oder Bayern? Eine Straße südlich davon. Die Eumannstraße. Keine Ahnung. Die Eumannsack, was da ist. Bademeister habt ihr gesagt? Ja. Ja, filmen wir. Frage ich. Weiß ich nichts von, wirklich nicht. Gut. Ich habe deinen Kollegen mal eine Nummer gegeben. Ruf mich auf einen, wir klären das. Die. Machen wir. Die. Gut. Wo ist mein Gras? Hat deine Gras stecken? Ne. Ich wollte gerade kaufen, für 54 hat er gesagt. Mit sowas Dreckling habe ich nichts zu tun. Nicht. Super hast du nichts? Ich habe was, wie viel denn? Ein nur. Ne, zwei hat er gesagt. Ach, zwei. Ich wollte zwei kaufen, ja. Aber 450 für zwei? Ja, hat er gesagt. Ne. 900 für alle. Also Pro, Pro, 54. Ja, ja, Pro. Also, ne. Ich kann es ja nicht mehr aufstellen. Ganz so. Hier geht eine Quittung dazu. Boah, wenn du willst, kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen. Wieso das denn? Das ist meine Stimme, was soll ich denn machen, Minion? Räum mir nicht ins Ohr, blödmal. Ich freue mich, das ist meine Normale. Du bist mit der Hand zu drehen. Ich freue mich, soll ich flüstern, wenn ihr wett? Ja, bitte. Okay. Wie ist denn das entstanden mit der Villa? Ja, weiß nicht. Da wurde ein Haus gebaut, mit so Steinen. Kannst du mal die Klappe halten, Mann? Ich bin Donnerstag bei mir aus dem Haus gekommen. Da standen halt vier Autos da. Also, beziehungsweise ein Truck und drei Autos. Alter, spuck mich doch nicht an. Ich stehe so drauf, Alter. Ja, keine Ahnung. Dann hatte ich mit Hans gesprochen. Der meinte zu mir, ja, Tank. Mit wem hast du gesprochen? Wer ist Hans? Ja, der kippt allerdings mit dem. Ich nehme auch den hier angesprochen. Kannst du zurück, Mokzo? Boah, halte mir Klappe. Ich will das wissen. Entschuldigung. Ja, der wird gerne mit Knicker reden. Er gibt mir sein Wort, dass nichts passiert und so weiter. Ich soll mir den Treffen ausmachen. Ja, ich frage den Bademeister. Wieso heißt der eigentlich so, konnte ich schwimmen? Weil der ein Bademeister ist. Achso. Das hat er gelernt. Das kann man ehren? Da bist der Meister vom Frauenbad. Achso. Das muss die. Ich weiß nur von einem Haus und das vom Hand. Von dem Polizeiemen. Ex-Polizisten. Achso, du hast Warrad gekündigt? Ich glaube, der wurde gegangen. Achso. Er ist gegangen wo. Da ist wohl eine Hand frei. So, da bin ich wieder. Tachsam. Hallo. Brauchst du deine Joints? Nee, hab ich noch nicht. Ja, gut, dann komm mal her. Jetzt suchen drei Leute Joints. So, neun Minuten Dollar sind das. So. Ich hab doch gesagt, das Ding ist schon los. Was haben die denn gesagt? Kamen die mit meinen Zwieher? Moin Gott. Ich sag mal, die haben halt so gemeint, dass ich ein bisschen Zeit kriege, mir was Neues suchen soll, weil denen das Haus halt gefällt. Ich hab gesagt, ja, was macht ihr, wenn ich nicht ausziehe? Warte mal, jetzt verstehe ich auch, warum der Fischer mich gestern gefragt hat. Ich bin ehrlicher, gerne. So, Jungs, ich hab mal ein Gras. Du kannst mir dein scheiß Haus alle halt erklären. Fisch. Komm, wir laufen jetzt. Alter, halt mal ein Bubble. Halt, tu mal ein Bubble, du Mistgeburt. Boah. Was ist los mit dir? Hab ich nie. Hast du deine Päne nicht genochen? Nee, hab ich nicht. Ja, mehr geht es. Hier, Freunde. Der Fischer war nämlich gestern hier und hat mich auch gefragt nach einem Haus. Hat sich erledigt, der hat schon bekommen. Doko, geh zurück, bring wieder weg. Also, tut ihr das, wenn ihr das nicht alles gemeinsam gemacht, sondern ein Teil von euch machtet, oder wie? Was heißt Kuppeln? Ja, hier macht jeder das, was er will. Das ist ein Park. Wo man Drogen nehmen kann. Na, ich maul so eigentlich. Bin vernünftig. Jo, jo. Sicher? Wollt ihr nicht auch noch ein paar Drogen haben? Sind zufällig gerade noch welche hergebracht worden? Mein Mann, der Täter hat gesprochen. Nehmt keine Drogen. Ich hab noch zwei Jungs. Wurde dir irgendwie gedroht? Naja, man will mir das Leben zur Hölle machen, wenn ich bis Sonntag nicht gehe, also... Bis Sonntag, also morgen. Ja, morgen soll es nochmal ein Gespräch geben über meine Entscheidung, ob ich bleibe oder ob ich gehe. Man würde mir zwei Wochen Zeit einräumen, mir was Neues zu suchen, um meine Bude leer zu räumen, meine Karren mitzunehmen. Oder man macht mir das Leben zur Hölle. Du hast das zu negativ aufgenommen an dem Tag. Warte mal, das stimmt? Zum Großen und Ganzen, aber er hat es zu negativ aufgenommen. Können wir das nicht noch irgendwie flären? Ja, weil derjenige, der Bademeister ist nicht unterwegs. Der Penn. Ne, müssen wir auf morgen verschieben. Der Bademeister war auch nur Vermittler. Wer war denn der, der auf dem Auto saß? Finn. Boah. Ja, Finn. Wo ist der denn? Um welches Haus geht's? Irgendwann am Golfplatz. Aber so ein Haus ist nicht eh groß genug, zu groß für eine Person alleine. Das ist doch komplett egal. Der hat immer Nutten. Boah, cool. Ja, den haben wir auch. Das ist kein Argument. Der ist weg im bisschen Unicorn. Pass auf, Jungs. Weißt du denn, was dahinter steckt? Ne Ahnung. Ja, dann müsst ihr mal den fragen. Pass auf, Jungs. Ich habe nur meine Nummer, so solltet ihr euch nur mal seine Nummer geben. Und dann lasst uns dann morgen mal drüber in Ruhe reden. Ja, wie vernünftige Menschen. Aber wenn das wirklich stimmen sollte, kann ja sein, dass das jemand von hier war. Dass die Bullen da schon Wind mitbekommen haben, ne? Und dass der Fischer schon herkommt und nachfragt. Warum seid ihr nicht direkt hergekommen? Und wer sind die jetzt? Wie, wer sind die jetzt? Guten Tag. Hallo. Grüße. Guten Tag. Hi. Kann ich helfen? Ja, das ist der Dings. Irgendwas mit einem Haus. Ach so. Was für ein Haus. Ja, das ist doch immer ein Haus. Aber Schoko meinte, es stimmt. Ach so. Bademeister, irgendjemand ist da hingegangen und meinte. Aber dir wurde doch gesagt, du sollst morgen vorbeikommen. Ja, ich wollte mal fragen, ob wir da nicht was anderes klären können. Mein Junge, der wohnt ja ja da. Ach so. Ja, aber dann, weißt du, derjenige, der mit dem gesprochen hat, der soll halt auch selber mit dem klären dann, weißt du, was ich meine? Ja, gut, nur ich erst lande. Ich ging nur darum, weil ich wollte mal gucken, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, weil natürlich will ich, dass meine Jungs hier wohnen, wo sie wohnen. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ja, ja. Okay, kriegen wir schon alles hin, ne? Sonst, wenn was ist, ne? Also, wenn ich irgendwas hab, was schlimm sein könnte, geht er mit uns. Peter, ansonsten kommst du mir. Und für uns. Boah, ich denk mal, so gegen Abend oder so, wieder die selbe Zeit. Demals kriegen wir hin, bestimmt. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. 15 Mille. 15 Mille. Oder Knall. So viel haben wir nicht. 5 Mille bedeutet 1000, ne? Ach so, ja, das ist okay, ja, warte. Nein, wir reden mit Quatschmo und so. Gut, kein Stress. Oh, schreit der so. Halt doch mal die Fasche! Boah, Junge, ihr geht mir schon auf den Sack. Das haben wir mal die Kinder auch immer. Das sind deine Söhne, ne? Nee, der nicht. Ich hab 56 Kinder, aber er gehört nicht dazu. Im Grunde genommen, damit du dich nicht mal drauf einstellen kannst, ne, ist das so gewesen, so wie ich das jetzt verstanden hab, dass diese Villa, dieses Haus, dieses Grundstück an für sich eigentlich irgendwie viel zu groß für den Knicker werden, haben die Jungs gedacht. Ähm, dass sich da wohl wahrscheinlich Leute, die halt mehreren sind, wahrscheinlich, also die die Fläche besser nutzen können und so was, weißt du? Ja, aber wer in Gottes Namen entscheidet darüber, wer wo wohnen darf? Oder soll? Hä? Oder hab ich das falsch verstanden? Egal, lass das, also morgen kommt der Wadermeister. Ja, ich glaube, da steckt mehr dahinter anstatt nur, naja. Gut. Alles klar, Jungs. Wie gesagt, meine Nummer habt ihr ja, sollst sofort Knicker anrufen, sonst ruft die Taxifirma an. Oder keine Ahnung wegen. Nein, nein, Taxi sollen wir rauslassen. Alles gut. Ja, ja, klar. Taxi wird da rausgelassen. Oh, ist gleich gut. Ja, die Jungs, dann fahren wir wieder. Ich zieh mir jetzt einen durch und ich schürfe abend noch, nicht? Ja, du, dann. Pass auf euch auf. Oh, ich hab Kopfschmerz. Was ne nette Familie. Imagine du kommst mit deinem Papa irgendwo. Egal. Und der redet für dich. Der Vater nennt sich einfach vor Fremden. Naja, Wadermeister und Finn und Finn und Finn. Also, die sollen das entscheiden. Ich bin auch kein Fan davon. Aber das Entscheidbrett im Garten. Das ist deren Ding. Wenn die irgendwas da machen, dann sollen die das durchziehen. Warst du? Aber du siehst schon, wie verzweifelt der Typ ist. Kommt dir hin. Der bringt seinen Papa mit. Und der beste Freund bringt sogar nur seinem Vater mit, Junge. Und der Vater muss reden. Nee, nee, der war halt so, dass quasi der Hans-Peter. HP. Der letzte Mal derjenige war, der das Gespräch irgendwie gemanagt hat quasi. Vermittelt. Oder vermittelt hat. Also, der war so die Vermittlungsperson, dass der Bademeister und der Finn mit dem Typen reden können. Eins kann ich dir sagen, die Cops haben das schon auf dem Schirm, ne? Und der, die haben wir erwischt da. Der Fischer war nicht gestern Nacht hier. Und der hatte mich, und dieser andere. Und die haben mich gefragt, ne? Ob wir da irgendwie eine Villa oder sowas haben wollen. Und ich hab dem halt von der Villa vom Hand erzählt. Und da meinten die Lüge nicht. Noch eine, noch eine. Wir nehmen alle Willen. Auf jeden Fall hat der Hans-Peter mich gerade angerufen. Und hat zu mir gesagt, ey. Egal, was mein Vater erzählt da, ne? Hört da nicht drauf. Ich hab damit nichts zu tun. Mein Vater, der ist ein bisschen durch im Kopf. Der dreht manchmal ab. Ist das nicht dieser Typ, der mit dem Kiez mit dem Frank abhängt? Ja, ja. Ja, der Taximeister, ja. Wahrscheinlich will der kein wisses Blut oder so. Dass wir jetzt denken, der Kiez mischt dich dahin. Nee, nee, darum geht's nicht. Johnny. Ja. Was ist mit diesem Kampf? Hm, ich erreiche die Frau nicht. Ähm. Ich weiß nur so viel, dass der seinen eigenen Vater nicht traut. Weil sein eigener Vater, weil sein eigener Vater, glaub ich mal irgendwie. Also er geht davon aus, dass sein eigener Vater mal in Auftrag gegeben hat, dass der vermöbelt wird und so eine Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Das selber machen. Richtig assi TV. Also wenn man mich fragt, wenn meine Meinung dazu zählt, ich bin nur für, dass die die Lampen in Ruhe lassen. Scheiße, wo das Haus, Mann. Ich glaub sogar, ich weiß welches Gebäude das ist. Aber das sollen die entscheiden. Genau, wenn die unbedingt aufbestehen, dann helfe ich denen, wo ich nur kann. Ja, das ist unter dem Parkplatz aus. Ja, guck mal. Vielleicht klingt das dumm. Aber stell dir mal vor, du wohnst irgendwo. Und du bist da zur Miete drinnen und du, wann zahlst du übrigens für das Vollverkaufsrecht? Jeden Monat, ne? Nein. Nur einmal. Du zahlst nur einmal. Ja, frag mal BOM, bei denen hat's auch geklappt. Curtis? Ja, aber die sind zu den 49ers gegangen, Junge. Aber Curtis, wir wollen doch auch die Villa vom Hand haben und den da rausjagen. Ja, eben. Ja, eigentlich schon. Bei der Hand ist jemand, der das handeln kann. Wenigstens ein bisschen. Und bei denen ist das so, pass auf. Aber die braucht man dem nicht. Und bei denen ist das so, der hat ne Villa und direkt gegenüber hat seine Frau auch ne Villa. Warte, die haben zwei? Mhm. Warum haben die zwei? Ja. Ja, aber der Krieger wohnt doch oben bei den Trailern auch noch, ne? Der hatte auch noch was. Boah, halt die Klappe, Junge. Ist wirklich so? Boah. Egal. Bademeister und Finn und wer auch immer, die sollen das entscheiden. Mir egal. Ich sag nur, ich find's nicht gut. Aber die haben das angefangen. Die haben schon einen Grund dafür. Dann sollen die das machen. Wie die möchten. Fertig. Und ich mach das mal dem Hand. Ja, die Karnen stehen immer noch da. Unbewegt. Hast du den Auspuff gepackt? Ne, ich hab geguckt wegen Schnee. Boah. 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 Schoko, dass du direkt kommst und dazugibst, ne? Boah, ich könnte... Boah, Junge. Das ist nett. Schoko, kommt einfach und sagt, nö, nö, das hast du falsch verstanden als Wilder Band. Was hast du denn gemacht, Junge? Ich wollte so tun, als hätte ich keine Ahnung, Junge. Da steht doch das Clowns Auto, wo unser Name als Kennzeichnung ist. Da steht der Chucky Park drauf und sowas. Das habt ihr denn? Ja, natürlich. Damit der weiß, wer das ist. Weißt du, was Bart Meister oder Können mit dem Russland besprechen wollten? Ähm... Dass die im Cube Drogen von uns nur verkaufen dürfen. Ja. Die haben irgendwie eigene Arbeit und verkaufen ihren eigenen Stoff. Hallo? Hallo? Ich hab schon wieder vergessen, ich rufe dich sofort zurück. Bis gleich. Ja, okay. Ähm... Nein, ich wollte gucken, ob der, ob der im Handy geht. Sollen wir das klären, oder sollen wir finden, Bart und Bart Meister? Weil im Prinzip wollen wir denen ja nur sagen, dass wir in dem Cube Drohungen verticken, dass die da nicht, dass die zu uns kommen sollen. Ja. Und? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit die, äh... Was die da genau wissen und, ne? Ja, die haben Arbeiter, die haben Arbeiter auf der Route von den Yardis. Ich glaub, irgendwie vier Stück oder so. Und die sind schon ganz lange drauf. Also schon... Ich glaub, die rollten die Bums auch übernehmen da mit den Dienern. Ja, und die haben bis jetzt noch nie was abgegeben an die Yardis. Das heißt, die verkaufen immer direkt oder halt bei dem Club. Und... Also die haben selber Arbeiter auf der Route? Ja. Aber haben den Yardis noch nie was gegeben? Aber eigentlich ist das... Genau, und eigentlich schon mit dem Abkommen ist, dass die das an die Yardis verkaufen. Aber wir haben auch mit den Yardis geredet und da waren... Da war nie was. Und eigentlich wollen wir die vier Arbeiter dann auch zurückzuhlen. Wahrscheinlich im Wald. Ich glaub, denn seine Tür klemmt auch noch. Was denn? Der findet's bestimmt im Wald selten, oder? Mhm. Der Ball ist da Bauchschmerzen, ich hatte angerufen. Der Ball ist da Bauchschmerzen, ich hatte angerufen. Ganz gutes Schmiermittel. Ne, selbst die Tür krieg ich nicht auf. Der hat von innen abgeschlossen, aber der hat Schlüssel verloren. Wir wollten... Ich weiß noch, dass Phil und ich gequatscht haben. Wir wollten... Auch denen anbieten, dass wenn... So eine Art Schutz, ne? Weil guck mal, die haben so viel Unternehmen. Die haben das Cube, die haben Werkstatt, die haben alles, ne? Ja, und den nimmst, ne? Dass wir da ein bisschen mit Business machen mit denen. Juni. Okay. Wie wär's, wenn wir die abknallen? Gut. Und dann mit denen reden? So haben wir ne gewisse Grundaggression. Du weißt nicht mehr, was da genau war, deswegen. Ey, seit wann ist ein Hase hier mit dem Kreisamt stehen? Was? Einfach mal rein, richtig schön. Ja? Von der Seite. Ach, der Hase. Schön von rechts rein, geschweidig. Zack. Immer rechts rum und breit machen. Ja. So einfach geht das Ding dann flöten. Ich geh in zu Kodi, ich hab Hunger. Keine gute Idee. Bist du's? Ja! Mach mal Platz. Der soll mir jetzt auf Finn warten? Ist das egal, halt? Mir auch. Der hat schon wieder Angst vor der Hochzeit. Die Sau. Eigentlich ist der Russland mega in Ordnung, ne? Der hat auch mal für 100.000 Mons Gras gekauft. Hast du einen guten Draht zu dem? Ja, ja, klar. Voll. Ja, war das jetzt Ironie, oder? War das ernst? Nein, das war ernst. Das ist könnte uns erkennen. Ja, dann redet du doch mit dem. Ja, aber der sollte bei sein. Ist halt mein Freund. Der kommt noch mit. Der kommt noch mit, aber du redest dann. Wir kommen noch mit, aber du redest dann. Also, ja, was sagt ihr denn dazu, dass wir lieber Business auch mal dem machen? Ja. Erst klüger, finde ich, ja. Vor allem haben die Nachtclub, Junge. Ja, und da steckt ein bisschen Geld drin. Da können wir gänzen mit der Gänse, Junge. Aber, aber verhandeln das, dass wir gerade... Können wir erpressen? Was? Warte mal, was? Wie können wir erpressen? Können wir erpressen? Wir können dich auch erpressen. Jede Woche eine Million und das knallt in jedem Club. Ja, ja, ja. Nein, Schwarz. Das ist doch mal was. War mein voller Ernst? Was glaub ich dir? Frontal rein. Ich rufe den Namen und frag, wo der ist und ob der treffen will. Wir brauchen eine gewisse Grundaggression, Jungs. Haben wir doch. Ich mach die Taktiken jetzt. Schwarz, komm. Du hast nicht mal geschafft. Hallo? War mir kurz drin? Können wir gerne machen. Wo bist du? Da oben bei Speedy. Bei was? Bei Speedy Customs. Warum Werkstatt? Cube Customs. Ja. Okay. Wollt ihr hochkommen? Juju. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Tschüssi. Allgemein die Russen, ne? Auch der Architekt und so, Alter. Die haben die übelsten Connections, ne? Die sind krass. Und der ist nützlich. Dann erpressen wir die doch lieber nicht. Braucht der jetzt eigentlich seine eigene Stadt? Nein, nein. Die ziehen weg. Ach stimmt, hat er mir gesagt. Wie die ziehen weg? Der Architekt verkauft seine Villa für 25 Millionen. 20 bis 27. Haben wir so viel? Die ziehen weg. Und wenn es dann irgendwie Businessgespräche gibt oder so, lässt er die einfliegen mit dem Privatlet. Boah, der hat ein Privatjet. Wohin zieht der Architekt? Wohin zieht der Architekt? Warum bin ich nicht überrascht? Ich denk mal, der kauft sich bestimmt ne eigene Insel. Ja, nein, 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 nein. Party, Party! Wenn es dann irgendwas gibt, lässt er einen einfliegen mit Privatjet. Krasser Typ. Privaler, Mann? No. Malboro Light. Blau. Auch. Auch. Ja, der ist oben bei Speedy Journey. Ja, dann auf geht's. Mit welchen Autos haben wir? Alles egal, nimm was, was du wollt. Können wir noch kurz warten? Ich muss noch Pipi. Ich habe du das. Kann mir noch was trinken geben? Ja, dann lass noch kurz essen und trinken. Dann lass noch kurz essen und trinken. Dann lass noch kurz essen und trinken. Ich hab Hunger. Komm mal aufs Seite. Ja, in den Autos ist doch genug. Wo? Ja, wollte ich auch grad sagen. Ich hab das komplette Menü dabei. Ja, ich hab nen schicken Burger. Komm mit, Kodis. Wo? Hallo. Ja, dann geht halt da hin. Tschüss. Fickt euch. Ja, hier. Also. Falls dir nicht reicht, oder falls dir die Auswahl nicht gefällt. Also scheiße. Ja. Erstmal. Dann ruf mal den Dings an. Den Chan. Und sag mal Dank für das Essen. Wen? Ja, den Dings. Hier, der rumgeschrien hat. Vom Kiez? Ja, ja. Habt ihr das geklaut bei dem? Hm? Tja, ab wann. Hahahaha. Hahahaha. Was guckst du schon wieder so? Jetzt fängst du oben noch in der Mitte, ne? Lass dir jetzt davon! Bock auf Duftkasse? Oh, geil! Na komm! Okay, wohin? Ja, warum fangen die anderen noch nicht? Ja, die kommen noch mit. Trottles stehen immer noch hier. Ab was war meine Nummer? Seht's? Ab was war meine Nummer? Max ist auf Klo. Der macht Pulla Pulla. Der Schweinhund. Zu wen fahren wir jetzt? Biti ist gar nicht irgendwo ihn gefangen, ne? Biti? Der wollte Essen holen. Der Trottles. Zu wen fahren wir jetzt? Wir fahren zum Russland. Ich auch noch mal kurz Toilette. Das ist schön dort. Das ist oben Norden. Du musst auch auf Toilette, aber die besetzen alle. Ah, da hätten sie doch genug. Die sind eklig. Die sind bei mir zu Hause auf Toilette. Vielleicht bei Hase. Der Klauphine ist ja ganz gut. Da machen wir Ansagen. Was machen wir? Ansagen. Wo? Bei den Russen. Nein, die können sich wehren. Wir gehen nur gegen Leute, die sich nicht wehren können. Ja, stimmt auch wieder. Hast du schon Bilder vergessen? Ja. Ich bin dumm, Mann. Ja, verhaut die Frauen und Kinder. Und die schwachen und die kranken. Das klingt nach uns, ja. Ja. Raupe. Raupe. War das nicht acht oder zehn Gruppierungen? Nascool Gang. Nee. Ja, weil diese acht Gruppierungen, diese acht Familien, gegen die wir den öffentlichen Krieg geführt haben, die waren wehrlos. Die konnten sich ja nicht werden. Die hatten immer falsche Magazine dabei. Warte mal, war nicht heute ne Beheiligung? Gestern. Wer ist tot? Gestern. Von denen den Hase erschossen hat. Hase hat den erschossen? Ja. Kleid im Folder. Ja. Das ist ein Mörder. Dem den jetzt erst begraben? War das die Beheilung von dem? Der ist schon weggegammelt. Ja. Hase ist ein Mörder. Das geh ich petzen. Tyrese geht dafür irgendwann im Knast. Werden die rausfinden. Wenn der in den Knast geht? Nein, Hase muss in den Knast. Nein, Tyrese geht in den Knast. Hat er schon angeboten. Wir müssen ihm nur ein bisschen Geld geben. Eine Pulle Bier reicht doch. Den Kasten gehen wir mit dem schon. Der kriegt ein Tinker-Päckchen. Geil. Dafür geh ich sogar in den Knast. Okay. Du gehst ja nur im Gefängnis wegen dem kostenlosen Sex. Ja. Das ist geil. Reicht der Fini dir nicht? Ich werde dort auch nicht gefragt. Wir legen einfach los. So gefällt mir das. Überraschend. Das petzt sich den Fingin. Moin Meister! Surprise! Beat ruft einen. Beat ruft einen. Beat du, warum fährst du nur Kodis? Braucht ihr was von Kodis? Wir wollten noch nach Speedy fahren. Was? Wir wollten noch zum Russland fahren. Ach so. Wann jetzt? Nur Max und Juni sind nur Pipi machen. Ach so, ja, ich komm jetzt gleich. Ja, ich komm jetzt gleich. Kannst du mir eine Tüte Dicken-Sackmelde bringen? Wenn du... Manchmal ziehen mich die Wärter sogar aus der Dusche raus. Wenn ich im Knast bin. Weil ich immer zu lange dusche. Ich warte manchmal auch. Ihr seid die ersten Menschen nicht kennen, die zu ihrer Homosexualität stehen. Richtig. Das Gangster. Der soll nur einmal sagen, der Park ist asozial. Wir haben echt Monte Kulti hier, alles. Richtig. Wir sind voll weltoffen. Wir sind keine Diskriminierer, nix. Wir haben Hase. Ja, jung und alt, den Opa und Giffi. Ja. Der Giffi ist ein Maskottchen. Und Mitläufer ist ein Fein. Guck mal ein Gefühl. Ich hab dir nie einen mitgebracht. Pass auf, was er sagt. Nicht, dass der Kodis sich gleich wieder ausgeschlossen fühlt. Von wem hast du den Spruch schon wieder übernommen, du Mitläufer? Du kleiner Papagei. Von wem denn? Du hast doch gesagt, dass du nicht ausgeschlossen fühlst. Kauf dir mal so ein Felderhemd, da kannst du beim Juni auf der Schulter sitzen. Was willst du? Kleiner Wichser, du. Papageno. Papa Giffi. Mit dem Beatty kämpfen, der auf deine Schulter sitzt. Ey, Giffi, wenn du dich jetzt wieder für drei Monate in dein Zimmer einschließt, krieg ich dann ein Auto? Nö. Johnny hat mir erzählt, was du für eine linke Schlange bist. Du bist eine linke Schlange. Du stehst bei uns im Autoshaus und meintest, ja scheiße auf den Park, lass die ficken. Dann gehst du zu Johnny und hast den Mund voll von seinem Schwanz. Hm, ist okay. Kleiner, dreckiger Du. Ey, das ist meiner. Du Verräter. Das ist mein Bruder. Hier spiel ich nicht mehr. Mein Bruder, der mich bei der Polizei verrät, ist okay. Ja, jetzt sind wir quitt. Ja, ja. Nö, nö. Ja, wie ein... Ja, okay. Sag vor, dass ich nicht zurück in die Mama-Box. Oh, da zieh dich nicht immer auf. Mann, du wurdest mit einer Sauglocke geholt. Halt die Schnauze. Ja, du die Fresse. Was für eine Sauglocke, das war ein Pümpel. Pümpel. Deshalb hat er auch diesen Abdruck am Kopf. Oh, wo ist das denn? Ne, he, he. Wow, 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 wow! Beruhig dich. John ist auch noch bei Cody's. Oh, oh, oh. Den ja. Was machen wir denn? Er ist noch bei Cody's, ja. Bei Cody's oder was? Nein, wir kommen zum Bestand. Oh, ja, okay, wir kommen zum Bestand. Eine Kripp. Boatlin! wie machst du das geräusch ich meine dass ich meine muschi zusammen pfeift dadurch das stimmt gar nicht aber ein ganz klein wahrscheinlich nein das ist ein heiliger der zippe deus wo viele brauchen die denn apropos kippie jetzt der nächste weg der john sieht aus als würde beim müller zu arbeiten ich habe schon gesagt das sieht aus wie mal an der kehrer ja mit deiner hässling kappe junge du dreckiger ruhe keine besseren käffees nur snapback der chat ist müde die pennen wieder alle außer wenn man sagt dass die kreis stehen und reden Warum halt die Schnauze beide? Du hast gerade ein Problem damit zu reden, oder was hast du gegen Sprachfilasska? Ja. Ich bin von einem Hamadist, Digga. Meine Bruder, was sagt ihr denn da? Meine Bruder, wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Ich glaube, der hat mich wirklich böse. Wir müssen reden. Warum lachst du, du Idiot? Ja, warum lachst du? Du bist dein Dreckige Pistler. Du bist dein Dreckige Pistler. Jamal, hol die Yuki! Nicht die! Warum? Was ist der Jamal? Wer? Der Jamal. Kenn ich nicht. Ich hab dir mal eine Drachenforst gegeben. Ich will hier rein. Wie können Menschen so lange pissen, Alter? Hat der schon wieder Steine im Schwanz? Nee. Hörst du nicht, dass Creme Pantel? Also ich hab keinen gefunden. Wie, warte mal, du hast deinen Schwanz durchsucht? Ja. Wie wenn du so eine Giftschlange reinbeißst und dann auch saufst. Oh, da geht bald einer Casino spielen. Das verstehe ich nicht. Aber... Ich. Aber... Krieg ich den Weihnachter und meinen X80. Das geh' nix. Und wie sieht's aus mit den drei Rachen? 5.000! Du kriegst mit XTM, Junge! Aber ich brauch 100 Pärs! Gestern warst du noch bei 9.000. Ich verhandel mit den Russen. Kauf denen alles ab. Am Ende haben sie gar nichts mehr. Und ich schulden. Die kommen gleich mit schwarzer Limosin und zwei G-Klasse und hol' dich ab, du Idiot. Oh, oh. Nein, dann zieh' ich meine Hose aus. Wo ist eigentlich die G-Klasse? Seht ihr da vorne noch? Was für eine G-Klasse? Da hinten steht die. Sag's ihm nicht. Lass ihn laufen. Rechts. Was hab' die G-Klasse für'n Kennzeichen? Murat. Murat? Ja. 30 Jahre später. 3.000 Jahre später. Äh. Ich sag' jetzt, dann vergeh' nichts mehr. Äh, Hendrix danke für den Prime vierten. Vastacken danke für den Wisdom zweiten. Bleib nicht wieder zu lange weg. Kann jemand Bargeld mal zum Würfeln? Oh mein Gott. Ja. Äh. Ja. 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 Ja, 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 ja. Dankeschön, Poli. 300 Bits. 400 Euro am Tag. Ja, heute ist der Klärchen-Scheiß-Dammstag. Junge. Was denn? Tag. Tag. Was zum... Junge, zieh die Scheiße aus. Gib mir sofort ein Perleu. Bist du bescheuert, Alter? Zieh die Scheiße aus, Mann, wenn das einer sieht, ne? Ich bin ja im Dienst. Du bist überhaupt Gehnex, Junge. Doch. Werden das die Kopper sehen, ne? Die sehen hier gar nichts. Dann gehst du in Herbst. Ich ruf sie gleich an. Die kommen zur Unterstützung, sonst parkt wieder voll. Bist du der Park-Sheriff? Ich bin eher der Park-Rechter. Dino, wie du aussiehst, Alter. Ich dachte, du bist der Kopper von vorhin, der Krebs vorbeibringen wollte. Ich bin schick, oder? Ja, auf deinen Kopf schneid's. Ja, ein bisschen, aber nur. Sieh die Scheiße aus, Alter. Ich hab Weste an. Kriegt das wieder? Bisschen. Man merkt's. Soll ich die Weste ausziehen? Und dann? Dann hab ich nur noch das Oberteil an. Sag mal, gleich geh, Klasse, Junge. Du bist bescheuert, Alter. Weiß nicht, können wir, wenn wir Geld haben? Na, guck mal, dann. Ich mein, der hat gerade ein Outfit an, für bestimmt eine halbe Million. Deine Mütze ist ein bisschen groß, kann das sein? Was? Deine Mütze ist ein bisschen groß, kann das sein? Nee, nee. Du Waffelkopf. Bei mir ist noch ein bisschen Luft im Kopf. Merk mal überhaupt nicht. Was soll das jetzt heißen? Bring die Scheiße back, Junge. Licht ist an, aber da ist keiner. Stimmt, die snipen mich gleich. Einfach Leben am Limit hier, Alter. Was wollte denn der Koppa hier? Ey. Ja, geh mal weg hier jetzt. Hogwarts. Junge steht da die ganze Zeit. Und bewegt sich nicht. Der macht noch Pipi, denke ich. Da kommt wahrscheinlich noch kein Tröpfchen raus. Ich hab ne These. Der tut nur so, als ich heute zugeguckt hab. Deswegen macht Aua. Aua, Aua, Aua. Boah, Kreis stehen hier. Und wir warten wieder nur auf zwei Leute, ne? Wie eine Droge, die man nicht will. Warte mal, Max wollte aufpinkeln gehen und dann kommt der hin, als verkleideter Spitzist. Der weiß genau, dass wir los wollen. Können wir nicht einfach ohne die fahren? Ja, super, Juri. Cool. Das riecht faul. Das gibt nen Permavan, mein Freund. Wir wollen uns kidnappen. Aber die Mugs pennen wieder. Alpino, da kannst du direkt ne Banknebel reinhauen. Big Tasty. Komplett. Alpino hat gepennt. Und Oma auch. Schneeengel. Boah, ich hab den Bullen verpasst, kann das sein? Das ist ein Maul, Junge. Da wollten wir noch nen Panzer vorbeibringen. Max, hast du eigentlich Schlüssel von dem neuen Bullen? Boah, ich fick den Juni, ne? Hallo? Was ist mit dir? V-Ak-Bitubu. V-Ak-Bitubu. Boah. Sollen wir einfach ohne Juni fahren? Hab ich doch gesagt. Ja, lass den einfach ohne nicht fahren. Das können wir nicht machen. Warum? Der kann nachkommen. Der kann nachkommen. Der ist aber traurig. Boah. Und sauer. Ja, da wollen wir schon nach Cody's gehen. Ja. Wir holen was zu essen. Dann lass ich mir da jetzt was zubereiten. Dauert das 8,5 Jahre, ne? Ja, das passt. Es nervt. Wer redet hier? Es nervt. Wo ist der Nars Ghoul? Oh, Alter, meine Ohren. Den hab ich im Betting gekauft. Was machst du eigentlich mit deiner... Was ist das für eine Stimme, Alter? Ich kann das nicht. Einatmen. Ja, das ist tiefer. Das ist ein Baby-Nars Ghoul, Digga. Hast du ein Problem, oder was? Ich hab auch nix mehr zu essen. Achso. Achso. Da rennt er wieder weg. Ihr fummelt doch irgendeiner in den Gebüsch rum. Lass uns doch einfach fahren. Das ist Johnny, der gräbt da was. Einfach fahren, bitte. Bitte? Okay. Können? Ich geh. Können wir fahren, bitte? Können wir bitte fahren, sag ich? Ja? So? Mach ein Fahren, jetzt. Bitte? Nein, du meckert dich wieder rum. Was? Bitte, komm mal jetzt mal fahren, oder was? Ich bin doch nicht der Lokführer hier, Digga. Was willst du von mir? So, so. Junge. Ich bin kurz pinkeln, ey. Ich schlag nicht mehr den Tod, Alter. Jetzt geh du durch mich auch pinkeln, es reicht. Wir warten da nicht. Piss aus meinem Arschloch! Sprüches! Tschüss! Hallo? Na los, dann gib ihn. Das Kacken-Quartett. Einer weiß Bescheid. Schmerz 5. Timboriden-Shits. Boah, was kräpelt er da, Junge? Der regt mich auf, ne? Und, Chat, wie geht's euch so? Äh, Skars geht an, Geschöpfel, den Reset uns zu helfen. So, immer auf einem Wagen. Ich weiß genau, dass wenn wir einfach losfahren, dann wieder dann... Ich bin müde, dann geschlafen. 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 Danke schön QB, Phil dem Ruiz ab und surf den Hack-Hack-Hack-Hack. Das ist im Chat, hallo QB. Ich glaube, der verbuddelt gerade seine Scheiße. Der war krack. Schon bitte, zehn Uhr. Was? Boah! Wer ist das denn jetzt schon wieder? Taxi! Opa will den Bunker? Diesmal könnte er doch glücklich sein, ne? Lass mal alle mit Kampfgebrüll hinrennen. rufte lang er soll zurückkommenkommen wir haben gestern Polizeioniformen gefunden ne um Paleto congratulations an und offen Habt ihr das auch nur geklaut? Nee, was wollen wir damit? Was für ein Polizei-Rebel? Nee, so ein Dings hier, wie bei uns auch hinten steht. So ein Rusty-Rebel? Ja. Und da war eine Polizei-Uniform drin. Mit Hut und Polizei-Uniform drin. Da war eine Tasche und dann war Polizei-Uniform drin. Mit Hut und mit Oberteil, einmal mit, West, einmal ohne. Dann gib die doch wieder ab. Okay. Du musst vergessen, wie wir hier reden. Ein langen Fingfang. Meister-Hobbit sind Diebe. Bist du Chinesin? Fingfang, 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 Fingfang. Fingfang, Fingfang, Fingfang. Boah, Junge, da können doch... Ey, ich hasse sowas wie die Pesten. Ich hasse es einfach nur. Ich hasse es. Ticker, wird dich windig. Braucht jemand noch ein Messer? Ich hab gehört, die sind viel wert. Sind die viel wert? Keine Ahnung, vielleicht soll irgendwas passieren. Locker, glaub ich, 6000. Ich möchte eins. Ah. Hallo? Hallo? Ach. Pisten, hast du wieder Steine im Schwund? Mach mal Mund auf, die kommen gleich raus. Hallo? Können wir? Weiß ich nicht. Telefoniert? Oh, nein, 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 alles jubt, alles jubt. Oh, no. Ich brauche... Oh, sorry, Bruder. Ich brauche nur Schlüssel, ne? Ich hab von den 5000 Autos keinen Schlüssel. Geht der gut, Digga? Können wir jetzt endlich los. Ich hab selber welche. Was haben wir los? Warst du jetzt gesammelt Schlüssel? Oh, wart. Warst du jetzt gesammelt Schlüssel? Warte mal, ich glaub... Ja, Mo? Bist du nach oben? Ich weiß nicht, ich hab... Ich hab ganz... Was? Jetzt gleich. Ja, ich hab Mo vorhin vergessen. Wo? Oben, in Mainwoods. Ich hole den eben, oder? Ja, ich... Ja, ich hole den schnell. Aha, einfach rausgesetzt. Hey, Giffi. Mhm. Du hast mal einen Raupe im Ohr gehabt. Huuu! Äh, hehehe. Nein, Biti. Aus. Oh, Biti, auch. Okay. Das warst du, Digga. Ich warst bereit für den Krieg. Wie hast du Ärger bekommen von Dexis? Bist du der Papierflieger? Piuu! Ist jetzt noch einer Pipi machen? Äh, ne, aber der Max holt doch gerade den Mo ab. Achso. Boah, guck mal, der wird nicht voll zackt. Woher? Woher? Zu viel, zu viel. Hast du noch Schlüssel übrig für die ganzen Autos? Welche? Ich glaube, für das Blaue habe ich keinen. Du. Von dem will ich keinen. Hallo, Kölsch. Und Kienzie, danke schön für den Prime-Sensen. Ja, für den Lambo und Ferrari und so habe ich keinen Schlüssel. Hm? Für den Lamborghini und den Ferrari. Zum Beispiel, du, von dem Buller habe ich einen. Für eine G-Klasse habe ich keinen. Von der G-Klasse muss ich noch nachmachen. Ja, von dem Satz dann. Habe ich selber auch keinen. Muss ich noch machen. Hast du die Papiere schon? Ja, habe ich gestern bekommen, aber gestern war ein bisschen kritisch, da bin ich schlafen. Danke, Oma, für den G-Zapper, den Fische. Hallo, Janik. Tja, wollen wir zum Schlüsseldienst fahren, bevor wir rumstehen? Ja, du bist immer nur oben, ne? Ja. Ja, dauert nur einen ganz kleinen Moment. Der eine muss pipi, der andere muss sich einen Kaffee machen und so weiter. Ja, ne, alles gut. Bis gleich. Boah, ich hasse das, ich mag das nicht. Was denn? Ein paar so rumstehen und ich bin hibbelig. Wubbelfoot bist du. Du bist nur Wubbelfoot. Nachbarn oder so. So gleich wie hibbelig. Da werde ich zum Zauberer. Der ist Wubbelfoot. Der ist Wubbelfoot. Der Wubbelfoot. Das hier ist Wubbelfoot. Das ist aber eher ein Wubbelfoot. Ne, ich bin Schaftfaden. Wenn du zum Zauberer wirst, wirst du dann zum Fundali? Na klar, Junge. Fundali, die beste Zaubererfamilie. Oh nein, schon wieder die Fundalis. Ich habe gehört, die haben ganz Hogwart terrorisiert. Wenn die noch mal wieder kommen würden, würde ich gerne zum Zaubererfamilie. Ich habe gehört, die wurden nur das ein oder andere mal ausgeschlossen. Der Schule verwiesen wurden die. Ja, ja. Oh, die Fundalis waren schon krass, Alter. Die sind zur Winkelgasse versetzt worden. Winkelgasse. Winkelgasse. Oh mein Gott. 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 Versteht kein Wort. Aber da geht ja vor. Wo ist eigentlich Tyrese, Alter? Ey, wo ist jetzt Max dahinter? Ich glaube, der ist nur noch ein Trailer eingesperrt an der VW-Stelle. Ne, jetzt suche ich das. Ich geh da ran. du bleibst hier keine zehn jahre der war doch gerade schon pissen wir wollen da oben zu speedy mit dem russland mit dem angenüri quatschen aber da müssen alle dabei sein dankeschön und gast gedanken für den gibt es ab an jetzt sind wir da jetzt die vb fühlt sich bisher im wieg auf geht und gtmp alter ich war jetzt können wir jetzt los bitte dann ruft ihn johnny telefoniert also wenn ich in der o gehen dann wird sich einiges ändern genau mit mir ein quadrat stehen und nicht im kreis ich los hier lasse jahre warte ich zehn jahre lasst doch ein dreieck das dreckige warten hier ich werde müde und ich werde zickig und schrecken schau mal gar nicht ich hasse da ja dann los umarmung ja wo ist johnny telefonier mit wem ich habe telefoniert der heute kein gta angesprengt immer beim telefonieren ja ich weiß aber heute ist ja weiß ich nicht vielleicht müde mit was für autos waren wir alle sollen wir schon mal autos hinstellen ja können wir bitte welchen auto fahren wir weiß nicht vier sitze oder mit super sport portwagen da habe ich keine schlüsse dafür warte mal die pfaden mit dem baule werden biet die g klasse hallo herr o gehen wo müssen wir hin nach spie nach oben paleto Ach du Scheiße. Pidi! Hallo meine Freunde, ich bin auch dabei. Wir kumpeln. Wir wollen in Russland nach oben. Boah, ich hab den gestern nicht gereicht, den Wixerschwein, ne? Gut. Mach auf! Ist doch. Lekker, warum steigen sie aus? Mach auf! Ey, du Wixer fahren wir doch nicht. Doch! Mach auf! Mach auf! Ich hab mich so gefreut. Nö, pisse dich, jetzt kommst du nicht vor 1 mit rein. Ey, Wixer, jetzt mach das Ding auf. Fahr, los! Mach hier kein Hackmack. Einfach fahren, einfach fahren! Hackmack im Audi S6. Mach Hackmack, dein Eck ist weg. Paletto! Paletto! Paletto, bye! Boah, endlich geht's los. Kannst du den Lichter machen? Uh, wir fahren! Ist es an? Perfekt. Ich hab Sonnenbrille an. Endlich, Alter. Thanky, Bruder. Dankeschön für 20 Gifte Subs. Jetzt fahren wir nach Russland. Wir müssen Danke sagen. Ja, Schatz. Danke! War ich angeschnauzt, Bruder, von den Leuten hier? Tut mir leid. Irgendeiner kriegt ihr jetzt Crashing. Warum legst du? Unter Stress gesetzt. Unter Stress gesetzt. Verunfall! Kontakt, Kontakt, Kontakt! Du bist ein Bastard! Was? Ich hab's am Telefon. Ich werde gerade hier angegriffen mit Werbegrade. Ich glaube, wir haben welche verloren. Was passiert? Kann jemand mir was zu trinken geben, bitte? Jetzt hinten links. Einfach reinwerfen. Fang! Danke! Schmeiß zurück! Nein, ich fahre! Ah, Gott, egal! Ich finde, was wollten wir mal erklären? Dass die bei uns Drohungen kaufen, ne? Ja, dass die... Für das Cube? Ja, das Problem ist halt, die haben Arbeit auf der Route und die sollten eigentlich ja dies verkaufen, machen die aber nicht. Die verkaufen das über diese Russland, die vertreiben das im Cube. Und wir können damit argumentieren, dass wir die... Also, die kriegen eigentlich Stress, die drei Arbeiter. Und wir können jetzt den Stress wegmachen für die, dass sie weiterhin auf der Route arbeiten dürfen. Warte mal, die bekommen Stress? Ja, die drei Arbeiter... Ja, für den Yadis. Die drei Arbeiter bekommen Stress, ja. Weil die nicht in die Yadis verkaufen sind, an diesen Russland. Ach so! Und deswegen können wir sagen, ja, wir klären den Stress zwischen denen, dass sie nicht abgefuckt werden. Weiterhin auf der Route verkaufen, die Joints dann, falls sie arbeiten sollten, an die Yadis verkaufen. Wie unsere Joints in diesen Russland verkaufen. Und mehr an die anderen Drogen auch. Heißt in DMA, Koks, äh, München und so einen Scheiß. Und die das in den Club vertreiben. Weil wir wissen auch, dass die, dass keine Drogen von außen reinkommen, sondern nur von innen. Also haben die schon in, also vorher schon drinnen irgendwo die Drogen gelagert. Verstanden? Ja. War jetzt alles geklärt bezüglich den Food-Dings da? Ja, das sagen wir, dass wir das wieder gar nicht waren. Also das, äh, haben wir komplett von uns abgewiesen. Und ich bin noch dafür, dass wir mit dem Crutchming Business und so. Wart mal ein bisschen langsamer, dass wir gleich alle gleich zu Tieren kommen. Ja, wir sind ja. Müsst ihr Eindruck schinden? Ja. Ja. Ja, Mann. Ich weiß immer noch nicht wo genau, ne? Das ist diese Tuning-Berg-Slappen-Noden. Ach, das Tuning-Ding, ne? Ja, direkt bei der Tank vorne. Oh, nee. Eigentlich ist der Russland voll der Kräger. Polizei. Ruf doch Polizei. Haust du einen Polizeikopf rückkopf 25 neue. Oh, pass auf. Wigster. Halt einfach eine Tanke. ist schon ein feldes auto gefällt es okay schwarz matt das ist ein blauer grau war das kacke neben goldgrün oder blau-orange aber ich die tanke na klar wir wollten nur warten hier und warten auf die anderen was sind die anderen danke wir fehlen jetzt noch ja die zwei sportswagen ja wahrscheinlich am würfelpack angehalten weil die weihnachtsbelichtung so schön ist wer ist denn da drin juni laura mo fehlt auch noch nein wer fehlt noch ja tante geht nicht an tanny ist happy dabei was wer war denn juni tante ja wir waren dann die andere die andere karriere können wir einfach dahin fahren nein wir warten auf juni was wir warten auf juni warum keine ahnung wir waren schon seit zwei stunden wir haben gerade bestimmt eine halbe stunde auf den wagen ja aber warum müssen die überhaupt alle mit ja verstehe ich auch nicht keine ahnung hey ich wurde dazu gerufen sogar ich verstehe nicht mehr was geht hier vor ihr wollt immer das alle mit ich haffe euch alle ja bei denen sind es langweilig ist in den wagen was für ein schwanzschuppen hier das auto von euch muss noch schwarz ich will euch mal hören wenn man ohne euch was klärt oha 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 da fühlt sich jemand nicht ausgeschlossen ne 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 ich kenn dich bruder ruf mich ruhig an wenn du Probleme hast ich kann dir Seelsorge geben ich liess ja noch mal meine kiste ab da kommst du nicht noch an warum keine dia schweilt aber für beatium nicht die haben sogar 64 diamantenschmerzensgeld bekommen ich kill euch der heißluftballon wieder ausgeschlossen wollte ich auch grad sagen der wurde sogar umgebaut und ich wette joey fährt gleich einfach in uns vorbei oh wie wärs wenn wir alle aussteigen und im kreis bilden wo ist ein chmela hat die wieder durchfall den zweiten baum schmücken na Jeff bist du mit den anderen was okay kommt hier wieder hoch was jetzt Tante auch wieder okay wir sind an der Tankstelle hier ich hab mein Schweresore durch okay bis gleich wir kommen jetzt sofort ihr wichser boah ich hasse uns ne ich hasse uns alle ich mach gleich laut Musik an im Auto kreis bilden kreis bilden kreis bilden machen machen wir bei sonntag echt klar weil wir haben es bestimmt gut alleine hier okay mache ich lass lieber montag machen okay ja das ist blackberry dieses spiel als er mit dieser kugel kennt ihr das von blackberry die türkische suppe ja genau genau die kiez liegt die türkische kiez hast ich habe schon lange nicht gesehen ist er kocht für mich jeden tag jede minute deswegen müssen wir heute nicht passiert haben wir kurz nach vorne ich muss hier bitte raus aus der karre muss telefonieren ja kommen die kommen jetzt kommen das einsteigen da fehlt noch eine karre man entscheidet euch doch das wichtige telefonen alle ins handschuhfach zum telefonen ja denkt dran finde ich die hälfte jetzt machen wir voll den eindruck mit vier autos dahin ist nur mehr zu quatschen ja wir sind alle da ich glaube es nicht kopfschmerzen hallo ist richtig mir wird von dem medic gesagt und da guckt ob die da rumstehen wir sind auch weg aber wir sind jetzt im norbert speedy customs nicht dass ihr denkt dass wir was damit zu tun haben okay 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 tschüss warum musst du bescheid sagen bei unserer kuschelgruppe oh mein gott 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 oh ich kann doch jetzt Da, Slava. Komm, grüß den rechts-links. Was ist los mit dir? Ich grüße sie. Wisst ihr auch schon, was wir 53-köpfigen Geiseln haben? Wer hat Geiseln? Keine Ahnung, irgendjemand hat 53 Geiseln. Jemand hat 53 Geiseln. Da. Was, wer hat 50 Geiseln? Am Ententeich kommt ein großer Villa. Ententeich? 6-6-5-3, glaube ich, war es gewesen. Steht da sogar Juri auf der Seite. Boah, gehen die Enten fütter? Boah, 53 Geiseln? Was? Ja, dann Cops wollen nur 800.000 zahlen. Ja, Cops zahlen 800.000 mehr nicht. Wie kann man nur so ein dreckiger, reicher Sachse dann sogar Juri auf sein Auto schreiben? 800.000! Boah, 800.000, das lohnt sich ja voll. Das ist voll geil, ne? Krass. Das sind 37.000. Ich kann wenigstens meinen Namen aufs Auto schreiben. Arschloch. Hast du schon jemanden erreicht in Scheldepone? Garst keinen. Was ist denn der Russland jetzt? Vielleicht, ich denke mal, es reicht. Aber du weißt sowas, es ist peinlich. Mein Gott. Wenn dein Name von deinem Chef auf deinem Auto steht, weil das ist mein Auto. Ich geh mal, da steht der Juri drauf. Ach, deswegen das Kennzeichen. Da. Hallo? Hallo? Für Essen irgendjemanden abstechen, wo sind wir denn? Nee, also, ich hab mit denen geredet. Kommt da verletzen an, ne? Ich hab mit denen geredet. Und die meinten einfach, das Problem ist einfach, wenn man unter Wert verkauft, oder dieses Gerücht war auch im Raum, dass dann der Metro verkauft wurde, für Einkaufspreis, dann schädigst du halt das Geschäft, ne? Völlig klar. Aber das war alles andere wie Einkaufspreis. Ja, aber es trotzdem ein bisschen ist, und wenn die das so verstanden haben, das Gerücht so ist, also ich hab denen halt auch versucht zu erklären, dass es nicht so cool ist. Also wir haben da auch gegengelenkt, dass die halt am PD die Leute nicht abfucken, als dieser Hardy das da gemacht hat. Also, ja. Hat sich halt hier geklärt. Ähm, wir wissen, dass dieser Hardy, Adam und YumYum, dieser rote, äh, also dieser, mit diesen roten Käuselhahn, ja, Brian. So, Eilig, wacht rum, warum nennt ihr ihn auch YumYum? Wob, mir haben wir am Telefon so gesagt, weil jeder Drogen gekauft hat. Wir arbeiten auf der Rote. Auf was? Ja, auf der Grasroute. Und jetzt? Nein. Ach, Russland, bitte. Nein, ernsthaft, ja? Also, wenn du jetzt versuchst, mich zu verarschen, dann können wir jetzt auch direkt anders Ich schwöre dir, ich weiß davon wirklich, 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 wirklich nicht. Aber das Problem ist, die verkaufen die Joints, die du im Club dann rumschmuggelst. Was? Das wissen wir auch. Wir wissen auch, dass du Joints hast und die, äh, uns der Hand ein bisschen vertickst ab und zu. Und dass du die, dass ich... Ich hab die, ich hab die Joints von Curtis gekauft. Und die sind immer noch in meinem, in meinem Auto. Die 100 Stück. 100 Stück. Aber wir, also, ja, dann, dann ist das vielleicht, dann, dann, dann glaub ich dir. Wie das mal. Aber das Problem ist, wir wissen, dass du die Joints nämlich in das Club reinbringst. Und dann wär ich ja selber doof. Hä? Böse. Also im, im Cube werden zu 100% Joints vertickt und die kommen nicht von draußen. Also muss das einer von euren Arbeitern sein. Du kannst nur das Machtgebruch zu, ne? Ist alles gut. Alles gut. Ich würd's euch auch sagen, weil ich damit keinen Stress hätte. Wieso kommt mir da eigentlich spontan grad einer in den Kopf vor? Einer was? Einer, der mir grad im Kopf rumschmädt, der das machen könnte. Wer denn? Äh, hier von Jolo, der Freund. Boah, die? Ist der nicht Security bei uns? Ja. Oh, fuck. Ihr kennt die, ne? Ja. Ist die grad hier? Nein, der ist nicht mehr bei uns. Also der kam halt nicht bei uns. Ja, das wusste ich. Der ist noch reingeschissen. Aber der hat uns zum Beispiel auch nicht mit Drogen in den Club reingelassen. Also durch die Security kommen die Drogen nicht. Hä? Und du kannst auch nicht Massen mitnehmen, weil du gehst ja nicht mit dem Rucksack in den Club tanzen. Ja, ja, eben, eben. Deswegen, es macht, also es muss von drinnen kommen. Boah, warte mal, ich muss mal eben die Mitarbeiterliste durchgehen. Stell dich dazu! Ach mein Gott. Ja, ich... Das ist der Architekt, du bist. Ja, ich kann grad nicht. Danke, Juri. Warte kurz. Boah, wir haben so wenig... Ich kann mir das echt kaum vorstellen, ne? Einzige... Kennt ihr den Marcelo? Ne. Aber nicht mal da könnte ich es mir vorstellen. Fuck. Hat uns das einfach jemand erzählt oder wisst ihr, dass... Wir wissen es. Also, weißt du, wie... Ich bin dann in dem Club auch schon an die Jans reingekommen. Und ziemlich einfach. Von wem? Ja, also von den Leuten. Also, die gammeln da halt drinnen rum. Das waren drei, vier Leute, die da vertickt haben. Warte mal, Gästeliste. Aber es waren keine Leute vom Lost, oder? Keine Ahnung. Boah. Das wär echt mal geil zu wissen, weil ich weiß absolut nicht, wer das machen soll. Was geht ab hier? Das Problem ist, wenn die die Drogen verkaufen und dann halt auch von diesem Jum Jum, also Brian, Adam und Dings bekommen, dann ist das Problem, dass die halt nicht an die Jans verkaufen. Und das würde Stress ergeben. Ja. Und wenn die das machen sollten, dann sollen die die scheiß Drogen, also an der auf der Route arbeiten, an die Jans verkaufen und die beziehen die Drogen von uns, die sie verkaufen im Club. Ja. Also, wir sind für den Verkauf zuständig. Ja, alles gut. Auf den Straßen, halt. Ich raff halt nicht, warum? Hä? Also, für mich ist das jetzt erstmal das Jurer, dass Brian und Hardy auf der Route sind. Ja. Wusste ich nicht. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn die da irgendwelche Joints verkaufen und irgendwelche Scheiße bauen und ihr sticht die deswegen ab, selber schuld. Ja, vollkommen. Ist halt euer Biss nicht so. Nein, das ist mir scheißegal, wenn die auf der Route sind und nicht an die Jans verkaufen. Das ist mir scheißegal, solange die nicht auf der Straße ticken. Naja, das meine ich ja, wenn die auf der Straße ticken, dann kriegt das mit und dann stecht ich die deswegen ab, selber schuld. Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, Tim, was sagst du, dass Brian das ist im Club? Aber das ergibt keinen Sinn. Keine Ahnung, wirklich, ich kann es euch nicht sagen. Aber das ist dein Club, ne? Ja. Aber Security macht ja Ellen. Brian kommt da nicht mit Tasche rein. Ja. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwo ein Lager möglichen. Also, da gibt es bestimmt irgendwo eine Abstellkammer oder einen Raum, wo ihr doch bestimmt Getränke lagert oder so, wenn da eine Tasche drin ist. Ja, nur eine Tasche drin ist. Ja, aber wenn da eine Tasche drin ist, also hinter den Getränken, wenn eine Tasche liegt, wenn ich heute oder so. Ja, es ist so ein Flaschenregal halt. Ah, okay. Ja, aber reicht doch auch zum Beispiel, wenn jemand draußen was gelagert hat von euch, der immer wieder rein und raus geht zwischendurch. Dann muss er die nicht unbedingt immer in der Tasche haben. Versteht ihr? Ja, verstehe ich. Oder er zieht sich eine Hose an, steckt die voll und dann wechselt der im Club die Hose, damit er nicht mit einer Jogginghose oder Baggypants rumläuft. Oh, wenn ihr da was wisst, von wem das kommt, sagt mir bitte Bescheid. Ich halte auch die Augen und Ohren offen, aber ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Ich würde es euch sagen, mir wäre das scheißegal. Ja, habt ihr denn nur Toleranz im Club? Also, gar keine Drogen im Club oder erlaubt ihr da ein bisschen was? Ja, jetzt irgendjemand dance mit den Gampen und den Drugs? So für Scheiße. Ja, aktuell eigentlich gar nicht, aber ab und zu kommen mal so ein, zwei Leute, die haben dann sowas dabei, weil Security dann schon Feierabend hat oder sonst was, aber mehr eigentlich auch nicht. Dann übernimm du das doch in deinem Club. Was? So können wir die Konkurrenz. Ja. Oder dass du jemanden durchschläufst. Es ist ja schon Bestandteil eures Clubs theoretisch. Also, dann würde ich das auch in eurer Hand nehmen. Nur, dass du keine Kontrolle darüber hast. Richtig. Aber du kannst die Kontrolle darüber übernehmen. Ja, aber wenn die Cops mitkriegen, dass bei mir im Club Drogen rund sind, dann kriege ich schnell eine Ratsche. Das ist schon so oder so bewusst. In jedem Club sind Drogen, auf jeder Fall sind Drogen. Und es wird auch immer überall Drogen geben. Ich meine, ich habe auch Fotos von Fischer, wo er sich nur leidzieht. Ja, die nehmen doch selber Drogen. Ich stand gestern mit dem Beatty neben dem Cobraut und meinte, ja, ich gehe jetzt drumherum Drogen kaufen. Da hat er aus dem Auto geschrieben, bring mir welche mit. Nein. Halt mich da raus. Ich habe auch schon von Cops Pilze geschenkt bekommen. Und ich hätte wegen zwei Joints einfach in Handchen gelegt. Ich habe auch mal zwei Joints bekommen. Fucking Cops schmeißen sich ja irgendwelche Pilze rein. Was ist los mit denen? Juri, weil du das selbst in die Hand nimmst, quasi kannst du halt regulieren, wie viele Drogen im Club sind, weißt du? Naja. Ich würde halt erstmal gerne wissen, wer die reinbringen. Wenn du schlaue Leute reinsetzt, so wissen die auch Bescheid, ob eine Razzia kommt oder nicht. Ja. Weil das gibt ja auch Speer und so dann. Und so hast du halt gar keine Kontrolle darüber. Wer da was in eurem Club oder in deinem Club macht. Ja. Und wenn die Cops dann kommen? Dann bist du der Gefickte. Und wir wissen auch, dass dieses Security-Unternehmen ziemlich auf sich acht geht. Weil erstens ist die Leiterin davon in der Polizei. Und wenn da mitbekommen wird, dass die Security da was durchlässt, dann wird sie auch ziemlich in die Mangel genommen. 9000, letztes Angebot. Oh, sorry. Sind jetzt englische Leute, die nicht zuhören sollen? Russland? Ja. Hat von euch vielleicht jemand Zeit, mal mein Auto ein bisschen umzubauen? Äh, guck mal, wo... Nee, das ist doch Hardy neben mir, oder nicht? Ja, ich bin ein Hardy. Ja, dann kann er auch gleich mal direkt die Frage, also das... Schädigen. Was ist denn ein Dingsbums hier, Larry? Keine Ahnung, äh, vielleicht drinnen oder so? Warte, guck mal, ich komm sofort wieder. Ah, Larry. Ach, Larry arbeitet hier? Ja. Aber um die Gart. Okay. Beut in our land. Er hat Mila nicht aus, den Autos wieder drüben? Bo. Na, der hinter dir. Der Aspo. Der Aspo, ja, die hat auch mal. Lass den auch so machen. Pussycat? Ja. Also Überraschung. Au, 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 au. Wenn das nicht so toll ist. Acht Millionen. Hardy. Oh, jetzt rufen mich ein so an. Ja, sag, du hast keine Zeit. Ja, hab ich aufgelegt. Na. Guter Mann, gut. Hardy, du bist doch mit dem Brian und mit dem Adam auf der Route oder nicht? Auf der Gras Route. Na, nicht mehr. Keine Zeit. Leider. Oder ich, äh, bis jetzt hatte man keine Zeit. Warst du schon mal auf der Gras Route? Nein. Nein, bin ich nur nicht. Aber du hast damit gerade eigentlich widersprochen. Du hast gesagt, du hast keine Zeit mehr dafür. Also warst du drauf. Ja, ich hätte ich, äh, dort gezeigt gehabt, aber dann hab ich nicht machen können, weil ich keine Zeit hatte. Aber ich wollte den machen. Warst du schon mal auf der Gras Route, war die Frage? Nein. Ich sag, du musst Wagnis, hast du die Erlaubnis, da hinzugehen von den Yardis? Du hattest die mal, findest du halt diese Erlaubnis? Ja. Ja, ich hatte die, äh, Zeit. Ruhe, Chad, vielleicht hat der junge Herr vielleicht ein Problem oder der macht das extra. Da wird nicht drüber gelacht. Und die anderen beiden? Die anderen beiden? Weiß ich nicht. Weißt du von Brian, ob der dann drauf war? Ähm. Ja, ja, er war mal drauf, aber er wurde vom Kopfhops genommen und dann hat er aufgehört. Er kann halt ja auch nichts. Ja. Und dann hat er rumgeheult. So, und Adam weiß ich, dass er eigentlich hier oben arbeitet. Und sowieso in letzter Zeit sehr selten aus dem Haus kommt. Dann kannst du, also, wenn das so sein sollte, dass die wirklich nicht gearbeitet haben, was ich eigentlich auch denke, weil die eh nichts an die Yardis abgeliefert haben und du uns sehr bestätigt hast, dass die das nicht an dich abgeliefert haben und du das nicht im Club vortreibst, laut deiner Aussage jetzt, äh, würde ich denen halt erstmal glauben. Ich sag, nee, für dreimal... Ich sag, ich würde mit offenen Karten spielen, ich hab damit kein Problem. Aber ich weiß absolut nichts von irgendjemand, der bei mir irgendwie Drogen reinschmuggelt oder vertickt oder sonst was. Was aber sein könnte... Was... Warte mal. Warte mal. Ist ja, dass... Warte mal! Warte mal! Achso, ich? Ja. Danke, geh mal kurz still weg. Weißt du nicht, wer hier alles zuhören darf? Wer vertrauenswürdig ist? Was natürlich sein könnte, ist, dass... Wer war jetzt schon mal drauf da? Irgendwo von den Kopf gefegt? Brian. Brian. Ich glaube, der vielleicht doch ein, zweimal mehr drauf war und hat vielleicht was beiseite gelegt, weißt du? Das kann natürlich sein. Aber der hat letztens auch bei mir Drogen gekauft. Also, ich glaube nicht, dass wir was... Ja. Aber warum... Oh, ich hasse Menschen, ne? Ja, ich auch, ehrlich. Könntest du bitte kurz beiseite gehen, Mr. Tuna? Mit deiner Schiebermütze? Franke. Willst du, Franke? Ja. Gehst du kurz beiseite, bitte? Ja, klar. Hallo. Komm, zuhören. Hält mir hinten, Alter. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass bei dir getickt wird. Zu 1000%. Und das ist ja schlecht für dich und für den Club, weil du es nicht kontrollieren kannst. Oder weil du nicht mal einen Überblick darüber hast. Wir müssen mal Cookie fragen. Und du verdienst nix dran. Und du verdienst nix dran. Ich will an sowas, ehrlich gesagt, gar nichts verdienen. Sagt der, mit dem ich eine LKB-Ladung gerade gebracht habe. Naja, das Ding ist halt so. Das Ding ist doch am Ende, ihr seid doch diejenigen, die am nächsten da dran sind. Das heißt, ihr könnt doch einfach mal verstärkt ein Auge draufwerfen. Naja, das soll ich so jetzt. Weißt du? Oder lass uns das machen? Dass wir ein Auge draufwerfen? Das ist aber sehr, sehr schwierig. Okay. Weil, ja, weil wir haben nicht die Möglichkeiten, die Leute, also die Security können wir nicht so unter das Auge werfen. Dann kommen dumme Fragen. Und im Club, wenn wir da hinstellen und du mit deiner Musikallergie hast du wahrscheinlich keinen Bock drauf. Und so reinsetzen und da können wir dann drumgammeln müssen. Kommt doch an, welche Musik gespielt wird. Ja. Nichts. Aber, nein, das möchte ich nicht. Ja, Rich, könnte ich das machen. Du stehst gerade selber unter Verdacht, dass du das bestätigst. Aha, was ist das? Oh, scheiße. Okay, dann. Fuck, Junge. War eine gute Idee, war eine gute Idee. War ein Versuch, ja. Rich-Price-Kerchen. Hadi, der Wille zählt, der Wille zählt. Ja, klar. Er wollte sich mit einbringen, hallo? Ja. Er war stets bemüht. Fallnehmung, Kunde. Hure. Beinziehen. Aua, Lahn. Ja. Weil eigentlich interessieren uns eigentlich auch nur die Dealer, wie die das zum Club bekommen. Ja, mit dem sind wir die auch. Ja, weil mit dem müssen wir mal mit dem Wörtchen reden. Ja, aber das Ding ist, die Einzigen, die reinkommen, ohne mehr oder weniger Durchsuchung, sind Mitarbeiter und die Security selber. Na. Und? Oder? Ich wäre mir bei, ich weiß nicht. Von dem, oder eine Freundin von dem. Kennst du ja doch. Weil YOLO zum Beispiel, die kauft ja auch immer Drogen bei die. Bei wem? Bei die. Bei die. So, und die steht ständig als Security im Club. Was für'n die? Donju. Ich hasse den. Jetzt war Security, diese Donju, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. So, und der will da halt nicht hineinkommen. Das wär für den ja kein Hindernis. Ah, du meinst so nach dem Motto, ähm... Händen, so gerne mal kurz ein Stück, bitte. Händen, so gerne mal kurz ein Stück, bitte. Was ist denn mit dir? Du meinst so nach dem Motto, der holt die Drogen, die ist drinne, er geht rein und er gibt die Drogen ihr? Und die verteilt das Falschbillen? Boah. Heibig, dass du... Du Honk. Näh, raffiniert auf jeden Fall. Das wär eigentlich das Einfachste. Also so raffiniert ist das nicht. Äh, ich komm da nicht hinter. Bist du auch selbst? Ich hab mir sowas links am Hut. Was zum... Hä? Was denn? Das ist, guck ich soll's tun. Ich nur will den einfach. Ja, okay. Also das wär jetzt so, was ich denken könnte, dass das so über die Runde geht. Und ihr wisst ja, die verkauft ihr auf Wundertüten und was weiß ich. Was für Wundertüten? Mit so Papierpflegern drinne? Nee, mit sämtlichen Drogen, die es erhältlich gibt. Für den Trip der Trips. Der schmuggelt dir auch in seinem Arsch. Das kann sein. Da sind auch schon welche drin geplatzt, deswegen ist das so verplant. Und da ist der kleine Truck. Ja, wer hat da mal ein Rollstuhl drauf? Was? Ein Rollstuhl. Dann sollte das klappen. Ach, das... Da könnte klappen. Na klar, ein Rollstuhl. Ich sag, wenn die ein Auge draufwerfen, dann sollte das eigentlich klappen, dass sie rausfinden, wer das ist. Na, ich hoffe es. Ja, aber wenn wir doch schon mal hier stehen und darüber quatschen und auch die Erkenntnis bekommen haben oder zum Ergebnis gekommen sind, dass es besser ist, wenn man einen Überblick darüber hat, was im Club passiert, dann könnte man nur eigentlich schon vielleicht mal anfangen wegen einem Business. Schöne Überleitung, Kölzer. Dann fang mal an. Ja, das... Wenn du dich dafür entscheidest, da was zu machen und was zu verkaufen bzw. verkaufen zu lassen, worüber du dann auch den Überblick hast und auch die Mengen bestimmen kannst und alles, dann lass das da so machen... Aber wer will das da verkaufen? Ja, man, das ist kein Problem. Oder? Du wirst da wohl nicht reingehen. Ja, aber andere... Nein, aber wie... Also, wir kämpfen so 100% Leute, die das machen würden. Die würden sich da auch dann den ganzen Abend da hinstellen, auf der Tanzfläche, mitbekommen, wer Drogen kaufen will, locken die auf die Toilette, dann findet da der Handel statt. Und du hast natürlich den Vorteil, dass wir auch gut connected sind, wenn eine Razzia oder so stattfindet, bekommst du sofort einen Anruf und weißt genau, mit welcher Person du da reden musst, der verschwinden soll. Dass die das den Klo runter spülen oder so. Dann ist der Klo weniger gefährdet, weil dann wahrscheinlich die Drogen weniger schnell gefunden werden bzw. gar nicht gefunden werden, als die Leute, die da random drin kommen. Aber, aber, jetzt gibt es ein Aber. Wenn wir jemanden, sag ich mal, einen Dealer von uns nehmen und den da reinstellen, verdienst du weniger daran. Wenn du jemanden von dir selber da reinstellst, der das macht, verdienst du mehr daran, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wer da aus unseren Reihen fähig dazu wäre, außer Tim und Tim. Tim hat, glaube ich, auch keinen Bock bei der Musik, da drin umzücken. Ja, das musst du mal. Nicht schon wieder Drogen. Also dieser Brian auf so einer Dulli-Art ist auch fähig dazu, ne? Dann hat er halt seine 30 Gramm Kokster, dann lässt er das einmal auf die Tanzfläche verteilen oder aus der Hosentasche fallen, alle kommen da hin, werfen da ein bisschen Geld hin und dann ist die Scheiße auch los. Das musst du halt für dich entscheiden. Und ein zweiter Vorteil wäre natürlich auch, wenn das unser... Der Brian ist nicht ergessen, auf den Kopf gefallen. Ja, also ich sag ehrlich, Dullis zum Drogen verticken, das ist eigentlich das Beste, ne? Eigentlich schon, ja, weil es keiner erwartet, aber der ist ja so Dulli, dass er nicht mal rafft, was er macht. Wer jetzt? Brian. Jumjum Kapp. Den zweiten Vorteil ist dann, den du dabei hättest, der zweite Vorteil, den du dabei noch hättest, ist, dass wir quasi Geschäftspartner sind und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, kümmern wir uns um. Ja, sowas wäre halt mal geil. Ja. Das ist eigentlich ein Ort da oben drauf. Das Angebot steht auch für Werkstätten und einen anderen Geschäft, der du hast. Da könntest du ja auf die Cube-Kette erweitern. Die ist ja schon erweitert. Ja, es gibt Cube-Klop, es gibt Cube-Klop. Nein, wir machen die Cube-Klop. Wir machen unsere Umstände. Du verstehst du ja nicht. Ah, du bist nicht der Denker, du bist der Macher. Ich hab dich lieb, Hadi. Einmal zu viel gegen die Wand geschaukelt und ein Chromosom gelockert worden. Ich meine, der Ruf eint ihr einem voraus, ne? Bei Hadi? Na, bei uns. Achso. Da bist du dann gesichert. Na, sowas wäre halt wirklich mal entspannt, einfach sagen zu können, ja, kümmert euch mal um die, weil die fucken uns ab. Das ist genauso wie hier La Hyundai oder wie auch immer die heißen La Honda, die bei uns angeblich wohnen, zum Beispiel. Wo? Bei uns. Hier, wo du Drogen hingeliefert hast. Achso. Ich hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Da wohnen die angeblich. Hat der eine nicht im Casino gewonnen, ein paar Milliarden? Na ja. Ja, ja. Na ja. Das Casino. Ja, eine Hand wäscht halt die andere, ne? Ah. Und wenn wir auf irgendeine Sache keinen Bedarf haben, können wir vermitteln. Und zwei Hände waschen das Gesicht. Genau. Ja, aber dann würde ich so sagen, wenn ihr schon, keine Ahnung, ich muss halt überlegen, wen ich bei mir irgendwie in den Club stellen könnte und dafür sorgen könnte, dass der irgendwas vertreibt. Ansonsten würde ich sagen, dass es einer von euch macht. Dann verdienst du aber weniger. Ja, mir geht's nicht um Geld. Aber du kannst es regulieren und du weißt Bescheid. Ja. Und wir haben ein Auge drauf, dass keine Koppers kommen. Weil aktuell so, wenn ihr sagt, da gehen haufenweise Drogen rum, ich krieg das nicht mit, keine Ahnung, ich bin selber meistens sturzbetrunken und tanze. Vielleicht warst du auch schon so besoffen, hast du allein gezogen und am nächsten Tag vergessen. Hä, natürlich habe ich das getan. Ja, aus dem Arsch und einer Hure. Okay. Entschuldigung. Ach so, Toret. Okay. Beidlin! Bobbe. Wo ist der Nazgul? Wo ist er denn? Ika, das ist dein Einsatz. Ticke ist ein Wichser. Hure! Hure! Mit Verspätung. Hat Deutsche Bahn benutzt. Irgendwas kommt von unserer Schokoladenseite mit. Ich fand sowas eher sympathisch wie... Jo, Gang King, wir sind hier in die Knassen. Ich glaube, das sollte auffallen, dass wir kein Gang sind, ne? Ja. Ich bin der Wildeste. Aber warte, Junkie Park habe ich gehört. Ja, alles was passiert bei Junkie Park. Ja, der Junkie Park ist doch der Schlimmste, oder nicht? Das sind doch die, die immer alle abstechen. Wir machen jetzt den Cube Park. Ich bin der Taktiker. Also wenn die Taktiker man euch nicht loslegt, ey, und seine Taktiken raus... So bist du halt auch komplett safe, Russland. Falls mal, falls mal so eine Gegengang kommt und meint, jo, ihr seid hier in der Westside und ihr müsst uns jetzt Geld abdrücken. Ja, das ist halt so, der gerade wurde abgestochen oder hat jetzt irgendwie Würfelparkverbot, ungefähr so wie Kalkverbot, da irgendwas zu verkaufen. 500.000 Euro, das knallt. Warst du verkaufen? Und Drogen? Nein, es ist nur Lebensmittel. Ich darf ja nicht mehr verkaufen, das ist untersagt. Nichts zu fressen außer Käse. Ja, das sind Hallowsachen. Wie gesagt, eine Hand wäscht die andere dann. Ja, wie gesagt, also wir kennen die Typen und wenn wir da irgendwie ein bisschen ins Geschäft kommen, dann kann ich die auch daraufhin nochmal ansprechen, ne? Weil du willst um wie die Herren, nackig. Nee, nee, nee. Kannst du dein Ding schwingen? Aber nicht dran ziehen. Ich hab noch nicht einen Schuss abgefeuert. Ich bin nicht so eine. Der Heroin ist so scheiße. Alter, sag ich nicht, wir haben auch immer. Könnt ihr euch überlegen? Ich denke, ins Geschäft kommen wir schon. Ich muss mir nur erst überlegen, wie wir das Ganze irgendwie sicher machen. Mein Gott, der geht mir so auf den Sack. Ja, bitte. Oh, ich dachte schon, der meint den Johnny wieder rumspringen. Ja. Oh, okay. Ich hab nicht hingeguckt. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das macht mich grad sauer. Gringo ist sauer. Warum geht dich das fast an? Oh, fast. Kann ich ihn vertrennen lassen? Wir haben uns morgen. Ja. Alles klar. Schick die schwarzen Reiter. Ja, das sind meine Jungs. Basis einer davon. Was habt ihr denn? Ihr habt in einem Club eine Autowerkstatt? Was noch? Äh, ja, den Lieferservice. Achso, Lieferservice. Ja, hier oben soll noch eine Bar eröffnen. Und wir denken noch über ein Autohaus nach. Ja, siehst du? Cool. Und steig mal voll, das kannst du doppelt schützen. Durch Polizei. Oder irgendwelche Sachen, ne? Außerhalb davon. Ähm. Wenn ihr ein Autohaus habt, kriege ich dann ein Dreirad für 9000. 5000. Was für ein Dreirad? Ne, so ein Dreirad. Der meint einen Twike. Achso, ich dachte, du wolltest hier irgendwelche Spiele spielen, ne? Was für Spiele? Ich mag Spiele. Oh, oh, oh. Oh? Hä? Was? Oh, oh. Das hat geknallt. Boah, guck dir den Rottwangen an. Komm, man will den Hof und Untergeld. Jetzt. Das ist echt ekelhaft. Oh, nicht Kiffi treffen. Nein, der wollte wieder essen. Der hat den Mund schon offen. Ja, ne, wir werden uns da sicherlich einig. Ich komme nochmal auf euch zu. Ich kläre das mal mit vertrauenswürdigen Personen ab. Ob die da Bock drauf haben. Im Moment habe ich so eine Idee. Gut, dann schauen wir mal weiter. Okay. Hört sich doch nach dem Plan an. Ich danke. Ja, kein Problem. YouTube. Komm, lass uns wieder Drogen in die Vene spritzen. Ja. Ich will Stuhkloschleine lutschen. Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in die Herren. Kriegen wir oben eigentlich ein bisschen Prozent, du? Vom Tunen? 80. Also wir können euch... Okay, letztes Angebot 85. 50 geht auch. Also, weil Bennys bekommen wir 10 Prozent. Ja. Ja, aber jetzt wahrscheinlich 15 Prozent. Boah. Kannst du da mithalten? Und die sind schon relativ günstig. Ja. Ja, Bennys ist, glaube ich, günstigste Werkstatt hier, ne? Ja. Aber warum können die die Preise so drücken? Tja, weil die wahrscheinlich selber draufzahlen. Ach so, um Kunden zu akquirieren. Ja. Boah, das ist eine schlaue Idee. Dass du die animierst dazu, bei sich einzukaufen, weil du... Was heißt animieren? Was kostet denn bei euch eine Volllackierung? Also, primär Sekundär und Pearl. Äh, wenn du keinen Rabatt hast, 12.000. Und bei Bennys bezahlst du 10.000 für die Sachen. Ich geb dir vier. Super verantwortlich. TK, richtig guter Geschäft, Mann. Ja, ich hab gesagt, lass den Taktiker gleich reden. Ja, mit Prozenten, da quatsch ich nochmal was ab. Aber ich denke mal, da kann sich bestimmt was... Seid ihr nicht flüssig, ich brauch dir Geld. Bitte? Seid ihr nicht flüssig, ich brauch dir Geld. Wir geben auch Kredite. Die brauchst 5.000. Mit 15 Millionen... Teuer. Zinsen. Genau, das wollte ich gesucht. Ihr könnt doch eine Hypothek auf euren Club aufmachen. Kein Ding. Wie viel Geld braucht ihr? Ich kann mich nicht beschweren. Wir haben zum Beispiel jetzt den aktuellen Rabatt. auf irgendwelche Gruppierungen. Wärst 10.000. Was sind Gruppierungen? Ja, halt so Leute, die miteinander abhängen. Haben die auch ein Erkennungsmerkmal? Ja, aber vielleicht... Zeig mir deine Flag. Was ist dein Symbol? Also ich hab mir sagen, das sind Flag und Turfs. Das sind so den jahre Ecken. Was ist das denn, das sind Turfs? Die raufe, raufe. Das ist doch wie wenn du unten oder in der Westside rumfährst. Das ist mein Turf. Turf? Ja, Turf. Junge, ich bin letztens in der Westside rumgefahren. Ich hab keine Ahnung von diesem Gang-Scheiß, Mann. Gang Gang Neighbor, watch your back. Homie. Ja, okay. Dann denk du mal nach. Und dann kreuzen. Und mein Cellphone. Ich meilt mich bei dir. Ich hab hier ein Leberfleck, guck. Das ist mein Gang Gang Symbol. Hat der jeder von euch? Nee, nur ich. Weil ich bin in der Gang. Ach so. Ich bin ein Krimineller. Wir sind Vollidioten. Nein. Wir sind wahrscheinlich ein Gangster. Oh, oh. Habt ihr auch SMS bekommen? Aber... Ja. Ja. Auf zum LSPD. Das Gebiet rund um das LSPD ist vorläufig zu umfahren. Bitte nicht anfahren. Ausrufezeichen. Haben sie jetzt die 53 Leute ins Pinie gebracht? Da räumen viele Kinnische keine. Klar, die räumen kleine Asomaten kaum mit aus. Wenn sie die zwei Mille schon nicht bekommen. Also 53 Leute und 800.000 zahlen wollen, ist halt schon ein bisschen frech. Vorhersage G-Klasse. Oh. Was war denn die Frage bei der Umfrage? Sag mal abhauen, bitte. Ja, bitte. Gut. Ja, bitte. Dann haltet die Ohren schnell. Ich komm vielleicht gleich mit G-Klasse. Ihr macht Tuning, ne? 180% Rabatt. Na, da schauen wir aber mal. 90. Ich glaub, der ist schon getunnt. 500.000 rausgeknallt. G-Klasse, kannst du eh nicht viel machen. Doch, Farbe. 5.000 für ne Lackierung. Oder... Ich mach eure Werkstatt zu meinem Nazgul-Nest. Dann wird das hier Minas Morgul. Ja. Verspreche ich euch. Dann greifst du mal schnell einen von den Nazguls. Die Mille von der Bordia. Okay, im Russland. Wie heißt der andere? Maxi? Ich bin Tim. Tim. Tim! Ich bin da. Ist das Opa Wilde Bunker? Nö. Hallo. Ich hab' mir halt mit dich gehabt. Achso. Was geht ab Opa? Mach euch die Taktik mit dir. Ich hab' nicht mal zum Stadtpark gefahren. Stimmt. Aber wie heißt du denn nun mal? Ich bin der Francesco da Silber. Hä? Kann man dir irgendwie helfen? Wir hauen ab, ne? Ne, ne, du hast genug Hilfe gekriegt. Alles gut. Ich war das nicht. Ich wünsch dir was auch noch, ne? Ich wünsch dir was auch noch, ne? Ich wünsch dir was auch noch. Göttes. Ich muss hier raus. Ich brauch sie mal kurz. Ich weg, ich weg. Der Ries hat gefragt wegen der Bestellung oder Weapons. Ja, Bruder, keine Ahnung. Hat sich keiner gemeldet. Okay. Lass mal zu Koldis fahren. Erstmal pack ich den. Okay. Weil der hat die Connections da. Okay. 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 Bieti, ich kann dir nicht sagen, warum, ne? Ha? Ich sag Bieti. Was denn? Ich kann dir nicht sagen, warum. Warum? Also wirklich nicht. Finn will nicht mehr bei euch fahren. Wir müssen die ersten beim Park sein. Okay. Curtis, hast du Finn angeschrien? Ne, warum? Fahr schneller! Der will nicht mehr bei euch fahren. Ja. Scheiße, was du holst du da? Nein, mein Freund, nicht an. Kannst du bitte Lichter machen? Mann, es ist an! Ja, jetzt. Wieder anmachen. Soll ich die anderen ausbremsen? Ey, Kürich. Der Brian, von dem die erzählt haben, ne? Was für'n Brian? Ja, der Trottel da von denen, der da mal gearbeitet hat und so. Oh, weißt du, guck on the Brian's side. Ja, genau der. Was ist denn denn? Das ist der Typ, mit dem ich damals mal da in den Bahamas den Deal gemacht habe. Was für'n Deal? Ja, wir haben doch mal den einen Abend da Drogen reingeschmuggelt. Bei Bahamas? Ja, der hat die reingeschmuggelt von uns. Dieser Brian? Ja. Das ist doch dieser Trottel. Keine Ahnung. Ja, doch, der mit den roten Haaren, den kennst du. Weiß nicht, muss mit dem quatschen. Dann erinnere mich nicht. Den erkenst du auf jeden Fall, wenn du den siehst. Ah, nee. Das war Turmmel, den ich jetzt im Kopf hatte. Der hat auch mal dieses Lowrider Dance Battle Rap Ding da moderiert. Bei Cody auf dem Parkplatz. Weiß nicht. Wenn du den siehst, erkennen sie den. Ah, du meinst den Rapper. Ja, ich glaub der rappt auch. Ah, ich bin Brian. Soll ist es deiner? Irgendwie komisch, ja. Oh, Gringo ist sauer. Das ist so ein bunter Trottel. Hatschi, bitte. Das ist schon bevor die Vixen. Warum scheiden wir sich ja für innen? TK, gib mal deinen Unterhose nach vorn. Der hat doch nie welche an. Die halt ab hin. Boah, ich hatte so ein Tinkgepäckchen. Lass dir mal den abknallen. Warum? Danke für diesen informativen Beitrag. Ab Druck. Du wirst doch schon dreimal pissen jetzt, Alter. Schießen, schießen. Schießen. Warum machen die alle das Licht aus, wenn die uns entgegenkommen? Haben die Angst, dass wir die befallen? Die wollen schießen. Die fahren die ganze Zeit über Käfer. Für mich sah das ganz klar nach einer Schussankündigung aus. Die wollen es wissen. Warum willst du sowas ankündigen? Das gibt keinen Sinn. Doch, das muss man. Halt die Klappe. Ich erschieße dich. Ich erschieße dich. Ich schieße jetzt. Obacht. Ich zähle bis drei. Du hast zehn Sekunden, jetzt deine Waffe runterzunehmen. Der Hase zählt immer. Bei denen geht das immer so. Nimm die Hände hoch, das knallt. Eins, zwei, ah. Und drei Leute liegen schon. Ja, bei eins wird geschossen. Wo ist denn der Hase? Der ist krank. Ich habe den krank gemacht. Habt ihr gehört, was der Architekt gesagt hat? Was denn? Das ist eine Geiselname mit 53 Leuten. Naja. Dietz hat wieder seine Fühler ausgeprägt. Die müssen das alles kompensieren. Da haben wir den Staat gefangen genommen. Aber was macht er, wenn die nicht auf deren Antworten wir dann ein 53-facher Mörder werden? Das wird so nix mit seinem Hotel. Du weißt doch nicht mal, wie die das sind. Ja, wer denn sonst? Wer sonst? Ja, nur weil die darauf spezialisierend sind. Es gibt doch nur angelastet. Das ist eine Millionenstadt hier. Kann jeder sein. Hat ja keiner, dass er so eine gut abgeschlossene Ausbildung im Geiseln nehmen hat, wie die. Vor allem bei so vielen Geiseln. 53 ist schon eine Hausnummer. Das können keine Anfänger sein. 53, Alter. Weißt du, wie viele das sind? Halbe Insel. Vor allem, wie kriegst du 53 Lolt an deinem Ort? Mit drei Autos. Türkische Autos. Alle in den Koffer raum. Ja. Wir sind die Ersten, ne? Weißen. Wann wird geschossen? Gleich. Gleich bei. Geil. Ja, wir sind die Sieger. Geil. Ha! Winning Team! Warum sollten wir jetzt als erstes hier sein? Weil ich gewinnen wollte. Boah, ich dachte schon, ihr wartet irgendwas cooles. Wir verlieren nie. Nein, wir fahren nicht zum Cody, ne? Ich habe Angst vor dem Verlieren. Ja, zum Cody. Das gibt gar keinen Sinn hier. Das ist voll angestrengt. Halt's Maul. Boah! Gürtis. Treppen wir uns bei Cody? Auch. Okay. Du kannst ja nicht parken. Präsidentenstatus. Boah, ich habe Hunger. Warte kurz, BT. Warte. Geh nicht rein. Äh, drei von vorne, einer von hinten. Was? 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 Ja. Achso, du bist der Taktiker. Du musst flaschen, flaschen. Du musst von hinten gehen. Flaschen. Boah, Körde. Einfach geil. Boah, Körde sind trocken. Oh mein Gott, Körde. Haben die heute zu? Ja, toll. Die haben den Lachs gerochen. Die haben den Lachs gerochen. Ganz einfach. Hier ist ja die Hölle los. Die Taktik ging nicht. Ja, alles Körde ist seine Schuld. Körde, wir haben elf Uhr. Ja, die haben schon zu. Geise. Da haben wir aber pünktlich zugemacht. Hallo? Haben wir dir schon gerade zugemacht? Wir haben gerade zugemacht. Scheiße, der ganze Laden ist voll. Im Ernst? Ja, kein Witz. Ja, ich bin zwei Minuten da. Ich muss noch eh den Fussmann auffüllen. Wir müssen ganz klar verteidigen. Ich komme gleich rüber. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich nehme Kapkan. Der kommt in zwei Minuten rüber. Der macht nochmal den Hed an. Mach die Tür da vorne zu. Warum? Gänzt er zu? Ja. Ja. Ja, Phil wartet schon. Was willst du spielen, Jay? Amadeus, danke für den Wii-Sub. Willkommen bei Kodis, Ihre Bestellung, bitte. Und nochmal für den Gifte-Zappern, Gringelwald. Und Fabi, danke für den Zapfenherrn zu kommen. Einmal zwei halbe Haar. Und Fabi, danke für den Prime-Sub. Haben wir hier nicht. Ach, zwei Worte, bitte. Ja, und jetzt ist das vorbei. Haben wir hier auch nicht. Wie zahlt man jetzt aus? Dann ficken Sie sich hier bitte. Hier. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Beheern Sie uns bald wieder. Werden Sie mal von mir? Mach ich. Ich kann mal, wann wieder Lasagne gibt. Am Morgen, sagt sie. Aber auf, Dicker. Gönst, hast du eine Windel an? Warum? Weil sie sieht ein bisschen aus hinten bei einem Popo. Gar nicht. Guck mal. Doch. Guck mal, wie sie sieht. Bist du das wie eine Windel? Guck mal. Guck mal. Mach mal Puppi. Drück mal bitte mit dem Finger. Ist weich. Ich fülle mal abfahren. Das sieht wirklich wie eine Windel aus. Oma. Guck mal. Ja, ich habe meinen Pleck-Age hinter Ihnen. Ihr könnt mir gar nichts. Dicker guckt immer bei Curtis auf dem Hintern. Nein. Das weiß er doch. Doch. Das sage ich dem Film. Check die Kameras. Der hat Valkyrie unter die Kameran eingeworfen. Ah. Was sind die anderen denn? Aus. Keine Ahnung. Ach, das hat Harampatter sein. Warum hast du die nicht angerufen? Wer ist denn deinem Auto? Bin. Max. Giffi. Max. Mö. 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 Ne, Jon ist da nicht. Jon ist mit Schoko in allem Auto. Ja, die sind ja auch nicht hier. Ja, ja. Gericht haben sie. Ich weiß. Ja, wir sind bei Curtis. Nein, nein, nein. Komm her. Ja, ich danke, ich danke. Ich hatte gerade einen kleinen Unterunfall, weil Max ein dummer Idiot ist. Ja, bis gleich. Ja. Die haben schon mit einem Unfall gebaut. Ja, Trottl. Ich mache so, ich mache so. Unfall. Ja. Da hat irgendeiner eine geile Sache mit 53. Ne, Joni? Und was bestellen. Ja. Und was soll ich mal sagen? Also, folgendes. Ja, sag ich dir nicht. Das war gut, ne? Das war scheiße. Mach's doch mal, ich hab's nicht gesehen. Ich hab Hunger. Also, ich weiß davon, dass, ähm, da Leute mit einer Geisel wohl, ne? Mit einer Geisel? Mit einer Geisel ein bisschen weiter weg oder in der Nähe davon standen, ne? Von dieser Geiseldame. Und dann ein paar Leute hingegangen sind und diese drei Typen plus die Geisel hochgenommen haben und die dann bei den Cops abgeliefert haben. Warte mal, was? Ja, ja. Profis am Werk, Mr. Freeman. Wann kommt hier die Bestellung? Und, äh, man, also, ich würde glauben, dass das dann die, die, diese, ja, diese Karte war zum, ich komm hier fall raus, aber die hatten die dann wohl nicht mehr. Woher weißt du das? Ja, ich wurde angerufen vorhin. Safe Call Quelle? Ja. Aber? Quelle hat schon zu. Gibt nicht mehr. Quelle war immer. Also, ist die Geiselnahme schon beendet? Kann sein, dass die noch läuft. Keine Ahnung. Wie, hat der Vocal jetzt eine halbe Million Kanalpunkte bekommen? Check ich nicht. Habt ihr ein Glück? Martin, er hat eine Zeugkunde raus. Ah, der Chef ist wieder da. Warum macht ihr denn schon nur mehr für zu? Du, warum hast du deine Hose aufgekommen? Willst du hier ohne Hose arbeiten? Ich fühle mich hier heimisch. Cody. Ja? Unser gemeinsamer Freund, hat der sich schon mal gemeldet? Nein. Puh. Der ist so zuverlässig wie Danju. Boah. Der Typ macht Leute nervös, ne? Ja. Ah ne, das sag ich lieber nicht. Haha. Ja. Wir sitzen auf einer Menge Asche. Sagt der, wer in einer mit einer Unterhose steht. Ja, das passiert bei anderen auch, wenn sie einen... Ja. Ja. Keine Ahnung. Wenn du Asche loswerden willst, gib her. Ja, wenn du Sachen hast? Nee, nee. Mit sowas habe ich doch nichts zu tun. Nein, Rackettmerfer. Du bist ein Verbrecher. Als ob. Der hat mir gestern eine Schrotflinte geschenkt. Genau, du hast bitte gestern eine Schrotflinte gegeben. Hast du Beweise? Ja. Der Helikop hat Beweise. Außerdem wäre das im Norden legal. Mhm. Ich bekomme... Egal, äh, legal. Ja. Und... Was haben wir denn noch? So, warte mal. Ein Raupenmenü. Was findest du? Bei Cheeseburger, oder was? Ich? Ja. Warum denn Raupenmenü? Raupenmenü ganz recht. Du wirst so vergessen. Alter, das kannst du keiner erzählen. Was ist da drin? Ja, wenn du das Kriminelle jetzt hier nach dem Anschluss hier noch weiter zu verkaufen... Ich werde es so gestern. Ich habe keinen Wort verstanden. Bowser wird auch mit dem Knopf drauf. Ich nehme das, was Johnny will. Okay. Ich bin mir da. 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 Pumfum, Renn. Pumfum, Renn. Pumfum. 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 Jürgen, mein Lachgetriebe geht kaputt. Egal, wo wir hinkommen. Keiner hat Bock auf uns. Das ist ganz nah vollziehen. Wie damals bei dem Pumfum, 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 Pumfum. Wir fahren dann in den Turf rein, alle holen ab. Ja, ja. Weißt du noch? Die ist ein Allabkommen, wenn wir ihn mal geraten. Geiselnahmenhochzeit. Was für eine Geiselnahmenhochzeit? Ich hätte lieber Geiselnahmenhochzeit. Also, Kiez ist angeblich nicht mit der Geiselnahmen. Siehst du, ist nicht immer der Kiez. Heute ist auch nicht Sonntag, deswegen. Ich habe extra nachgefragt, ob die vielleicht mal aus der Reihe tanzen. Du verwirrst mich so total, wenn du hier stehst und sagst, ist nicht immer der Kiez. Ich dachte, der Junkie-Park ist immer an allem schuld. Ja, aber nicht, wenn es um andere Sachen geht. Kommt auf die Warengruppe an. Kommt auf den Tag an. Aber was hast du gerade gesagt? Was für eine Hochzeit? Keine Ahnung. Von Lichtner und der Frau, die jetzt auch irgendwann Lichtner heißt. Und dabei die Geiselnahme? Er meinte der Willi. Opa Willi Bonka. Willi will... Wie, die haben eine Hochzeit hochgenommen? Ja, ja. Das würde ich bei deiner Mielas Hochzeit auch fühlen. Oder Verlobungsfeier oder sowas. Irgendwie so eine Cringe-Kacke. Aber schön gemacht. Das klingt wirklich nach dem Kiez. Das ist schon sehr schlau. Ich denke, so eigentlich gar nicht dumm, ne? Da sind viele Menschen auf dem Haus. Und sonst musst du dir wahrscheinlich Geiseln suchen. Oder wie funktioniert so eine Geiselnahme? Ja, du fährst rum und suchst Leute. Und dann musst du die... Bewerbung. Bewerbung? Ja, wo haben sie für Bewerben? Fabi, danke für den Primes. Ich wurde schon mal vor meinem Laden ins Geisel genommen. Aber ist schon Ewigkeiten her. Aber... Kein Geiselnahme im Praktikum. Trotzdem irgendwie... Tatsächlich muss ich sagen, war Geiselnahme ganz anders, als man sich das vorstellt. Das ist doch voll entspannt. Die Geiselnahme haben mir die ganze Zeit Joints zugesteckt und am Ende Geld. Eigentlich war alles cool, so. Bloß als die Polizei kam, da war Kacke. Da wurde ich von denen angeschossen, als sie das gestürmt haben. Weil die dachten, ich bin ein Geiselnahme. Obwohl ich gesagt habe, ich bin nur eine Geiselnahme. Aber hat sie wenig interessiert. Cody, was hast du gesagt? Ben hat was nicht interessiert? Die Polizei. Ja, man bekommt doch... Also ich habe mir sagen lassen, dass wenn man... Boah, Johnny, halt das Mal. Dass wenn man... Ein Menschenleben ist irgendwie... Irgendwie nur 13.000 Dollar wert. 13.000 oder der Preis ist um 5.000 gestiegen. Ich habe mal 8.000. Oder 8.000. Okay. Wie viele Stütze gibt es? 300 Dollar. Das heißt... Wie? Ein Menschenleben ist bei 13.000 dann so 11 Stunden wert. Das ist weniger als eine Eintragsriege, Alter. Ja, aber... Ich seh gar nicht mehr... Auf! Uuuuhhhh... Hier, 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 hier... Hier, 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 hier... Ja, hier, 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 hier... Hier, hier, hier... Da sind die Damen recht! Bruch, hör auf zu lachen! Johnny? ich weiß nicht mal was ich bestellt habe ich verwirrt mich ja ist doch jetzt der erste teil ist doch schon fertig ist okay dann für jeden ein twinkie die schutzgeld hier macht jemand krawalle in meinem laden da bist du bezahlst ja auch ihn da stehen ganz viele leute mit maske und knarren der polizei mal helfen das ist keiner das ist keine stimmen in meinem kopf ist noch mal über den vorstabangestern nachdenken Klapp den Eier auf. Ich hoffe, ich hatte den nächsten Finger. Hoffentlich nicht. Ich konnte nicht, klar. Was darfst du denn für sich sein, Roger? Ich hätte gerne was. Du musst nur mal kurz reden, wenn du Bock hast. Zeit. Ja, ich muss nur noch ungefähr eine halbe Großfamilie bedienen. Da bin ich soweit. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ja, das ist gut. Boah. Stürmen jetzt PD. Mann, Mann, Mann. Flachmaten. Flachmaten. Der Plan stand schon. Was hat er jetzt gesagt? Was ist denn PD? Eine geile Name? Ein Reihenzugriff frontal. Okay, danke für die Antwort. Ich hab leider nichts gehört. Ja, ist anscheinend. Da sind bewahrschte Leute. Davor. Klicken rein. Frontal. Bam. Sollen wir den Puzzer helfen? Ja, frontal. Wir sind so Ego-Snitcher. Ja. Gehst du einfach hin und sagst, ja, ich brauch mein Führungszeugnis. Rein, Feuer. Ja, geh einfach hin und sag, ich brauch mein Führungszeugnis. Ruf da jetzt an. Braucht ihr Hilfe? Tiefkühl steht zur Seite. Wow. Also, ich bin schon dafür, dass wir denen helfen. Better call Tiefkühl. Schande. Ja, ist okay. Los rein da jetzt. Oh, Juri. Verfolgst du mich? Dann würdest du dich verfolgen. Weiß nicht. Juri. Geh da jetzt gucken. Der versteht das nicht. Dein Burger nicht, wenn du weggrennst. Also. Ich glaube. So, dann. Was ist das jetzt? Ein Raupen-Menü? Ein Raupen-Menü für jeden. Danke. Danke. Und weil heute euer Glückstag ist und ich acht Monate hier jetzt im Mbis habe, geht's aufs Haus. Danke. Geil, danke. Lass das schmecken. Ich hab dich noch nie hier gesehen, Juri. Ja, doch. Jetzt willst du dich nicht immer hier Milch-Checks holen. Ja, Leute, ich war da auch hier. Was sind Milch-Checks? Milch-Checks. Ja, geil. Du hast ja zu viel. Wenn ich nur fünf Würfe bin, schnumm. Hast du gehört, am Pizzar, wie geht die Post ab? Ja, überall ist Partikar. Was? Ist hier überall unterwegs, hier ist überall Partikar. Ich glaube, die Stadt brennt ein bisschen. Da sollen wohl nur Hochzeithops genommen wurden. Ja, 53 Personen. Wie ist eine Flasche Cola auf mein Reis gefallen? Also, ich finde schon, dass das Terroristen sind, ne? Die sollte man rechte Blühenslängen schwarfen. Wenn sie die kriegen. Zugriff. Lass mal gucken gehen. Ich will beobachten. Ah! Ah! Lass los! Ah! Ringo! Aber nicht, dass du uns geschossen wirst. Wir fahren mal gucken, Juri. Ich hab versucht euer Glück. Okay. Tschüss! Ne. Mach mal Jason Jivolo an. Frontalzugriff. Wo ist Jivke? Der hat keine Ahnung, der steht da drin. Kollateralschaden, auf alle. Ne, der ist ja nicht drin. Keine Ahnung, egal. Der ruft schon an. Jetzt Zugriff. Vielleicht andere Auto. Holt die Empiece, Jungs. Nee. Ja. Ui. 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 Fahr du. Arschloch. Ui! Ula! Okay. Okay. Oh. Was ist okay? Oh, mein Kopf! Aua! Klaas. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui was machst du ich war motiviert ich sehe gar nichts weiterfahren wir können ja nichts machen ja alles abgesperrt da ist unser auto warum bleibst du was machst du die schießt auf uns nein ich bin einfach gesehen hast irgendwas gesehen aber hier nicht mal wenn du da links lang fährst da stehen da drei kaufautos dann lass auf das lassen links daneben was auf das dach da links wenn die schießen auf uns mehr nein die denken wir spielen für die leute ja ok komm was wollt ihr das dach gehen nein links rum links rum ja nächste rechts um nächste wieder links und dann nächste rechts doch du scheiße ist recht da sind drei ich habe können wir auf den parkplatz warum fährst du auto was willst du von mir ich kann keine gedanken lesen braucht man einmal hase am steuer das sieht aus als würden die sich bereit machen da gleich rein zu stürmen ja wie wenn ich unter ding und unter der abt kennt sich gerade schon nein gibt es schon zeig mal zeig mal ich will sehen ich will sehen die sind so gefickt wer auch immer da drin ist die sind so gefickt junge auch immer da drin ist die sind so gebumst junge die impfus viel wert wer das ist dass die sich da dahin stehen schon drei vorbesetzte autos wo wir gerade angefahren sind und da unten sind dreizehn drinnen die kommen da nicht raus sein die boden die sich im tor was die stürmen junge sind da geil sind drin im pt ja mit sicherheit dass sie befreien die nix machen wir jungen agent tief geblendet team backstab was sind denn die anderen und weg keine ahnung bei dexus muss die hölle los sein ich habe richtig bock dem zuzugucken ich glaube wir machen mit ein bisschen eher schluss ok an jungs mit euch kann man nicht arbeiten rinko ist sauer diese waren kein stress und jetzt bleiben so wie wir sind was machen hier gibt es doch immer bestimmten dach wo man zukunft wir können hier durch die dinge so durch die mitte fahren und dann hoch auf das darf nicht so aussehen als wenn wir spielen für die leute hier links da wo das ding ist wo der parkhaus ist links da ist das wort da ist das wort auf gegenüber ist das wort ich denke mal die ganzen dächer werden besetzt sein von den korps digga wenn hier schon 57 korps wagen sind abgezählt da warte ich bis jetzt mitgekriegen von den korps da würde ich dann nicht so denken tatsächlich ja dann lass versuchen auf dem dach zu kommen hier das links von uns oder wir gehen da links auf die brücke hoch und gucken von der brücke runter dürfen nicht erschossen werden ja bist du irre pass auf was denn ich habe vorfahrt wo bist du ich bin bei codys ja warum bist du nicht mitgekommen ich musste kurz pinkeln ja wir kommen hier abholen und dann waren die alle weg lass reinklettern hier lass reinklettern hier rechts pass auf ich springe am pulsarabiel ne ja ähm bei dem pernepark unten in der garage da stehen 13 vorbesetzte pulsarautos ich glaube die stürmen gleich das PD oah warte wir kommen ey Curtis daneben in der gasse da ist doch bestimmt so ne leiter wo man hoch auf die autos da kann man doch auf die hüse hoch ja wir gucken ja ja aber das sieht dann aus als wir mit spälen für die gase nimmer ne aber wir spielen nicht aber feuer leiter komm komm wo bist du ja hinten links ist voll oh ding komm 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 ich hab zu kurz schlaganfall das sieht gar nicht gut aus mit dem auto ich glaub wir sollten ane was 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 fahrnein gleich rechts hier rechts oder was oh mein kopf ja genau obacht obacht wir sind da schön vorsicht da 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 links da war doch das dach nein man das man da siehst du das ja dann hier vorne das vor uns das ein weiter du ein weiter eins weiter da kannst du da hoch oh da ist doch eine mülltonne die kann man selbst sofort mitnehmen jetzt macht das ding aus jemand muss drunatana rufen was ist da kein swat oben junge wenn da oben da oben swat bei meinem glück du gehst vor lass mich looten backstab team da ui 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 was ist das warum schiebst du mich hallo hilfe nein was soll ich machen oh was was ganz gut johnny ich weiß wer da drin ist und ich weiß wer die geiselname da war woher hm woher mir wurde das gerade gesagt ok wir sind auf nem dach was denn was das ist äh sister fister wer ist denn sister fister achso die von gestern ja eine geiselname war vorbei und jetzt ist die nächste angefangen und das ist die jetzt ok und hier sind jetzt die fister fister und weißt du wer da mitmacht wer denn aus scarlet scarlet doch irgendwas stimmt in meinen augen nicht was für eine scarlet schon wieder die die ganze bombons chillt oh also gehör die zu denen ja anscheinend macht die auf jeden fall was mit denen wir sind doch verräter oder nicht hm wir sind doch verräter oder nicht ja ja dann verkauf die info doch wir brauchen geld echt ja ich rufe ich rufe jemanden an verkauf die info jalla bis gleich jo jo komm mit rüber bitti wir wissen wer da drin ist ok keiner wird mit mir hallo hallo homora hallo 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 was denn wer ist das denn war irgend so ne clique was denn für ne clique du sagst du weißt wer da ist und dann sagst du nicht wer da ist hab ich doch grad gesagt ne du sag nochmal wer boah halt die klappe wer ist das halt die schnauze wer nennt sich so du ne du wirst du sagen was sind das für texter und alter und 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 Jetzt haben wir ein Problem, wir machen Schneeängel. Oh oh. Oh oh. 100% kommt gleich irgendein Einheit hoch. Boah. Boah, ich glaube, da setzt Leute auf die Dächer ab. Wir sagen einfach, wir sind von der Presse und wir machen Fotos. Wo Juno ist da? Hallo? Welche Dach bist du? Ähm. Wenn du vor der Brücke, wo wir jetzt hochgefahren sind, ne? Ja. Hier steht doch so ein zwei Autos stehen hier, so ein SWAT-Auto. Ja. Rechts daneben das. Okay. Und hier die Kopter setzt die Leute auf dich ab, überall. Die haben bestimmt Schnapper. Ja. Hast du gefunden? Ja, ja. Links hat so eine brennende Mülltonne, das ist eine Leiter. Hast du gefunden? Ja, 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 ja. Die sollen da nicht rumballern. Die haben High-Ground. Wer ist denn so bescheuert? Du machst eine Geiselnahme im Polizeirevier. Wie das? Ja. 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 Die sind schon verrückt, ne? Ja, ja. Meinst du die stürmen? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die stürmen. Ich will sehen, wie da 60 Kops reinrinnen. Oder verhandeln die wieder fünf Stunden? A oder B? A oder B? Das ist doch was für die Chat-Abstimmung. Verhandeln die jetzt oder stürmen die in der nächsten halben Stunde? Chat, was sagt ihr? Haki, da musst du bei einer Umfrage mitmachen. Vielleicht startet die auch mal nur einer. Nein, wir haben ja schon eine Mpf-Bahn, dass das nicht der Kiez ist. Ich glaube nicht, dass der Kiez so irre wäre, eine PD, eine Dings zu machen. Eigentlich ist das Selbstmord. Habe ich was verpasst? Noch nicht. Was sagt ihr? Stürmen die gleich oder fahren? Die warten auf uns. Auf mich. Boah, ich würde so gerne da reinrinnen. Auch. Einfach da reingehen und sagen, Jungs, wenn ihr nicht vom Standgeber stressen wollt, gibts er. Hört ihr auf. Gut, auch. Achso, ich seh das nicht. Sorry! Cube, danke für die Wism 13. What's poppin'? Laura sieht gut aus. Tante sieht gut aus. Danke für die Prime 8. Danke. Aber die heißt doch Laura oder nicht. Aber das ist ja Tante. Ja, Tante Laura. Boah, die heißt nicht Laura. Ne, der Kiez hat die Asservatenkammer ausgeräumt. Aber nicht so eine feste Geiselnahme gemacht. Da tut sich was. Guck mal auf dem Dach. Der will selbst Mord mitgehen. Besser ist es. Oh, oh, ich bin angeschrieben. Ich muss den Support. Aber warum? Bring, ich bring, 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 bring. Muss sie. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein, egal. Du bist der Falsche. Gleich, ne? Gleich. Dafür krieg ich nen Kussi. Das pettig. Okay, ich war doch der Falsche. Ich muss nicht supporten. Pass auf. Du schreibst mir nen Supporter. Ich soll nen Support kommen. Ich sag, es ist ganz schlecht grad. Kann den Stream nicht mehr mit UBS crashern. Dann wird geschrieben, das war noch eine freundliche Bitte. Sofort am Fragen am Vorrang. Guck mal da nix. Und dann in Caps. Oh nein, egal. Du bist der Falsche. Ich seh. Die Kavallerie ist da. Jawoll. Einreiten. Einreiten. Wo? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, die kommen nicht so. Oh oh. Nimm schon mal die Hände hoch. Jungs, die Waffen ziehen. Nein. Meine Waffen ziehen. Nein, doch nicht. Ja, bitte. Willa, komm, belei. Oh, guck, 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 guck. Ach, bitte. Ami. Willa, ich bin. Ach, bitte. Ja, ich bin. Ja, Schatz. Praktikbesprechung. Hi. Grüße. Ja, die waren grad bei dem Dings. Bei wem? Bei der 1-8-7. Bei der 1-8-7. Warum? Geknallt? Nee, hat nicht geknallt. Ui. Mann. Keine Caprion. Oh, da bewegt sich was. Oh, da wird gleich so eingeritten, ne? Boah, ich geh mal ein bisschen weg von der Kante. Jungs, unterm Stadtpark, ne? Die Garage. Ja. Da stehen ungefähr 13 Polizeiautos voll besetzt. Echt? Ja, echt. Ich schwör bei Gott. Ja, wir sind grad an die Linke, wir sind grad an das linke Ding drangefahren. Und ich hab gefragt, ob die PD60 schon außer Dienst ist. Glaub, die ist drin. Mhm. Die ist so süß. So süß. Na 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 na. Und die hat gesagt, ich darf mich einklagen in ihrer Ehe. Warten wir uns hier sehen, bekommen wir Ärger, ne? Ja. Wir sagen einfach, wir kommen von Junkie News. Nein, das stimmt nicht. Wir bekommen keine Ärger. Wir sind Monkey News. Nee, Kriegsreporter. Wir sind News. Hat Junior schon gesagt, wer das ist? Oh, oh. Der Panzerwagen. Nee, hier, Sisterf ist das. Mit Frau Scarlett an der Stelle. Woher? Also, wie? Hast du gesehen? Hä? Hast du gesehen? Ich weiß, dass das hier drin ist. Wie Scarlett ist auch drin, ne? Ja. Ich sag doch, die ist ganz, ganz komisch geworden. Deswegen scheiß auf die. Ich gucke jetzt auch den Dings an. Kannst du sich verpissen? Warum? Sie hat doch nichts getan. Nein, aber die... Ja, aber keine Sachen mehr zu den... Achso. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Nicht, dass Daniel da bald auch hingeht zu den Sisterfistern. Da soll er doch. Da soll er doch. Ich hab auch gehört, wenn du bei den Sisterfistern austrittst musst du sterben. Weil die haben oben die Brücke auch abgesperrt, ne? Ah, gut. Ich glaube, die sperren gleich alles ab, weil die gleich da rein gehen. Ich glaube, die schleppen gleich unsere Karre ab. Ich glaube, der guckt uns da gerade von unten aus dem Panzerwagen ganz genau an. Nein, der Helikopter hat uns schon gespottet. Echt? Na klar, Mann. Keine Ahnung, ich war ja noch nicht hier als der Helikopter wusste der Helikopter. Könnt ihr nicht da einfach oben da Leute draufsetzen und von oben rein reinlassen? Ich glaube, das hat er schon gemacht. Achso, ne. Eigentlich schon, ja. Oh mein Gott, das wäre ultra krass. Aber guck mal da hinten rechts steht einer. Guck mal da auf dem Gebäude. Ganz hinten steht einer. Schön. Der sieht aus wie eine Lampe. Ganz rechts außen. Vor der Brücke. Hinter der Brücke. Die sind ja auch schon. Siehst du das? Der hat weiße Sachen. Ja, ganz rechts unter den Augen. Das ist das. Ich glaube, das ist ein Geiselnehmer. Ich glaube, das ist ein Geiselnehmer. Ja, glaube ich auch. Boah, ist wie Kino. Ich brauche Popcorn. Oh, shit, jetzt gerne Sniper. Boah. Guck mal, der ist da oben. Das ist ein Fernglas. Da oben. Ja, aber das ist kein Koper. Das ist ein Geiselnehmer. Oh, das ist ein Schneekopper. Nein, der dort oben ist der Suizidgefährdete. Der überlegt die ganze Zeit, ob er springt. Aber nur in welche Richtung? Ja, das ist eine Pussy. Ich habe schon gesagt, spring, spring. Ich glaube, seine Kleinststrafe wird genauso lang. Die sind so im Arsch. Boah, die bekriegen. Boah, Alter. Boah, boah. Allein die Geiselnahme eben gerade mit 53 Geiseln. Ich glaube, die hat die Cops jetzt richtig sauer gemacht. Weißt du mal, ob die entkommen sind? Die Geiselnehmer? Boah, keine Ahnung. Warte mal ganz kurz. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir entkommen sind. Sonst wird das Piddy mit Cops besetzt und nicht mit Geiselnehmer. Oh, oh, oh. Jungs, da passiert was. Wer ist der Verhandlungspartner, dort wäre die Sache ganz klar. Krieg, Krieg. Einfach ein Turmbaum mit drauf. Ja. Bau ein neues Piddy. Ja, geht doch mal in Deku. Ja, wollen die die Asservatenkammer auswählen? Warum machen die im Piddy den Geiselnahme? Weiß nicht, weil die dumm sind. Vielleicht wollten die uns nachmachen. Warum wohnen? Da fängt man klein an. Ja, wir haben DOJ gemacht. Das ist schon ein anderes Level. Junge, Alter. Vielleicht wollen die uns nachmachen, weil wir DOJ gemacht haben. Natürlich. Ja, war der Junkiepark, habe ich gehört. Wir waren alles. Sind-Me, dankeschön für den We-Star. Das sind da und Piddy sind wir auch. Und Kanisterkopf, danke für den Prime. Wenn da Skala drin ist, sind wir das auch. Den magst du schon runter schildern. Ja. Das ist Piddy 16 in den Arm. Ey, vom Dach eher. Aber ja. Was macht eine Vance, Alter? Spring gleich. Der ist traurig. Wegen Piddy 16. Piddy 16. Die Kuppers brauchen den einen Typen aus diesem Film, diesem Flying Ten Hang. Der wird das allein klären. Ja, Mann. Uh, uh. Uh, uh. Rechts von uns sind aber keine auf dem Ding, ne? Auf dem Parkhaus? Ich glaube, wir wurden gerade welche abgesetzt. Mit Sniper. Ui. Bin? Ja. Seht ihr mal vor. Reicht. Ui, cool. Ich glaube, wir haben auch den besten Freund gefunden, der da mit drin ist. Wer? Ja, der beginnt mit Essen und mit Opranos. Oh. Ich habe gerade die Amy Baker angerufen. Meister der Listener. Ich habe gesagt, ich habe was ganz Wichtiges für dich. Ich musste das kurz geben, können wir uns kurz treffen. Ah, nee. Ich muss gerade was mit einer Freundin klären. Ich so, ja, ich komme schnell vorbei, ich gebe dir das, dann gehe ich wieder. Da habe ich gesagt, ah, nee. Ich kann auch gerade nicht sagen, wo ich bin. Ähm, TK? Pass auf, Schatz. Pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Willst du sterben? Pussy, spring doch. Spring doch. Pussy. Deswegen stelle ich mich nicht da hin, Alter. Weg hier. Ich möchte da wieder hin. Wenn mein Fettbauch über die Kante wippt, Alter, dann bin ich da unten, nämlich. Fettes Schwein, geh abnehmen. Nein, mach nicht. Du Wichser. Das war nicht nett, TK, du entschuldigst dich jetzt. Genau. Bring. TK? Du springst hier gleich runter. Nein. Doch. Was hatten wir denn für noch? Du bist nur auf die einen reiten, oder nicht? Oh, danke. Tut mir leid, Mo. Ja, danke, danke, TK. Du mal Wichser. Junge. Pass dich noch runter. TK, du fliegst gleich. Wer trollt, fliegt. Wer trollt, der fliegt. Bald darfst du nicht mehr mit. Du musst immer im Park stehen bleiben. Ach so. Nein. Oh mein Gott. Da hat er einen sauberen Röstler verloren. Da hast du schon wilder Helikopter. Das laberst du. Du dumm? Ja, wieso? Der macht gute Rostbrotwürstchen. Ja. Ja, wenn mir TK brüßt im Wälde... Super. Schön, dass du laberst. Ja. 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 Was habe ich? Partylichter mitgebracht. Da unten sind so viele. Finn hat mir nichts gesagt. Ui. Was habe ich nicht gesagt? Dass ich Partylichter mitbringen soll. Ach, sorry. Nächstes Mal. Komm, wir machen... Wir holen die vom Weihnachtsmarkt. Da sind ja genug. Ich möchte einen Tannenbaum haben. Ich hab Hunger. Geil. Hey, wart ihr nicht gerade das Codys? Ach so. Na, vergessen, dass was im Bauch ist. Muss noch verdaut werden. Aber das ist schon clever mit den Jubiläts da. So kann man richtig gut einsteigen. Wo denn? Da liegt er vorne stehen. Aber ich finde ja von beiden Seiten... Sind das keine Polizei-Jugular? Sind das keine Polizei-Jugular? Ne, ne. Das sind, äh, Dings. Normale. Glaub. Da drüben, auf der anderen Seite steht ja auch... Jo, hier fällt einem das Insertion rein. Der Jubular steht auf der anderen Seite der Insel. Puh. Jetzt kann ich an. Ach so. Sagt das mal der John, dass die Scarlet da wahrscheinlich auch... Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Oh oh. Jetzt gibt's nen Zugriff. Ich bin ein Ficker. Jai. Komm mal. Ui. Tag. Hachsam. Welcher Tag ist heute? Acht. Ich glaube, alle Punkte werden unter denen, die richtig lang sind aufgezählt. Boah. Tui hat so einen Team packingen. Tui hat so ein Thema bekommen schon. Boah, kann dir mal was passieren? Ist doch Stürmung. Ich will, dass was passiert. Komm, wir werfen die Koppels mit Schneebeln. Das macht man nicht. Warum? Könnten Steine drin sein. Macht man nicht. Und? Lass auch einen Geisernarm machen. Ja, lass hier eine machen. Ja, jetzt? Jetzt sind die Koppels ja alle beschäftigt. Das ist eine gute Idee. Wer ist unsere Geisel? Wir rufen dort an. Huhu, neben euch ist ne Geiselname. Wir haben nur eine. Hör aufzustöhnen. Gibt's denn jetzt ne Stürmung? Die Kops haben echt keine Ahnung. Hör aufzusteigen. Ich nehm' eins. Bist du grad in deiner Tasche drinnen? Nehm' Handschuhe. Geiselname. Foneros, vielen lieben Dank für 10 gifted Subs, Mann. Ja, danke Jay. Vielen lieben Dank, Voodi Mann. Ich hoffe die Leute bedanken sich auch. Unverdient, passiert eh nix gerade. Deine Tasche ist ziemlich groß, ne? Wo warst du gerade? Ich hab mich drinnen versteckt. Oh. Gute Tastik. Ah! Oh, 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 oh. Oh, da kommt er. Aber der kommt nicht runter, oder? Das war mein Nazgul, alles gut. Der beißt den. Dika, hast du den Heli gesehen? Ja. Kannst du mir den runterholen? Ich sag gleich Bescheid. Du willst, dass der den runterholt? Ja. Ja. Fika, deine Zähne sind wie die Sterne und so gelb und weit auseinander stehen. Danke, Schatz. Oh, geile Zeit. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja. Das sag ich, Finn. Boah, Spohr den Helikopter mit meiner Hexenklinge von Angma. Dika steht auf Elfen. Ja, und Bademaster. Nur auf Zwerge. Bademeister. Oh, geil. Warum schlägst du mich? Ich hab Biti gehauen. Ich hab Dings gehauen. Dika. Dika, ich hau dir die gelben Zähne gleich aus, ne? Doch. Lass uns jetzt. Nein, nein. Was will denn der Koppa hier? Hä, warum schlägst du mich? Ich hab Dikas Zähne ausgehauen, die sind dir ins Gesicht geflogen, weil die Gelb und Foulies sind, ob Biti dran geleckt hat. Stimmt gar nicht. Hat er gar nicht. Klärt eurem Beziehung, steigt wang nach Gepenner. Hat er gar nicht. Mit deinem Maul, Curtis. Nee, keiner Rechenschaft schuldig. Ah, die Presse, curly-wurly-haar. 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 Du cringst mit PD18. Das weiß ich ganz genau. Nur Max weiß das nicht, die arme Sau. Heimlich mit der Essen und Schick-Essen in den Kodis. Warum bist du so? Warum bist du so? Jetzt hast du ihn traurig gemacht. Los, entschuldig dich. Los, Biti, wir brennen durch. Nein, Biti ist meiner. Ja. Lass mich aus. Nein! Ich hab's den jetzt wirklich traurig gemacht. Komm mal. Warum? Ja komm doch einfach mal. Superlieb. Ich glaub! why are you wining im argenpark xbcx wird 94 vielen dank für die und verdient alles verräter ja noch drei minuten ich glaube dass ich du musst dich um finden kümmern ist traurig und nicht dass der gleich vom dach springt und der ist depressiv der kümmer dich um den schubst den oder stimmte ist depressiv bei den oder ich habe ich bin richtig bruder ich werde langsam nervös warum ich weiß nicht die ganze zeit rumstehen seit drei vier stunden ich kann das nicht mehr ich kann da gleich rein das will ich sehen traurig ich muss welch so ein oktopussy auch kein geh rein das tempel hotel wo den weihnachtsmann hübschrauber guck mal der andere dort oh da der setzt schon wieder leute ab knipper hübschrauber scheiß koppers fuck paul ha he Oh, jetzt sind alle traurig. Was denn? Was hast du gesehen, Alter? Wunderschön, hier ist das Sheriff Department. Tagsam. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben nichts gemacht. Das wissen wir, aber trotzdem möchten wir sie einmal bitten, um das Dach zu verlassen. Wir dürfen nicht sein. Das ist unser Dach. Ich habe auch ein Glück, Alter. Ich möchte nur noch hinweisen, weil sonst könnte es zu Verwechslung kommen und das wäre halt für beide Verwechslungen günstig. Das wollen wir nicht. Wir bitten sie ganz nett. Hast du eine Marke um Hals? Das sage ich mal im Nazgul. Nein, ich habe eine Marke um Hals. Schalt an. Du Hexer. V-Ak-Bitubu. V-Ak-Bitubu. Wir hätten zwar easy Geisel, ne? Ja, richtig. Mein Name ist Sanchez Werber, Schlüsseldienst. Oh Gott, wie kommen wir da runter? Ich habe es geschafft. Na klar ist das Ärger. Die haben wir jetzt hier runtergeschickt. Das ist Ärger. Geh beiseite. Das ist Ärger, Jungs. Nicht bummeln. Oh, wie kommen wir runter? Ich warte, bis alle weg sind. Komm, klatscht auf den Boden. Ich fange euch auf. Oh, mit Klau. Warum schießt du meinen Teddy zu? Sag mal ehrlich. Ich habe keine Schlüssel für die Karre. Jungs, Mädchen. Das ist Ärger. Tut mir leid, aber das ist Ärger. Natürlich ist das Ärger. Wir hätten jetzt so sagen können, nein. Mein Finger, Junge. War unter Drogen. Mich trifft keine Schuld. Darf ich mir von hier unten zugucken? Und wo gucken wir jetzt so? Super. Noch eine geiste Name. Auf das Dach hier links. 2,7 Millionen, Alter. Okay. Welche Dach nehmen wir jetzt? Ja. Das ist die Frage. Weiß nicht. Können wir vom Highway was sehen? Weiß nicht. Was ist denn da mit dem Dach, was wir zuerst meinten? Da drängt man eben eine PD da oben drauf. Ja, da sehen wir es auch. Einfach reinschleichen. Links oben auf dem Highway. Sieht man da nichts? Ja, schlecht. Von hinten ist doch blöd. Weiß nicht. Sucht was. Und nach Hause. Können wir nicht einfach zu den Geiseldämmern gehen und sagen, die sollen was machen? Nein! Warum? Niemals. Boah, das ist auch keine Live-Nachrichtung, ne? Boah, wir machen richtig dicke Bank, heißt hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, ich will mal kurz was gucken. Boah, ich weiß, wo wir hin können. Wir gucken, ob die noch hier drin sind. Aber Maddox sind schon bereit. Aber kann man ja nicht so bereit. Und Tyrese Traylor sitzt auch da ready. Wo wir vorhin reinfahren. Fahr mal Golde Huss. Und dann rechts. Scheiße, alles abgesperrt. Können wir vergessen. Ja, das sind so viele, Alter. Das sind so viele, Alter. Oh, die haben nicht. Toll, jetzt schlagen wir da eine halbe Stunde rum, nix passiert. Halbe Stunde? 15 Stunden. Oh, das ist ein Pumf. 15,5 Stunden. Toll, gut gemacht, BT. Was? Du musst längst schlafen, Alter. Du gehst schlafen. Du gehst schlafen, Arschloch. Das Bett mit dir. Oh, hallo Sterling. Oh, hier würde ich gerne die 2G-Klassen immer parken, Alter. Ja, das machen wir jetzt öfter mit den Welpen. Du machst jetzt hier die Dings. Jetzt sind wir hier im Kreis. Wer mit Millionär, wie du beim Moderator. Und hier passiert genauso viel wie da drüben. Ja, hier passiert genix. Genix. Sollen wir Auto tun? Lassen wir morgen. Okay. Dann stand mir eine Stunde auf dem Dach und nix passiert. Geil, ne? Ist nur irgendwas zu klären? Nö. Nö, ne? Wagt mir nur irgendwas vor? Nö. Ich wollte euch kurz sagen, was ihr alles Ottos seid. Ah, sowas, ich gar. Jeff, geh die Hure. Danke, jetzt Pellen. ich will gucken was da abgeht ich will sehen wie die gleich stürmen bei uns geht im mp jetzt gar nichts von daher ist sinnlos jetzt hier nur rumzugeistern ganze stadt ist leer und ich habe hunger ich würde essen noch dafür drei stunden geredet ja aber gleich passiert bestimmt irgendwas sonst würden die mediziner sich nicht schon bereit machen ich kann euch auch zu benson schicken entscheidet ihr was sagt ihr heute war wieder ganz schillige tag war trotzdem lustig paar mal nix ist ja nix ich mach schon mal die red vom ist fertig vielen lieben dank für den support dankeschön dass ihr immer so lieb seid ich küsse euren kniekehlen ab in der red pommes seid lieb da ich bin da gleich auch ich beobachte euch wir sehen uns nachher wieder gleichen uhrzeit 19 hab doch nicht verstanden ich würde euch einen wunderschönen guten abend und nein fox danke noch für den reset im 43. und kibert dankeschön für den reset im zweiten noch dankeschön gute nacht für die die leute die schlafen gehen und viel spaß bei dexos ich bin da gleich auch und ich beobachte euch tschuhus tschuhuus 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 tschuhuus